Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe hier auf Starblight.de. Heute zu einem bestimmten Thema. Letztes Mal hatten wir ja auch schon einen Sonderpodcast zur New York Comic Con war das, glaube ich, oder? Das kann mir auf jeden Fall einer meiner Mitstreiter des heutigen Abends genauer sagen, nämlich der Lockdown. Hallöchen, liebe Leute, wie geht's euch denn? Ja, und das war tatsächlich zur New York Comic Con? Dachte ich mir schon. Und ja, nicht auf der Comic Con, aber aus dem schönen Norden kommt unser weiterer Gast, nämlich der Chris. Moin ihr Kekse und schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich drauf. Schön, dass du da bist. Ja, und wir sind alle drei sozusagen, ja, Lockdown ein bisschen weniger, sag ich jetzt einfach mal ganz kackendreist, aber wir sind ja schon so Kinder der 80er Jahre und die 80er Jahre haben uns natürlich halt auch eine schöne Kindheit mit beschert, stellenweise natürlich auch die 90er, aber das ist jetzt heute nicht das Thema, denn wir haben uns überlegt, die 80er Jahre Kindheit, was haben wir denn in unserer Kindheit gemacht, außer in der Schule gesessen. Und das waren natürlich Cartoons und Actionfiguren. Und wir haben dazu natürlich auch eine kleine Umfrage gemacht und die Ergebnisse werden wir euch so im Podcast auch peu a peu so ein bisschen mitteilen und so ein bisschen halt auch darauf hinarbeiten, welche Serie haben die meisten von euch gesehen, welche Actionfiguren haben die meisten von euch besessen. Und ja, das ist unser heutiges Thema sozusagen, Actionfiguren und Serien. Da werfe ich jetzt direkt erstmal in Halt, was ist das denn hier, der Lockdown? Ja, kein Kind der 80er. 88 geboren, Alter! Beste Jahrgang! So in etwa, ja. 88 geboren, das heißt, du hast mit zwei Jahren natürlich mir ein ganzes Spieltag schon gekauft und gespielt und weißt davon noch alles. Ja, auf jeden Fall, Alter. Natürlich. So in etwa. Ich meine, ich hatte ja das Glück, ich hatte ja noch einen älteren Bruder und der hatte wirklich so diesen ganzen coolen Scheiß, diese ganzen geilen Actionfiguren, die habe ich dann bekommen, als er dann aus dem Alter raus war. Als er Brüste entdeckt hat. Sozusagen. Als ich dann noch nicht wusste, was Brüste sind, aber noch nicht so diesen Blick darauf hatte, da habe ich dann halt dann die Actionfiguren von meinem Bruder bekommen und war halt schon, ja, vorinfiziert sozusagen. Habe dann natürlich auch irgendwann meine eigenen Actionfiguren bekommen, aber ja, so, so, man könnte mich sozusagen als die Resteverwertung für die Spielzeugkiste meines Bruders sehen. Ja, Patrick. Das Geile wäre natürlich, wenn du noch alles hättest davon. In der Tat, also das wäre Wahnsinn, aber wie das so ist, jugendliche Dummheit, ich kenne so viele Leute, die sagen, ja, als ich in die Pubertät kam, habe ich den ganzen Zeug zum Trödel geschleppt und jetzt beiß ich mir den Arsch. Und ich bin einer davon. Ja, ich auch. Wer ist das nicht? Eben, das ist es ja. Also, eine coole Idee vom Feinsten. Ich kenne kaum einen, der sein Zeug nicht auf den Trödel geschleppt hat. Oder es ist in irgendeiner, irgendeiner Kiste neben der Bundeslade irgendwie auf dem Dachboden versteckt. Ja, kommt hin. Oder die Mutter hat es weggeschmissen, verkauft, verschenkt. Man hat damit ja auch gespielt, das war eine Gebrauchsgegenstelle. Es ist ja nicht so mittlerweile wie heute, dass du die Dinger, du dich mit dem Ziel kaufst, die zu Hause hinzustellen, auszupacken, wenn überhaupt auszupacken und dann ins Regal zu stellen. Damit hast du mit der gespielt ohne Ende. Da ist halt mal was abgebrochen, da ist mal was weggekommen. Da hat die Schwester mal mit dem Edding was angemalt oder sonst irgendwas. Das ist heutzutage ein anderes Metier geworden. Quatsch, ich hab meiner Schwester gesagt, wenn du das anmalst, male ich dich an. Aber da muss ich gerade auch drüber nachdenken. Es gab so viele, die ihre verkackten Initialien auf Super Nintendo Cartridges geschrieben haben. Oh ja. Und du gehst auf den Trödelmarkt, siehst ein Spiel, das du unbedingt haben willst, und dann prangt da so ein fettes HD drauf zum Beispiel. Da hat der kleine Hans-Dieter seine Initialien drauf gekritzelt. Da krieg ich schon so plack. Was war denn eure favorisierte Serie in den 80ern? Ich meine, von den Zuhörern und von der Star Wars Community weiß ich's, aber das sollte mich jetzt mal bei euch reizen. Also Lockdown, wie war's bei dir? Was hast du so außer Transformers? Das ist ja eigentlich schon offensichtlich. Ja, genau. Ich muss aber zugeben, als ich klein war, hat Turtles doch deutlich dominiert. Und was aber auch daran lag, ich hab die Turtleserie halt viel häufiger im Fernsehen halt gucken können. Ich hab jede Woche von einem Patenonkel eine Turtlesfigur geschenkt bekommen. Nicht jede Woche jetzt unbedingt, aber immer wenn die zu Besuch kamen, gab's halt einen neuen Turtle für den kleinen Patrick. Das war echt toll. Und dementsprechend hatte ich davon auch sehr viele Figuren wild durcheinander gemischt. War leider ein bisschen schade. Ich hab nie einen kompletten Satz von einer Turtlesreihe bekommen. Ich hatte den Original Leonardo, dann den Michelangelo dann in der Sonderversion, wo du dann den Panzer hinten halt auch machen konntest. In einer ganz anderen Unterreihe, sag ich jetzt mal. Zum Beispiel den Raphael hatte ich dann, der hatte so irgendwie Militärkleidung an, der sah aus, als ob der bei den Green Berets war. Transformers auch, aber eher selten. Vor allem, das war ja auch damals zu dem Zeitpunkt in Europa schon so Richtung Ende der Reihe, so Actionmasters mäßig. Ich hatte den Actionmaster Optimus Prime. Wo Optimus Prime, der sich ja eigentlich in LKW verwandeln kann, in so einen LKW sich halt reinsetzen kann. Bisschen komisch halt, aber ja, die hatte ich halt, viele Micromasters. Und ja, sozusagen kann man so sagen. An Spielzeug, an Figuren hatte ich eigentlich, ja klar, 80er Kind, Mask of the Universe, hatte ich sehr viele Sachen. Ich hatte Aluburgen, ich weiß noch, damals hatte ich mir extra meine Weihnachten bekommene Modelleisenbahn verkauft, weil ich die nur einmal benutzt hatte und hab mir von dem Geld dann eine Trite Zone gekauft und ein Hordak auf Karte natürlich. Und die direkt aufgerissen, weil ich könnte jetzt noch dran heulen, wenn ich jetzt noch drüber nachdenke. Mask, sehr viel. Ich hatte das Glück, mein damaliger, mein damaliger Vater, klingt auch geil. Mein Vater hat damals bei Quelle gearbeitet, bei dem großen Versandhaus. Natürlich dann auch in der Spielzeugabteilung und hab ich da auch etwas bessere Preise bekommen. Da hab ich auch hier und da mal ein Mask-Fahrzeug günstiger oder halt auch mal Geschenk bekommen. Das war auch sehr, sehr cool. Das sind so die zwei Hauptseile von Toyline aus Asien, die ich sehr favorisiert habe und auch zum Spielen hatte. Transformer ist bei mir, Gott sei Dank, ein bisschen vorbeigegangen. Ich hatte zwar so zwei, drei Transformer, auch diese, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, das sind diese Gummifiguren gewesen, diese kleinen Gummifiguren, die nicht größer waren als fünf Zentimeter, glaube ich. Und sonst würde mir jetzt spontan einfallen, diese Decoys, aber ich wusste gar nicht, dass es die in Deutschland gab. Doch, da waren sehr viele. Also die waren nur rot. Also nur rot und dann jeweils Bumblebeet, Ironhide oder wie die alle heißen. Die hat man dann zum Spielen gehabt und das war so das Einzige, was ich mit Transformer zu tun hatte. Ansonsten, die klassischen Sachen, aber die wurden ja nicht genannt, so Playmobil und sowas. Ja, aber was ja auch so in den 80ern, einfach mal jetzt mal global betrachtet, auch wirklich gang und gäbe war. Ja, war was? So, jetzt lange Pause. Was ja auch wirklich gang und gäbe war, war, dass die Cartoons in den 80ern ja stellenweise auch nur produziert wurden, um die Figuren zu verkaufen oder um halt eben den Figuren halt auch so ein bisschen Hintergrundgeschichte zu geben. Also bei Transformers war es ja sehr stark der Fall, dass da halt wirklich die Serie als überlanger Werbespot halt produziert wurde. Da gehen wir natürlich gleich auf jeden Fall noch ein bisschen genauer drauf ein. Ja, oder auch bei He-Man war es ja auch so, dass die Serie halt größtenteils natürlich als Werbeträger dienen sollte. Aber ich glaube, das kann man eigentlich so auf nahezu jede Serie aus, also jede Cartoonserie aus den 80ern Münzen. Ich meine, das kannst du mittlerweile auf jede Serie Münzen. Also es ist halt nur aufgekommen, da ist diese Welle, da ist halt gestartet. Mittlerweile ist es ja wirklich so, zu jedem Film, zu jeder Serie kriegst du Spielzeug. Ja, wobei ich subjektiv empfunden, dass ich in den 80ern krasser fand. Ich meine, klar, auch in den 90ern, da war es halt auch so, dass, ich kann mich erinnern, da gab es diese dummen Pinguine aus Batman Returns war es, glaube ich, wo er gegen den Pinguinen kämpft. Da gab es dann halt hier so ein Set mit den Pinguinen zum Film und ich dachte mir, wenn ich Pinguine will, dann kaufe ich mir Playmobil, ist billiger. Nein, aber sowas halt wirklich, das halt wirklich auch, oder ich war heute im Müller, da waren die Regale vollgeschissen mit Batman vs. Superman Kram. Weiß nicht, wenn ich dann sehe, dass halt zu jedem Film irgendwie so viel Merchandise in die Regale geknallt wird. Also, das war damals aber, fand ich auch schon so. Wobei, heute ist es halt auch, dass die Filme natürlich stärker beworben werden, also, für mich, wie gesagt, subjektiv empfunden, war es in den 80ern auch schon so. Ich finde es irgendwie heutzutage irgendwie ein bisschen trauriger. Das ganze Zeug kommt in die Läden, in die Regale halt rein und, ja, dann liegt es ja so für ein halbes Jahr und dann ist es auf einmal weg. Und, ja, dann fragst du dich, wo ist es denn hin? Es ist bestimmt nicht verkauft worden. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dann kriegst du ein paar Reste noch irgendwie auf so einem Reste-Grabbeltisch, wo wir ja hier hoffentlich kaufen die Leute den Scheiß jetzt endlich. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich erinnere mich da so ein bisschen so an die Baymax-Reihe, weiß ich nicht. Wo ich mir dachte, so Leute, äh, warum macht ihr dafür jetzt überhaupt Figuren? Dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, fand ich irgendwie voll sinnlos, weil irgendwie auch nur die Hälfte der Leute, die im Film vorkamen, auch eine Figur gekriegt haben. Und dann so halt, ja, okay, Leute, läuft nicht, cancelled. Das ist dann halt irgendwie, das ist ja auch so, bei der, ähm, aktuellen Turtles-Toyline, da bekommt wirklich jedes Feed, das irgendwie mal eine Sekunde durchs Bild gehuscht ist, eine Action-Figur. Oder, um es noch krasser zu nennen, Star Wars, da hat der Statist, der mal eben, äh, beim Sandwich holen eben durchs Bild gelaufen ist, eine eigene Action-Figur bekommen. Ja, selbst der Tontechniker, der aus Versehen ins Bild gelaufen ist, selbst der kriegt eine Action-Figur. Aber es läuft ja. Und wenn die sehen, dass es läuft und die Leute immer neue Charaktere haben wollen, weil sie sich beschweren, dass die Charaktere nur neu aufgelegt werden, immer und immer wieder, dann werden die halt gemacht. Und die werden ja auch gekauft. Plus, Star Wars hat ja noch dieses ganze Universe halt noch hinter sich halt mit, äh, jo, dann kam die Figur mal halt in dem und dem Buch vor oder in dem und dem Videospiel. Ja, aber vorher halt, ne? Ja, das stimmt schon. Bevor jetzt die Episode 7 kam. Aber der Star Wars-Hype, der ist ja jetzt nicht erst seit Episode 7 wieder da. Star Wars ist immer gehypt, ist immer im Regal, wird immer gekauft. Wobei ich sagen muss, das finde ich an der, ähm, 6-Toll-Black-Series so gut. Und das ist halt, du hast da zwar auch jetzt, ähm, so ein paar Nebencharaktere, wie halt jetzt hier die Bounty Hunters, äh, Greedo, Bosk, etc. Aber du hast halt nicht so den letzten Pimmel, der irgendwie mal, äh, irgendwo in der Requisite gestanden hat. Warte mal ab. Alter, Greedo ist doch kein Nebencharakter. Der ist wohl wichtig für den Film. Ja. Nein. Doch, der zeigt das, wie badass Han Solo ist. Han Solo shot first. Ja, gut. Nein, aber, um halt eben zu untermalen, was ich halt meine, ne. Ähm, das ist schon halt irgendwie, das finde ich halt dann bei der Black-Series halt dann zum Beispiel ein bisschen gescheit. Also ich hatte ja mit der, ähm, Vintage-Collection wieder angefangen, Star Wars-Siguren zu sammeln. Und ich kann mich nicht erinnern, die Regale waren voll von irgendwelchen, keine Ahnung, dem Skiff Guard und, ähm, dem, äh, dem Rebellen-Piloten und sowas. Wobei, das ist so Piloten und so Trooper und sowas, die kann ich immer für Army-Building nehmen. Und, ähm, aber gerade, das waren ja auch die, die halt dann auch mit am schnellsten weg waren. Also ich hatte echt Probleme, einen Stormtrooper zu finden. Boah. Ja, ich hatte es ja schon mal in so einem, äh, älteren Podcast von uns ja mal angesprochen. Leute, Hasbro, Solid Cases, ganzes Pakt nur mit Stormtrooper, dann sind die Leute glücklich. Ja, das verstehe ich auch nicht, warum sie das nicht machen. Also es ist schon seit, seit, seit den 80ern, oder seit den 70ern, seit die Figuren gemacht werden. Also seit 1977, stehen die Leute auf Trooper. Das ist so. Und dass sie das immer so vereinzelt, immer da in Trooper reinstecken, immer da in Trooper reinstecken. Besonders bei Episode 3 war es ja so. Das liegt aber auch, glaube ich, auch mit an Disney. Also Hasbro hat schon Vorgaben von Disney, welche Figuren sie reinpacken dürfen. Ja, aber das war früher nicht anders. Da war dann auch nicht Disney am Start und da, ähm, gab es das gleiche Problem. Ich hatte dann die Leute von Kenner halt, keine Ahnung. Oder haben den Markt unterschätzt. War ja damals noch Kenner. War doch Kenner, oder? Ja. Ja, Kenner hat die Lizenz, also, beziehungsweise Kenner wurde ja, wann war denn das? Ich frage mal gerade, Tante Wikipedia. Kenner wurde ja von Hasbro aufgekauft komplett. Ja, müsste irgendwie so... 99 oder 2003 sein. Nee, glaube ich war sogar noch früher. Nee, also ich hatte noch Figuren von Kenner. Wie oft Power of the Force gerade rauskamen aus den 90ern. 96 habe ich angefangen zu sammeln. Und da gab es auch noch Kenner-Figuren. Bla bla bla. Ging Kenner 1991 das Eigentum Hasbro über. Okay, doch einmal. Bis 2000 wurde Kenner im Hasbro-Konzern noch als eigene Marke weitergeführt. Aha. Ja genau, die haben Beast Wars noch komplett gemacht. Und dann hat Hasbro gesehen, yo, als Beispiel für Beast Wars, Transformers, das läuft. Okay, jetzt, äh, ihr kommt mit nach Rhode Island zum Sitz. Ja, dann würde ich auch sagen, wo wir gerade noch beim Thema Spielzeuge sind, zwar nicht Kenner, aber wir gehen mal zur Serie Starcom. Starcom fight's off Earth's attackers. Starcom! With a breakthrough in space technology. Power deploy. It activates Starcom equipment. Transport Starcom combat troops. Mobilizes Starcom aircraft. Figures and vehicles each sold separately. And no batteries needed. Power deploy. Starcom's got it. But so does the Shadow Force. Who will control Earth? Starcom! Großartige Spielzeichserie. Absolut. Also, das war wirklich so, ich sehe es heute noch so ein bisschen so, ein bisschen ähnlich wie Mask. Ähm, nur halt eben automatisierter. Bei Mask hast du halt zwar auch diese Features, dass du halt Waffen und sowas ausklappen kannst, oder halt eben aus einem, äh, Auto und Flugzeug machen kannst, das ist mal grob umschrieben. Aber bei, ähm, bei Starcom war es ja so, dass es halt alles so Aufziehmotoren waren. Und das halt alles automatisiert ablief. Das heißt, oh cool, ich, äh, drücke jetzt auf den Knopf und dann, ähm, klappt sich dieser kleine Würfel zu einem Jet aus. Und das Geile dabei war noch zusätzlich, dass jede Figur und jedes Fahrzeug Magnet-Inlays hatte. Das heißt, die Figuren konnten sich an den Fahrzeugen halten, ohne dass sie runtergefallen sind. Oder die kleinen Würfel, die du gerade so schön erwähnt hattest, konnten von den Fahrzeugen als Transport aufgenommen werden, woanders hingeflogen werden. Und diese Magnet, ähm, Systeme hatte keine andere Toyline. Das hat, ähm, Starcom so besonders gemacht. Der ist super toll, aber dann kannst du die ganzen Teile halt immer daran verstauen. Genau. Wenn dir mal was runterfällt oder so unter die Couch, Mama, gib mir mal den Magneten! Mama, hast du meine Starcom-Figur gesehen? Die hängt auf dem Kühlschrank. Da hängt mein Notizzettel dran. Ähm, wenn ich die Magneten suche. Ich hatte, äh, mal gesehen, auf einer, auf einer, auf einer Transformers Convention, aber der hatte auch super mega viel Starcom-Zeug. Das ist eigentlich das erste Mal, dass ich da mit dem Spielzeug so ein bisschen in Berührung gekommen bin. Hatte er das auch mal, ähm, extra für ein paar Leute. Der hatte viele Sachen in OVP auch noch, Mind-in-Sfield-Box. Ähm, ein paar Sachen hatte der aber, ähm, ähm, auch einfach nur Mind-in-Box. Also war schon mal ausgepackt worden, aber vollständig. Und weil so viele Leute um den herumstanden und sagten, ey, ich kenn das nicht, was ist das? Ähm, hat er das echt mal aufgebaut, sodass man so, äh, die Fahrzeuge mal fahren lassen und so weiter. Das war, war echt cool. Interessant ist ja auch noch, dass die Spielzeuge heutzutage, ich hab ja noch so ein, zwei Starcom-Sachen hier rumliegen, dass sie immer noch funktionieren. Ob das jetzt der Aufziehmotor ist, wo sich das Fahrzeug entfaltet, oder die Magneten, die sind immer noch funktionstüchtig. Wo manche Spielsachen der heutigen Zeit, aus heutigen Jahrzehntes, direkt nach drei, vier, fünf Tagen oder Wochen direkt im Müll landen, weil sie kaputt sind. Das war sagenhaft, die Dinger waren so robust und die Technik war einfach so gut produziert, dass die Dinger heute noch funktionieren, wie gesagt. Also es ist Wahnsinn. Heutzutage bist du ja froh, wenn, wenn so eine Figur mal einen Sturz aus einem meterhohen Regal überlebt. Ja, sag, das war mein Hottoys-Figur an diesen Scheißdingern. Nein, aber das waren ja auch, also dadurch, dass die Technik so ausgereift war und das war ja auch wirklich, wenn du die Dinger auseinandergenommen hast, dann hast du ja erstmal gesehen, was für eine Fitzel-Arbeit da drin steckt. Das ist ja wirklich, als hättest du da irgendwie einen Modellbausatz der Extraklasse vor dir. Und, ähm, das Plastik war eine super Qualität, etc., etc. Die Magnete sind ja auch nicht unbedingt billig, äh, in Relation. Also, mich würde es nicht wundern, wenn Coleco durch die Produktion der Toyline einfach so viel Kohle verloren hat, dass sie deswegen pleite gegangen sind. Ja, das könnte tatsächlich gut möglich sein. Damals noch Movie 2007, Erztert-Transformers-Film, äh, kommen die hier an, ja, mit diesem Mecca-Live-Zeug, ne, wo die sich ja halt so teilweise selber verwandeln kommen. Und, äh, dann hatte irgendwo auch einer geschrieben, boah, Leute, Starcom, pull it off way better. Wir haben jetzt 2007, Leute, was ist hier los? Ja, das stimmt schon. Ähm, aber ich muss sagen, die Serie, neue zu Starcom, die hab ich irgendwie gar nicht mehr so wirklich, ähm, im Kopf. Also, ich kann mich erinnern, dass ich sie gesehen habe, dass ich die cool fand, aber, ähm, das, die hat jetzt nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wie jetzt beispielsweise Transformers oder sonst was, oder Mask. Bei mir auch nicht. Ich weiß nur, dass ich sie morgens irgendwie auf dem englischen Sender gesehen hab, der dann irgendwie ab 8 oder 9 Uhr umgeschwitzt, switcht ist, auf dem deutschen Sender. Dieses Sky One, kann das sein? Nee, Sky, Sky hieß das damals nicht. Aber es war ein Sender, ein englischer Sender, der dann, wie gesagt, morgens dann umgeschwitzt ist, auf dem, bei der sich die Frequenz mit dem deutschen Sender geteilt hat wohl. Und, ähm, da hab ich ab und zu mal gesehen, da lief auch G.I. Joe und diese typischen englischen Serien, Spielzeugserien. Das fand ich auch so gemein, weil es gab da ja auch Werbeblöcke zwischen. Ja, und guck dir mal als kleiner, als kleiner deutscher Junge mit 6, 7 Jahren, geh und setz dich mal vor den Fernseher, guck dir an, was für einen geilen Scheiß die Amis da alles haben. Diese riesengroßen G.I. Joe Sachen oder Big Jim oder whatever die da hatten. Und du kommst da nicht ran. Es gab kein Internet, es gab da keine Möglichkeit, das zu bestellen oder sonst irgendwas. Du hast dich tot geärgert. Ja, das ist echt... Grausam, grausam, grausam. Und, ähm, das ist ja, das ist so in etwa, wie wenn man als Kind irgendwie in den Spielwarenladen gegangen ist und Mama hat gesagt, ja, ein kleines Teil darfst du aussuchen. Und du siehst dann dieses riesige, riesige Vieh von Spielzeugbox vor dir stehen, auf dem so geile Figuren mit Fahrzeugen und Laser und... Du hast da als Kind den total Nerdgasm gekriegt und du darfst nur ein kleines Teil mitnehmen, guckst in deine Sparte und so, hm, ich könnte mir ein Sticker, äh, Päckchen kaufen und ein Lutscher. So in etwa. Und, ähm, also ich kann mich noch erinnern, das soll jetzt auch Transformers nicht, äh, Starcom, aber ich kann mich erinnern, ich bin mit meinen Eltern für total oft nach Venlo gefahren. Das ist ja von hier Köln aus relativ, äh, schnell, ich glaub ein Stündchen, knapp über ein Stündchen fährst du. Ähm, wir waren dann in Venlo mal einkaufen und du hast einen Spielzeugladen, den gibt's übrigens heute noch. Da waren wir, äh, als wir zusammen in Venlo waren, Patrick. Meinst du in Gersen? Wo du runter in den Keller gehst und du diese lange Wand hast, da hatten wir... Ja, genau, in dem Gersen. Ah, der ist echt cool, der Laden. Die Sekunden-Fight-Transformers gesehen. Ich kann mich erinnern, ich hab diesen verfickten Typ nie in Deutschland gesehen, aber ich kann mich erinnern, ich geh in diesen Laden, gucke diese... gefühlt 300 Meter lange Wand an und sehe dort stehen Triptikon. Äh, auf meinem Regal steht ein Triptikon, haha. Okay, jetzt bin ich mal ganz, bin ich mal ganz in die Außenseiter, was ist ein Triptikon? Äh, Triptikon ist, äh, von Transformers so ein riesiger, ähm, T-Rex, der sich in eine Stadt verwandelt. Oder umgekehrt. Ah, ne, ist doch logisch, klar. Und richtig cool ist, du konntest das Ding aufziehen und das Ding ist gelaufen. Ja. Ne, Quatsch, der hat einen Motor drin gehabt, ne? Ja. Doch, der hatte einen Motor drin gehabt. Jetzt mach ich den Fehler schon wieder, genau wie in dem Video, in dem Werbevideo. Der ist nicht zum Aufziehen, da müssen Batterien rein, ich glaub sogar 2D-Batterien, damit das Ding auch läuft. Und dann läuft der so richtig so schwerfällig wie in den alten Godzilla-Film. Und dann, ah, dann mach dir alles platt, was durch, was in deinem Zimmer ist. Das war schon herrlich. Ja, damals. Eine Anekdote noch an der Stelle auf der niederländischen Bots-Convention, also der rheinischen Transformers-Convention. Machen die, machen die das eigentlich noch jährlich? Aber da haben sie, ja, machen sie jährlich einen Triptikon-Race. Sprich, da stellen ich dann 10 Leute eine Reihe, jeder mit seinem eigenen Triptikon und, äh, gib ihm. Also, total geil. Ich bin gespannt, wie das dieses Jahr wird mit der Neuauflage von Triptikon. Die haben zwar gesagt, naja, mal gucken, ob wir die Neuauflage zulassen oder nur Vintage halt. Und, ja, mal gucken. So richtig geil fände ich ja, wenn da irgendwann mal einer ankommt mit Rallyestreifen, mit einem riesenfetten Heckspoiler und so Fliegerbrille. Und noch so ein Be-Auch-Strom, ne, wie Bumblebee. Oh, herrlich. Ja, also, es war schon ziemlich cool. Ähm, ja, dann wollte ich noch die nächste Serie ansprechen, die ich hier auf meiner Liste stehen habe. Die Liste der Erinnerungen. Heute wieder mal hochphilosophisch. Inhumanoids. Das kennt irgendwie kaum einer. Das schließe ich mich mal an. Das sagt mir gar nichts. Inhumanoids, das war für mich... Also, ich fand die als Kind irgendwie total creepy. Aber halt auf gute Art creepy. Ähm, das waren so alte Monster, die wiedererweckt wurden durch... War das Bauarbeiten an einem Gebirge oder sowas? Ähm, da... Irgendwie so Arbeiten in der Erde. Dann haben die irgendwas... Sogar diese Monster halt wieder aufgeweckt. Auf jeden Fall. Das wird so im Info, glaube ich, erklärt. Und, ähm, die Viecher, die waren total creepy. Da war eins, ähm, der hatte sozusagen kein Fleisch mehr auf der... Auf den Rippen. Und der konnte seine Rippen öffnen. Und dann hat er da, äh, irgendwie die Menschen reingesteckt. So als Gefängnis sozusagen. Also, total creepy. Also, die Kinder heute würden darauf gar nicht mehr klarkommen, glaube ich. Ja, oder einer, der hat die... Hat, äh, seine Feinde auch irgendwie gefressen. Und du konntest halt sehen, wie die so im... In den Organen so rumschwimmen. So als ob die gleich verdaut werden. Boah, so richtig so Blob-mäßig. So, boah, ne, richtig creepy. Ja. Und, ähm, ich... So im Nachhinein, als ich mich dann halt auch mit, ähm... Mit dem Cthulhu-Mythos, äh, beschäftigt habe und so, Dachte ich mir so, ja, es ist eigentlich ja irgendwie... Irgendwie passt das ja so. So ein bisschen so die großen Alten. Ne, also... Habe ich mir dann so irgendwann gedacht. Aber ich hatte auch nie Action-Figuren davon. Also, ich kann mich auch nicht erinnern, dass es die in Deutschland gab. Aber... Ich kann mich auch nur an die Monster erinnern. Also, an die bösen Monster hauptsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, die ganze Prämisse gab's, ob es da gute Monster gab oder so. Und die dann gegen die bösen Monsters oder so gekämpft haben. Ja, es gab so diese drei bösen, großen Monster im Neumenoid. Und der Earth Corps, diese Vereinigung, die dann halt, äh, ja, den auf die Nuss gegeben hat, sozusagen. Also, ich hab mir das Intro mal angeschaut. Das sagt mir wieder was. Aber... Ja, also, ne, es ist ja so... Wenn man das dann halt mal wieder sieht, dann, äh, macht's auch so ein bisschen Klick und dann, naja, da war ja was. Ja, dann macht's halt auch, oder wenn, wenn die Serie irgendwann mal irgendwo frühmorgens in einem Rerun lief, ne, so auf Tele 5 oder so, oder, keine Ahnung, wo in Neumenoid 4 in Deutschland halt lief damals, ähm, dann guckt man das auch so, dann nimmt man das vielleicht auch so gar nicht wahr, weil frühmorgens, man steht auf, macht den Fernseher, man hat das Intro nicht gesehen, man ist mitten in der Folge drin, hat's dann einmal gesehen, sondern, ja, ich hab's gesehen. Äh, so ging mir das beispielsweise, um nochmal auf Starcom zu kommen. Ähm, ich hab Starcom bestimmt mal hier irgendwie, äh, gesehen. Ähm. Hab's dann aber halt nicht realisiert, aha, das ist also Starcom, okay. Äh. Weil Starcom ja auch irgendwie für mich immer ein großes Problem hatte, vom Namen her, äh, das ist so voll generisch halt, ja, Starcom. Ja, irgendwie schon, ne, also. Also ob es nicht schon genug Serien gibt, die mit Star anfangen. Ich hab mir jetzt grad mal ein Bild aufgemacht von den Inhumanoids-Actionfiguren, also von diesen drei großen Bösen. Ich muss sagen, wenn ich die so vor mir stehen sehe auf dem Bild, äh, dann find ich die eigentlich gar nicht mehr so creepy, da sehen die eigentlich so ein bisschen lächerlich aus. Aber ich kann mich erinnern, als Kind fand ich die in der Serie creepy. Also da seh ich jetzt grad auch hier das Vieh, was ich meinte, mit, äh, mit den offenen Rippen. Ähm, der sieht da irgendwie total knuffig aus, irgendwie wie so ein kleiner, äh... Schick das doch mal rum hier. Ja, ähm, wie so ein kleiner Hund irgendwie, der keine Haut mehr auf der Schnauze hat. Ähm, so ein bisschen mollig irgendwie, sieht so ein bisschen aus, als würde er in der Schule gehänselt werden. Und dann halt so eine Art Mischung aus Swamp Thing und Cthulhu. Und halt noch irgendwie, ja, so ein komisches... Also du beschreibst das so ja wie ein Hund, der kein Fleisch mehr auf den Knochen hat. Das sieht überhaupt nicht creepy aus. Ja, guck dir die Figuren mal an, also es ist... Ja klar, lächerlich sehen die aus, aber ich finde, die sehen immer noch... Aber knuffig ist was anderes, Alter. Also das werde ich nicht als knuffig, ja. Ja, der mit dem, ja, der mit dem, mit dem Ripcage, den du aufmachen konntest. Der wurde übrigens auch von Chris Lata gesprochen. Von dem Starscream-Sprecher, der auch Cobra Commander gesprochen hat. Deswegen habe ich dann, äh, deswegen kam ich so ein bisschen zu Inhumanoids, weil ich so über die Transformers-Sprecher recherchiert hatte. Also als Kind hätte ich die Figuren trotzdem creepy gefunden. Definitiv, ey. Ja, der, der, der vordere, der erinnert mich so ein bisschen von der Machart her an den Rancor aus den, ähm, 80ern. Ja, wollte ich auch gerade sagen. So Rancor, aber so mit, Rancor mit Yoda-Ohren. So sieht er aus. Allein schon, wie er die Hände hält, das erinnert mich total an den Rancor. Ja, hast recht. Ja, Secret Love, schau auf Yoda und Rancor. Wurde mal bitte irgendeinen Star-Wars-Fan in Mini-Film dazu. Yoda hat sich nach Tatooine verhört. Und dann ist er ewig in Darko, auf Dagobar gelandet dann. Nee, ich kann nicht zurück. Wie schönes Schnäuzchen du hast? Boah. Befummeln, ich dich möchte. Mein Licht werde ich dir zeigen. Oh, okay. Ja, genau, jetzt mach's weiter. Jetzt ist Niveau vollends abgesagt. Nee, aber die Serie hat auch nur 13 Episoden. Das ist auch für eine 80er-Jahre-Serie eigentlich relativ wenig. Also mal als Vergleich, Transformers hat über 98 gehabt, Generation 1. G.I. Joe hatte ja auch irgendwie eine Menge. War es das? 160. Turtles, irgendwas über 200. Ja, aber Saber Rider, ich glaub auch so an die... 50? Oh, keine Ahnung, weil ich jetzt nicht mehr... Ist ja auch vorerst. Nein, also 13 Episoden für eine 80er-Jahre-Serie, die halt auch dazu diente, Action-Figuren zu verkaufen. Die Action-Figuren sind übrigens auch von Hasbro gewesen. Mhm. Und ich frage mich, was die... Ob die vielleicht nachzumachen mit den Rechten auch nochmal was vorhaben. Ich meine, warum nicht, ne? Kannst du... Ja, aber sie sind damals nicht gut gelaufen. Warum sollen die das nochmal machen? Selbst wenn es damals nicht gut gelaufen ist, aber es gibt sehr viele Leute, die es halt damals in den USA halt gesehen haben. Und halt sehr gute Erinnerungen daran haben. Also ich denke gerade... Ist aber abhängig davon, wie du es halt aufziehst. Ja, eben. Wenn du es ein bisschen vorbereitest, sag ich jetzt mal, dann könnte das vielleicht was werden. Gut, aber bevor ich das mache... Pacific Rim, Pacific Rim, so als Stichwort. Ja, aber rein, bevor ich sowas mache, überhaupt eine Serie wiederzubeleben, gucke ich mir doch an, welche Serien gab es in dieser Zeit noch und welche hat mehr Profit abgeschmissen. Und da gibt es bestimmt ein paar andere von Hasbro, die mehr Kohle gemacht haben als diese Seitennische da. Klar, wir... Ja, okay, nicht unbedingt das, aber... Klar, Fans dieser Serie gibt es bestimmt und wir würden das bestimmt auch feiern, wenn es davon Figuren gibt. Wer will das nicht? Ich habe das bei Masters of the Universe ja auch gemacht, dass sie neu aufgelegt wurden und habe mich gefeiert wie sonst was. Aber ich denke mal, dass da, wie gesagt, Dino-Riders, Mask und sowas vorher Hervorrag haben. Oder vielleicht sogar Visionaries. It is a time when magic is more powerful than science and only those who control the magic control destiny, they are the visionaries. Tolle Überleitung, Alter. Ja, aber richtig, richtig grenzwertig. Nein, also Visionaries, da kann man ja eigentlich auch schon fast von ausgehen, dass da noch was kommt. Oh, Marco, sag uns mehr. Worauf begründet sich diese Annahme denn? Ja, vielleicht habt ihr den Artikel gelesen, den ich auf unserer schönen Startseite vor gar nicht allzu langen sechs, sieben Jahren, nein, natürlich nur ein paar Monate, mal gepostet habe. Denn, ich suche nochmal raus, denn Hasbro hat ja sozusagen auch so eine Art Shared Universe im Kopf. Unter anderem auch mit Mask und mit, ähm, mit anderen Serien, G.I. Joe. Na, finde ich jetzt gerade nicht einen Beitrag. Wo habe ich denn das? Okay, ich habe es doch nicht auf der Startseite, ich habe es im Forum geschrieben. Ich sehe schon vor mir, wenn dann der Cobra-Commander auf dem Dinosaurier reitet und dann den Thunderhawk von Matt Tracker jagt. Hm, klingt eigentlich gar nicht mal so geil, äh, gar nicht mal so schlecht, wenn man es ausspricht. Genau, gar nicht mal so geil. Alter, was mir jetzt nur bei den Visionaries, ich habe mir jetzt, ich rufe mir gerade so jetzt über Google Bilder auf und wenn ich mir so die Rüstungen ansehe, Alter, leh Gott, hast du doch jetzt voll die Nexonites voll nachgemacht irgendwie. Ja, klar. Das ist ja auch das, was ich in der Videoreview, als ich das erste Nexonites-Set gereviewt habe, gesagt habe. Auch das mit den Schildern und diesem mit dem Augmented Reality. Wobei es bei Nexonites leider unter dem eingesetzt wurde, was es könnte. Ähm, aber an und für sich, äh, finde ich das schon relativ inspiriert. Genauso wie damals, ähm, ich hatte den bei Facebook befreundet, den Creative Director oder den Creative Artist für die Thundercats-Serie. Ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht mehr. Ähm, mit dem habe ich ein bisschen geschrieben gehabt. Und der hatte einen richtigen pissigen Hals auf Lego, weil das für den, äh, dieses Legends of Chima, für den so ein leichter Rip-off von Thundercats war. Also den konntest du da echt nicht... Ja, kann ich voll und ganz verstehen, ja. Den konntest du aber nicht darauf ansprechen, der war da richtig sickig. Und, ähm, ich kann's irgendwo verstehen. Andererseits haben die sich ja dann gerade noch so aus der Affäre gezogen, indem sie halt nicht nur, äh, halt hier Katzenfiguren gemacht haben, sondern halt auch Löwen und, äh, nicht Löwen, äh, Krokodile und, äh, und, äh, weiß ich, Flughörnchen, bla, sowas halt. Ja, aber trotzdem, weil, also, als ich die Krokodile gesehen habe, dachte ich mir, ja, Krokodile ist auch eine Echse. Und ja, das war dann auch wieder dieser Echsen-Typ halt von Thundercats halt. Mhm. War trotzdem, du konntest es nicht abstreiten. Jo, da hat auch einer Thundercats geguckt. Ja. Also der war da ziemlich, ziemlich angepisst deswegen. Also, ich konnte es irgendwo verstehen. Andererseits denke ich, ja, hm. Ich bin ja über jedes bisschen froh, was halt so ein bisschen, ähm, meine, äh, Kindheitsänderungen ankitzelt. Ja, aber dieses Konzept von Visionaries, ich denke, das würde heute verdammt gut funktionieren. Ähm, für die, die Visionaries nicht kennen, die hatten halt, ähm, so Symbole, so Holo-Symbole auf der Brust oder halt auch auf dem Schild. Die hatten halt, äh, so ein Stand der Arte war das eher. Ähm, da war dann halt so ein holographisches Bild, sprich, wenn man das halt so ein bisschen links und rechts dreht, dann, äh, hat das, äh, hier so, so 3D-Bildchen gezeigt. Ähm, die waren damals schon ziemlich cool, keine Frage. Aber, ich denke, heute mit den Techniken, die Augmented Reality bietet, oder halt jetzt eben auch Smartphones. Ich meine, jeder, fast jeder hat heutzutage ein Smartphone in der Tasche. Ich nicht. Ja, du nicht, du bist ja eine Ausnahme. Ich bin Vintage. Das Kind, das 1988 geboren ist, ist Vintage. Du hast noch, du, er hat noch eine Wehscheibe zu Hause. Oh, jetzt wird's aber hier richtig retro. Nein, also, ich denke, mit der heutigen Technik wäre das schon ziemlich cool, da was draus zu machen. Ich stell mir das so vor, ähm, Chris hat ja auch ein 3DS. Du hast ja bestimmt auch schon mal dieses Augmented Reality mit diesen, äh, mit diesen Karten gemacht, ne? Ja, ja, genau. So in etwa stell ich mir das mit Visionaries vor. Sprich, du hast links und rechts halt so, natürlich halt so leicht zur Kamera gedreht, damit die Kamera das halt auch erkennen kann. Äh, von den neuen Visionaries, äh, Figuren links und rechts einen stehen, einen guten und einen bösen. Die Kamera erkennt links das Symbol, erkennt rechts das Symbol und animiert dann halt auf dem Handy-Display sozusagen, wie da diese Symbole lebendig werden und sich dann halt so ein kleines Match liefern. Also quasi Yu-Gi-Oh! Karten für Arme. Ja, sozusagen, ja. Aber sowas, weißt du, das stell ich mir geil vor. Als Kind, ich hätte das sowas von abgefeiert. Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter und stell dir das vor mit Sony Playstation VR. Ja, zum Beispiel. Könntest du auch machen. Ja. Das war, ähm, um nochmal den Bogen zu schließen zu diesem Multi-Property-Universe, wie es halt von Hasbro genannt wird. Ähm, die haben ja ein eigenes Filmstudio gegründet, die Allspark Pictures. Und die wollen halt diverse Marken, wie halt G.I. Joe, Micronauts, äh, Mask, Visionaries, zusammen mit Paramount halt eben als Film-IPs, ähm, machen. Beziehungsweise, G.I. Joe hat ja schon zwei Filme bekommen. Aber es gab ja schon Gerüchte, dass man vielleicht, äh, G.I. Joe 3 mit Mask verbinden könnte. Ja, da geben sich dann der Roadblock und der Matt-Tracker so die Klinke in die Hand. Ja, aber ich fände das irgendwie auch geil. Also, irgendwie würde es ja passen. Also, ich, Mask ist für mich, ähm, ich sehe es Mask so ein bisschen als Mischung aus, äh, G.I. Joe und Transformers. Du hast halt diese Menschen, die Autos steuern, die sich auch verwandeln können, wie Transformers. Und halt, dass es eben keine autonomen Roboter sind. Die Idee ist ja auch überhaupt nicht schlecht und, äh, ist cool, dass Hasbro das wirklich jetzt auch so planen will. Ähm, ja, die haben ein Studio gegründet mit Personal dahinter und das wird alles geplant und so weiter. Nur all diese ganze Umsetzung, ja, wir machen das als Filme, als Film-Universum. Ich denke mal damit, wenn die Länder so richtig auf die Fresse liegen. So, was musst du als Serie ausprobieren. Sondern, wenn die, wenn die, wenn die das als, wenn die Kinder das als Serie sehen und dann kündigst du an, jo, das kriegst du jetzt auch als Film mit echten Schauspielern und Super-Mega-Action und Michael Bay fackelt die ganze Leinwand ab. Ähm, dann kannst du das auch bringen. Mhm. Aber, ich denke halt eben, oder halt eben auch als Comic-Reihe, ne, würde ja auch schon, das, äh, würde ja auch schon reichen. Ähm, da kommt ja jetzt auch von Mask eine neue Comic-Reihe, äh, auch von IDW-Comics. Auf die bin ich auch ziemlich gespannt. Ähm, nochmal kurz Mask, eigentlich wollte ich meine Mask für später aufheben. Ähm, aber da gab es ja auch dieses, ähm, Projekt, äh, Unit E oder Unite. Äh, ich weiß immer noch nicht, wie es ausgesprochen werden soll, weil es wird geschrieben, Unit wie Einheit, Doppelpunkt E. Das könnte Unit E oder eben auch Unite heißen, je nachdem. Ähm, aber da hatte man ja auch schon so Konzeptzeichnungen gesagt. Oder es war ja irgendwie nur so ein Zwei-Seiten-Comic, der halt möglichst viele, äh, IPs von Hasbro, ja, zusammen auf einer Seite darstellt. Aber das, ähm, die Artworks haben mir eigentlich schon ziemlich gefallen. Und man hat jetzt halt auch hier so eine Art, äh, Teaser-Plakat eben für Visionaries und Mask gezeigt. Das verlinke ich euch gerade auch nochmal unten, damit ihr auch was zu sagen könnt. Und das sieht eigentlich schon ziemlich cool aus. Also ich denke, Visionaries, wenn man es richtig anstellt, könnte auch ziemlich cool werden. Also ich habe die Serie gerne geschaut. Ich fand die Figuren damals schon geil, weil halt Sci-Fi und Ritter, das ist so, das kitzelt, glaube ich, jedes kleine Kind irgendwie. Mindestens mit einer Themenseite, ob es jetzt entweder Sci-Fi oder Ritter ist. Aber mit eins und beiden konnte man eigentlich jedem Kind irgendwie, äh, Begeisterung zaubern. Ja, ne, vielleicht kommt ja jetzt so, so ein bisschen der Hype auch wieder so. Ich meine, jetzt kommt ja demnächst auch der Warcraft-Film. Dann hast du wieder so eine feste Größe, so Fantasy-mäßig auch wieder im Kino. Wenn der gut läuft, machen die ja bestimmt auch viele weitere Teile dazu. Und, ähm, ja, vielleicht wollen dann halt andere auch einfach nachziehen. Ja, wobei, ja, okay, da bin ich jetzt wieder Korinthenkack. Aber bei Warcraft, da sitzt ja auch Blizzard dahinter. Blizzard haben, ähm, da natürlich auch ein Auge drauf, was mit ihren IPs passiert. Und Hasbro sagt ja, hauptsache ihr macht damit eine Menge Asche. Ist mir scheißegal, ob Michael Bates zum x-ten Mal wieder auf dem Stuhl sitzt. Aber hauptsache kommt mächtig Asche ins Haus. Und wir können unsere Spielfiguren verkaufen. Das ist irgendwie, das finde ich auch irgendwie so geil. Ich meine, wir waren ja auf der Spielwarenmesse in Nürnberg Anfang Januar. Da haben wir ja die Warcraft-Figuren gesehen. Die sehen jetzt nicht schlecht aus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ja, der Film wird rocken. Nur Spielzeug sieht das halt jetzt nicht so besonders aus. Und bei Hasbro ist es eigentlich mehr so das Gegenteil. Die Spielfiguren zum Transformers- und G.I. Joe-Film waren super. Aber die Filme waren kacke. Jetzt, also, relativ, ne. Also, ist jetzt, meine eigene Meinung zu Transformers, äh, den Filmen, ist natürlich noch ein bisschen anders. Aber ich fand den ersten G.I. Joe-Film natürlich auch ziemlich gut. Den zweiten jetzt eher weniger. Aber, naja, mal gucken, was da kommt. Bin jedenfalls extrem gespannt. Einen dritten G.I. Joe bräuchte ich für mich persönlich eigentlich nicht. Wobei, mit einem anderen Regisseur, denke ich, habe ich da mehr Hoffnung. Doch, wir brauchen unbedingt einen dritten G.I. Joe, weil ich unbedingt eine weitere große Schlacht Cobra gegen G.I. Joe sehen will. Das hat mich im zweiten Teil so abgefuckt, dass es hieß, äh, ja, jetzt sind übrigens nur noch, äh, fünf Joes aktiv und der Rest ist alles tot. Das ist kein G.I. Joe, das ist, das hat als Serie funktioniert, G.I. Joe Renegades. Die Serie fand ich echt gut. Ähm, war auch leider sehr kurzlebig, ähm, fand, was ich sehr schade finde. Ähm, aber, äh, G.I. Joe Renegades fand ich super. War eine schöne, ähm, Spin-Off-Geschichte eigentlich. Kann man schon als Reboot, äh, bezeichnen von G.I. Joe. Aber halt eben auch, da hat das eben mit diesem kleinen Team von, äh, Überlebenden oder von so einer, ähm, unabhängigen Einheit eigentlich ganz gut funktioniert. Nur als Film, der erste war halt echt Spektakel. Der erste war, der hatte einfach ein richtig gutes, äh, ja, Spielzeugverfilmungs, ähm, Nerdgasm-Niveau, weißt du? Du guckst einen Film, du hast da diese völlig absurden Sachen wie diese Unterwasserbasis in der Arktis, die eigentlich so gar nicht funktionieren kann. Oder, äh, diese übertriebenen Anzüge, mit denen sie dann halt durch den Zug springen, oder Bus, oder was das war. Und, also, der Film hat einfach von vorne ein bisschen einfach so fucking Spaß gemacht, weil er sich nicht ernst genommen hat. Die wussten, hey, was wir hier machen, ist völliger Schwachsinn, aber wir haben da jetzt einfach voll Bock drauf. Ja, genau. Und der zweite war einfach so verkniffen und so, ja, mh. Ja, verkniffen würde ich nicht sagen. Die haben einfach gesagt, das ist unser Sequel, das wird jetzt dunkler, das wird jetzt unser Empire Strikes Back. So, die Bösen sind erstmal voll in der Überzahlung, gewinnen alles und, boah, und dann müssen diese Underdogs halt gucken, dass sie wieder irgendwie hochkommen. Und dann, ja, ja. Aber der Film hat das halt überhaupt nicht so transportiert. Aber halt Ende offen quasi, und das ist dann logischerweise, dass die Machart um den dritten Teil draus ballern. Und sie haben sich auf jeden Fall sehr schön offen gelassen, dass die meisten Leute das erwarten. Ja, jetzt nicht so wie am Ende von Super Mario Bros. der Film, wo Daisy da wieder da steht, Mario, Luigi, ich brauch euch. Nicht schon wieder, Daisy. Das ist schon das siebte Mal diese Woche und wir haben erst Montag. Ähm, naja, also, ich muss aber auch sagen, G.I. Joe, die Serie, hab ich gar nicht so gesehen. Also, wie gesagt, jetzt Renegades hab ich gesehen. Ich hatte mir mal eine Folge von Sigma Six angetan, aber die hat mich irgendwie überhaupt nicht so begeistert. Ich hab da, glaub ich, nach der Hälfte wieder ausgemacht, weil es einfach so komische Grütze war. Ja, das war richtig, war, nee, das war, das Einzige, was ich, äh, das Einzige, was ich an, an der, äh, 6x6-Serie, äh, sehr gut fand, war so dieses, äh, dieses, äh, dieses, äh, nicht das Konzept, aber so wie die Folgen aufgebaut waren. Was halt einfach nicht so, dass das ganze Team halt in jeder, äh, Folge aufgekommen, aufgetaucht ist, weil es dann, äh, die erste Folge war dann, ähm, halt erstmal dieses, äh, Setup. Ja, der Cobra Commander ist, äh, eingekerkert und, äh, das Team G.I. Joe hast du von jedem, vom Team halt mal kennengelernt oder auch die Konstellation, wie wird das Team demnächst aussehen. Und ab da hattest du dann, ähm, in jeder Folge so ein Setting. Da war das Duke gegen Sartan, meine ich, und, äh, Scarlet gegen die Baroness und einmal war, ich glaub, ich weiß gar nicht, ob Broadblock in der Serie dabei war. Auf jeden Fall, irgendeiner war dann, musste dann halt gegen Destro antreten und, das war halt cool, das war richtig. Richtig, jede Folge war ein anderer Versus halt eben halt. Das war richtig, das war richtig, vom Konzept her war das richtig cool. Die 80er Jahre Serie, die hab ich irgendwie nie verfolgt. Ich mein, die lief ja auch nicht in Deutschland. Hier in Deutschland kann ich hier... Lief die denn hier nicht auch als Actionforce hier? Ja, dazu wollte ich gerade kommen. G.I. Joe wurde nämlich hier in Deutschland als, oder, ich glaub, allgemein hier in, äh, in Europa, oder? Allgemein in Europa, ja, ja, weil die haben einige Bios, meine ich, sogar geändert, dass es dann hieß, ja, der, äh, der Flint, meine ich, der... Der hieß dann hier auch zwar hier Flint, aber dann hieß es dann ja, der, äh, äh, der ist ein Brite und kein Amerikaner mehr. Irgendwie so, meine ich. Die haben ein paar Origins halt, äh, umgeschrieben, meine ich, für einige Charaktere. Es waren eigentlich die gleichen, ähm, und dann halt sind die einfach nur aus anderen Ländern gekommen. Was dann irgendwie ziemlich lustig war, wenn die Actionforce auf G.I. Joe traf, irgendwie in Events oder so. Und, äh, eigentlich hattest du dann den gleichen Charakter dann nochmal. Nee, also, ich glaub, so das Erste, was ich ja wirklich so davon in Berührung bekommen habe, war, als mein Bruder von seiner Patentante, äh, von Actionforce dann halt so ein, ähm, Schneefahrzeug geschenkt bekommen hat. Das war so das Erste Mal, dass ich irgendwie überhaupt was von G.I. Joe Actionforce mitbekommen habe. Und, ähm, ich kann mich, aber das fällt mir gerade nur ein, da waren wir mal wieder in Holland, wir waren ziemlich oft in Holland, irgendwie, gefühlt jedes freie Wochenende. Ähm, da hab ich gesehen, ich weiß auch nicht, ob das... Jedes freies Wochenende als kleines Kind. Ja, ich musste arbeiten, ich hatte nicht immer das Wochenende frei. Ich war auf, ich war erst monatelang auf Montage. Genau, mit sechs. Nein, aber, ähm, ich kann mich erinnern, wir waren in, äh, Srevening, also es ist auch so, so, äh, direkt am Meer, ähm, nördlich von, nee, südlich von Nordrhein, glaube ich, aber ist ja egal, wir sind ja nicht in, äh, Geografie. Ähm, da war auch ein Intertoils und da hab ich gesehen, Streetfighter-Figuren im G.I. Joe-Stil. Ich meine sogar, das war offiziell von G.I. Joe, ähm, so eine Parallelserie oder so eine Miniserie, die es da halt irgendwie mal von gab. Aber ich kann mich erinnern, ich hab da M. Bison gesehen und Dalsim und, äh, da war ich, wie alt war ich da? Sechs, sieben Jahre alt vielleicht, also um den Dreh. Waren die denn genau wie die G.I. Joe ist? Also die gleichen, äh, Bewegungs- und Artikulationspunkte? Ja, ich meine, ich meine, ja. Und wisst du was, ich google das jetzt mal. G.I. Joe. Street. Ach ja, ey, ja, jetzt wo du das sagst, da gab's doch, da gab's letztens auch wieder so ein Crossover-Comic von IDW, glaube ich sogar. Aber da will der, äh, äh, M. Bison mit Destro, wollen die so ein, äh, äh, so ein Kampfturnier halt halten und, und, ja, dann kämpfen Cobra und Joes gegen Streetfighter-Charaktere. Ich hab's aber noch nicht gelesen. Ja, genau, die sind das, also... Vollfiguren gab's davon. Ja, genau, M. Bison hab ich auf jeden Fall gesehen. Geil, mein ich sogar... Dalsam? Ja, doch, da ist Dalsam. Also, kann ich mich auf jeden Fall noch recht dran erinnern, wie ich da vorstelle, hab mich gefragt, äh, Streetfighter-Figuren? Na, wann gibt's die denn? Warum gibt's die nicht bei uns in Deutschland? Ach, vor allem, Leute, das sind ja diese richtig geilen 80er-Jahre-Karten, so super-mega-groß, die Figur so ganz klein in der Ecke, das Card-Art ist, äh, dreimal so groß und unten die Accessoires so ein bisschen reingestopft. Aber dafür waren die, waren die Gelenke so geil aus Metall, das waren die einzigen Figuren, die damals Metallstifte benutzt haben für Gelenke und so. Ja, definitiv. Das machen die Joes, Joes ja heute, meine ich, immer noch? Nee, nicht mehr. Aber die Vintage-Joes auf jeden Fall, die werden immer noch so hergestellt, wenn's da neue Auflagen gibt. Ja, das stimmt, aber die neuere vom Film zum Beispiel, das waren ganz normale, die, so Stile von... Nö, 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 äh, ich hab hier grad einen Snake-Eis von Rise of Cobra in der Hand, der hat, äh, noch so einen Metallstift, der die Oberschenkel miteinander verbindet. Okay. Aber die Arbeit ist nicht normal, oder? Ich hab ja nur den Cobra Commander davon, äh, da bin ich mir jetzt... Wobei, doch... Ja, jetzt, wo du sagst, ich hatte den letztens in der Hand, doch, da ist auch noch Metall drin, ja. Ich müsste meine Kiste aufmachen, wo meine Sammelkiste sind, keine Ahnung, wo die sind. Ist das denn so eine tolle Kiste, Chris, äh, da ist einfach nur alles so reingepfeffert, und so, dann müsstest du mal richtig so ein Video machen, wie du sie einmal so umwirfst. Und dann, oh, guck mal, was ist das denn? Ja, das ist das. Das gehört zu dem. Nee. Mal gucken, was ich hier gleich auch noch finde. Das, ja, theoretisch schon, das ist so meine Customize-Kiste, wo ich verschiedene Figuren, äh, Serien drin reingeschwissen hab und mal was bachseln wollte. Ah, dein persönliches Ersatzteillager? Ja, aber es sind halt komplette Figuren drin. Ich hab so ein paar Sachen angefangen, aber nicht wirklich zu Ende gemacht bis jetzt. Ah, okay, verstehe. Ich hab ja immer geflasht, als ich dann damals, weil ich ja also auf dem Mars-Trip war, oder immer noch bin, als ich den Matt Tracker auf G.I. Joe Karte gesehen hab. Ich so, hä, was ist denn jetzt ab? Und, hä? Und, äh, den hab ich nie gefunden. Ich hab den nie gesehen, ich würde ihn so gerne mal haben, aber... Marco, den hast du doch noch, oder? Marco hat den, ja. Ich hab schon bei ihm ja auch im Regal gesehen. So, Arsch! Der ist schon cool. Also, der ist halt vom Stil her schon ein bisschen, äh, arg neu interpretiert. Aber er hat eine Maske. Er hat eine Maske, ja. Eins, was ich an dem nicht komisch fand, äh... Was du nicht komisch fand? Nein, was ich an dem sehr komisch fand, ist, ist, äh, warum ist das, äh, der Helikopter oder das Jetpack-Ding, was der auf dem Raum ist, das Grün? Das ist eine Hommage an das, äh, Motorrad. Von... Ah, okay. Condor. Condor, genau, ja. Ja, von amerikanischen Helden kommen wir nun zu Katzen. Oh! Nein, nicht die Katzen. Was denn dann? Was für Katzen gab's denn noch? Garfield. Ich mag keine Montage und ich esse nur Lasagne. Kannst du auch Heathcliff nehmen? Den fand ich immer komisch, weil der nicht geredet hat. Doch, hat er. Doch. Ja, immer nur, wenn der dann dieses komische Crossover mit dieser anderen Katze hat, die auf diesem Schrottplatz lebt. Äh, nein. Äh, der hat immer gesprochen. Garfield. Garfield hat nur gesprochen. Garfield hat nie gesprochen. Garfield war so ein Gedankensprecher. Nein, was ich meine, es sind fünf Katzen, die sich zusammen zu einem großen Kampfroboter zusammenschließen. Und wir reden jetzt also nicht von Power Rangers. Samurai Pizza Cats. Genau. Mit dem Voltron-Mesh-Up. Ach, verdammt. Von Tagen, seit langem, von uncharteren Regionen des Universums, kommt eine Legend. Die Legend von Voltron, Defender des Universums. Ein mightierer Robot, liebt von Gut, feiert von Gut. Ja, aber nur mal so, aber, äh, Samurai Pizza Cats, die hatten doch auch so ein Mac, doch, oder? Aber es waren keine fünf, das sind nur drei gewesen. Ja. Ist ja egal. Die fand ich aber geiler. Samurai Pizza Cats. Die waren cool, ja. Aber es war ja eigentlich eher eine Anime-Serie, meine ich, ne? Ja, aber trotzdem war sie geil. Ja gut, Voltron ja auch. Vorher zu sagen, Voltron. Da sind wir in diesem Podcast mal nicht so kleinlich. Ja, dann haut raus. Ich halte mich nochmal raus, weil Voltron habe ich so überhaupt nicht. Also gar nicht zu sagen. Ich habe Voltron auch nie so wirklich aktiv gesehen. Ich hatte ja damals dann von Anime House als Rezensionsexemplar, ähm, dieses Boxset bekommen, ähm, mit der neuen Synchro. Äh, viele Grüße an dieser Stelle an den Timo, falls er diesen Podcast hört. Äh, tolle Arbeit hast du da geleistet. Ähm, der hat nämlich das, äh, Dialogbuch geschrieben. Und, ähm, es hat auch sogar einen Charakter, ähm, gesprochen. Ich glaube sogar, es war Sven. Ich bin mal nicht sicher. Aber, tut es gerade auch nächste Sache. Ja, doch eigentlich schon. Es geht ja um Voltron. Aber, ähm, Voltron habe ich irgendwie nie so, so ganz gesehen. Ich habe irgendwie mal im Spanien Urlaub habe ich dann halt mal irgendwie einzelne Figuren von Voltron gesehen, die man dann, glaube ich, halt auch zu einem großen zusammensetzen konnte. Kann auch sein, dass es ein Knock-off war. War das dann auch dieser, der Katzen-Voltron? Oder war das der, äh, also ich dachte jetzt, du meintest vielleicht diesen Vehicle-Voltron, der dann was später kam. Das ist übrigens auch eine interessante Anekdote, ähm, denn Lion Force und diese Vehicle Force, wie ich die jetzt einfach mal nenne, das sind eigentlich zwei völlig unterschiedliche Serien, die aber halt für den Westen zu einer Serie im Prinzip zusammengewürfelt wurden. Sorry, sagst du das bitte nochmal? Was? Das ist Vehicle. Boah, Alter, da kriege ich Ohrenkrebs. Vehicle. Ja. Vehicle. Vehicle. Vehicle Force. Ähm, der Original-Name von Lion Force war Hyakuju-O-Golion, also Gol, ja, Golion, Golion, keine Ahnung. Und, ähm, irgendwie ist das halt irgendwie nicht so, das sind zwei unterschiedliche Serien, aber halt für den Westen wurde es halt eben, ähm, zusammenhängend gemacht. Was man jetzt davon halten kann. Aber ich fand, äh, das mit den, mit den Vehikeln immer irgendwie total dämlich. Ja, das fand ich auch irgendwie voll mega komisch, weil dann war dieser Vehicle-Voltron halt, äh, erst im Weltall, als kompletter Roboter, und dann mussten die in einer Folge aber irgendwie auf verschiedene Planeten. Und dann haben die sich gesagt, ja, wir müssen uns jetzt aufteilen, um die Bösen überall gleichzeitig aufhalten zu können. Und das Ding hat sich aufgeteilt in, was weiß ich, da drei Raumschiffe, da drei Fahrzeuge, da drei... Da einen Frittenbuden. Da drei nochmal was. Und dann haben die sich dann wieder aufgeteilt und dann nochmal aufgeteilt. Und die sagten, Alter, aus wie vielen Teilen besteht das Ding denn? Ja, ich glaube, man möge mich bitte korrigieren, wenn ich da falsch liege, also auch an euch Zuhörer da draußen. Ich habe das irgendwie so in Erinnerung, dass, ähm, dieser Kombinationsmodus flexibel war. Sprich, der konnte entweder aus, weiß ich, 1.500 Teilen bestehen oder auch nur aus fünf. Irgendwie sowas meine ich in Erinnerung zu haben. Ich erinnere mich jetzt nur an diesen geilen, äh, Robert-Chicken, äh, Airshot-Clip halt, wo dieser Vehicle-Voltron sich halt versucht zusammenzusetzen und die kriegen das einfach nicht hin. Und dann sind die nachher zu spät und die ganze Raumschiff-Basis ist schon kaputt. Boah, you're not even the real Voltron! Nee, ich hatte mir, bevor du das jetzt erzählst, hatte ich mir das jetzt bildlich vorgestellt, wie die da stehen, äh, nur auf einem Bein hinkend. Ja, wo ist denn der Rest? Ja, die stehen im Stau. Irgendwie total abstrus. Die stehen im Stau, im Weltraum. Ja, im Weltraum-Stau. Oder schlechtes Wetter, äh, weiß ich. Im Weltraum. Meteoritenschauer. Meteorschauer. Meteorschauer. We're losing our power! Nee, aber irgendwie, die Serie damals hab ich irgendwie nie so wirklich gesehen. Ich fand halt, äh, Voltron Lionforce halt so als, äh, so an sich optisch immer ganz cool. Ich meine, ich muss unbedingt noch den, ähm, die Funko-Pop-Figur von Voltron holen. Ich hab auch irgendwie nie so die, die, die Bösen. Die hast du auch irgendwie immer viel zu selten gesehen. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, ich glaube, dass das in Voltron war. Du hast irgendwie diese zwei riesigen Typen, zwei riesige Herrscher von zwei unterschiedlichen Dämonenplaneten gesehen. Und die haben ihre Krieger immer so in so Weltraumsärgen rumgeschickt. War das in Voltron? Und dann ist das Ding auf dem Planeten halt aufgeschlagen. Und da ist dieser riesige Typ da rausgekommen und dachte so, boah, ich hau hier alles kurz und klein. Und die könnten nichts dagegen machen. Außer ihr habt vielleicht fünf Katzenroboter, die zu einem Großen werden. Dann bin ich vielleicht machtlos. Und dann, ja, verdammt. Ja, haben wir. Was ich übrigens faszinierend finde, Voltron lief erst in den, 1984 lief das erst in den USA an. Aber erst über zehn Jahre später, nämlich 95, lief Voltron zum ersten Mal auf RTL 2. Also haben die Serie jetzt halt eben trotzdem halt mit den 80er Jahre mit reingepackt. Weil es halt eben technisch gesehen eine 80er Jahre Serie ist. Ich habe ja viele andere Serien ja auch hier. Da wird mir jetzt noch Defenders of the Earth einfallen. Ja, ihr werdet in diesem und im, das verrate ich jetzt schon, im darauffolgenden Podcast, der halt auch irgendwann im Laufe der Zeit kommen wird, zum Thema 90er Jahre Cartoons und Figuren. Nein, du hast es verraten. Das war doch eine Überraschung. Da werdet ihr ja feststellen, dass wir da halt auch relativ flexibel halt eben auch mit umgehen. Weil es ist halt echt schwer, es jedem zurecht zu machen. Da haben wir gesagt, ja gut, wenn wir es eh nicht jedem recht machen können, machen wir es wenigstens uns selber recht. Da werdet ihr halt auch feststellen, zum Beispiel, Turtles ist, wenn man danach geht, nach der deutschen Ausstrahlung, eigentlich eine 90er Jahre Serie. Und dafür haben wir dann aber halt eben auch in den 90er Serien, glaube ich, auch eine bei, die eigentlich auch eher zu 80er zählen würde, oder? Ich weiß es gerade nicht genau. Irgendwie war da was. Da hatten sich dann ein, zwei Leute zu geäußert. Aber es ist halt, man kann es nicht jedem recht machen. Aber was ich halt auch cool fand, die haben ja damals echt den Arsch voll zu tun gehabt haben müssen. Toei Animation hat nämlich die Serie produziert. Ähm, die Rechte für die Serie liegen bei World Event Productions, die halt eben auch Saber Rider horten. Und, ähm, zu Voltron gab es ja dann auch noch eine zweite Serie, ob es war so halt ein Remake. Oder war es eine Fortsetzung? Nee, ich glaube, es war eine Fortsetzung. Ähm, die dann halt irgendwann noch gar nicht so alt ist. Ich glaube, die kam Anfang der 2010er raus, äh, halt noch leicht computeranimiert, meine ich, irgendwie was. Die habe ich aber auch nie gesehen. Aber was halt jetzt auch angekündigt wurde, Netflix hat sich nämlich die Rechte gesichert für eine neue Serie. Die ist auch schon fast fertig produziert. Die startet nämlich schon im Juni. Da habe ich auch einen Newsbeitrag zu geschrieben. Das heißt, wenn ihr da noch ein bisschen was zu lesen wollt, dann geht auf starblight.de. Da könnt ihr nicht so was zu lesen, da ist auch ein Teaser dabei. Genau. Kleines, nettes, lustiges Teaser-Video. Und da könnt ihr euch mal einen ersten Eindruck von Voltron. Äh, Verteidiger des Universums. Ne, Defenders of the Universe war der US-Titel, ne? Da müsste Verteidiger des Universums sein, ja. Ähm, das ist der, die neue Serie. Sieht auf jeden Fall, ah ne, Legendary Defender heißt die Serie, die neue. Ähm, sah auf jeden Fall schon mal ganz nice aus. Ich bin mal gespannt. Und hoffe auch natürlich auf Actionfiguren zur Serie. Boah, das muss irgendeiner so eine Parodie auf die Verpackung machen. Sag ich dir ganz ehrlich so. Voltron, Leggen, warte, es kommt gleich. Derer Verteidiger des Universums. Mit Special Guest Barney Stinson. Ja, der muss, äh, also die müssen den Philipp Moog, ja, der hat den Barney auf Deutsch, der muss definitiv einer der Sprecher werden. Ja, es, Mattel hatte, der hat ja die Rechte halt für die Figuren und, wobei, es gibt ja mehrere Rechteinhaber. Ich glaube, es ist ja auch wieder unterteilt, wer hat die Rechte im Westen, wer im Osten, wer am Nordpol, weiß ich was. Ähm, Mattel hat ja auch so eine Art Classics-Reihe für Voltron. Und, ähm, die waren aber ziemlich teuer. Da haben sie dann halt die einzelnen Löwen halt jeweils veröffentlicht. Und die konnten es dann halt zu einem riesigen, fetten, äh, Feed zusammensetzen. Und es hat halt auch arge Gewichtsprobleme hatte. Ja, der, ich hab da, glaube ich, eine Review gesehen von Abt Bartomus. Und der hatte, der, der musste sich richtig hinter das Ding stellen. Weil, erstens ist das Ding total riesig. Und dann, weil es auch Diekars-Teile im Oberkörperbereich hat, total lastig. Du, ja, eigentlich kannst du das Ding nur an die Wand gelehnt hinstellen. Weil, du musst die ganze Zeit Angst haben, dass das Ding, äh, nach vorne oder nach hinten überkippt. Aber es sieht verdammt geil aus. Also, es ist richtig so ein, so ein, so ein Masterpiece eigentlich. Weil das Ding ist auch verdammt riesig. Der ist, glaube ich, ein, ich glaube, der kommt ungefähr, von der Größe her, meine ich, kommt der ungefähr so hin wie dieser, äh, äh, von Transformers, der Combiner Wars Devastator. Ja, ich glaube, das Ding ist mindestens genauso groß. Aber die Dinger waren teuer. Also, da kann man schon sagen, Mattel war von allen guten Geistern verlassen für den Preis. Ja, weil die waren auch, glaube ich, nicht so gut beweglich. Die konnten wirklich nur hier die Basics machen. Äh, sprich, du konntest die Arme und Beine bewegen, aber nur auf einer Achse halt. Die Achse, die halt direkt am Körper war, ähm, um die so in relativ dynamische Posen zu bringen. Ähm, aber die hatten irgendwie keine Lichteffekte, keine Soundeffekte, kein gar nichts. Und die wollten trotzdem irgendwie, keine Ahnung, mindestens, äh, 100 Dollar oder so für die Teile im, im Sofort, äh, als die damals in die Läden kamen, wollten die sofort 100 Dollar dafür haben. Und da haben halt viele auch gesagt, so, pff, nee. Ja, also, wie gesagt, da ist Mattel echt von allen guten Geistern verlassen gewesen. Und, ähm, Geister gehören nun mal gejagt, ne? Ha, 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 ha Da hab ich einiges zu sagen, also. Wenn man jemanden lang genug wirkt, wird er auch zum Schlumpf. Nein, es geht natürlich um die Ghostbusters. Aber, aber, die Filmation Ghostbusters. Yay! Ghostbusters, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Mit Tracy, dem Affen. Genau. Gorilla war das schon. Wenn du sagst schon richtig. Gehört zur Spielsdier der Affen. Aber du... Ist doch egal, aber trotzdem kann man das schon sagen. Es war auf jeden Fall kein Schimpanzo, es war ein Gorilla. Und der sah auch ein bisschen aus wie ein Janna Jones, weil der so einen Hut auf hatte und eine Weste und der hat auch so Shorts getragen. Der hat Bermuda-Shorts getragen. Der hatte keine Weste, würde ich sagen. Der war nackig. Der war nackig. Oberkörpernackig. Hm, naja. Ist auch egal. Ach, jetzt ist es egal. Jetzt hat er kein Recht jetzt. Es ist egal. Mir egal. Macht doch, was ihr wollt. Arschlöcher. Nein, aber, ähm, was ich sehr interessant finde, ist, dass die Filmation Ghostbusters in der Frage, welche Serien habt ihr als Kind gesehen, noch vor Voltron und Visionaries kamen. Also, fand ich irgendwie für mich persönlich verwundernswert. Finde ich gar nicht. Ghostbusters lief halt sehr, sehr stark auf Tele 5 und das war so Bambino-Zeit und sowas alles. Genau. Da lief diese Serie auf jeden Fall. Wobei Visionaries, ähm, da konnte ich mich auch nur schwach daran erinnern, aber da gab es ja eine Neuauflage. Mhm. Und die lief nicht so regelmäßig. Aber was auch interessant ist, ähm, Ghostbusters, also Filmation Ghostbusters, basiert auf einer Realserie aus den 70ern. Aber nach dem Kinoerfolg der neuen Ghostbusters, also hier um, äh, Egon, ähm, oh, guck mal, jetzt krieg ich jetzt die Namen mal auf die Kette. Winston und, äh, Egon, Winston, Peter und... Ah, na? Na? Komm. Ne, ich krieg's grad nicht auf die Reihe. Ah. Ray, Alter. Ray, ja, Ray Stance. Ja. Boah, Fail, Alter. Ja. Hahaha. Nein, aber, ähm, nach dem Erfolg der Kinofilme, oder des Kinofilms meine ich, wobei der zweite Ghostbusters war auch Ende der 80er, ne? Der war aber, glaub ich, eine etwas, was heißt größere Lücke, normalerweise heutzutage die Fortsetzung haben so ein bis anderthalb Jahre irgendwie so dazwischen. Äh, ich glaub der, ich glaub drei Jahre auseinander sind die. Irgendwie sowas, ja keine Ahnung. Jedenfalls nach dem Erfolg des, sag ich jetzt einfach mal, des ersten Ghostbusters, haben die dann nämlich gesagt, ah ja, cool, wir machen jetzt eine, äh, Zeichentrickserie, ähm, zu Ghostbusters, ähm, zu Ghostbusters, also nicht Ghostbusters, sondern Ghostbusters, äh, so kann man das, glaub ich, grad so ein bisschen auseinanderhalten. Also, Filmmärchen hat die Ghostbusters, und das andere waren die Ghostbusters, mit Slimer. Ähm, die Serie, also die anderen Ghostbusters, die, ich sag mal, in Anführungszeichen Original-Ghostbusters. Die heißen ja auch The Real Ghostbusters. Ja. Die hatten ja auch zeitweise, mein, ich hieß die Serie auch mal hierzulande, Slimer and the Ghostbusters, irgendwie sowas, ne? Ja, Slimer and the Real Ghostbusters, ja. Da gab's, das war aber, das war aber eine andere Serie. Das war ja mehr so, die Adventure of Slimer mäßig, da war ja Slimer mehr in der Hauptrolle. Da gab's ja The Real Ghostbusters, dann gab's die Extreme Ghostbusters, und dann, ähm... Ja, Extreme Ghostbusters kam doch, glaub ich, viel, viel später, ja? Ja, ja, klar, aber trotzdem gehört zum Thema dazu, wobei die echt schlecht war. Ja, Extreme Ghostbusters, das waren Ghostbusters, aber EXTREME! Ja, das könnte man vom haben. Extrem uninteressant. Richtig. Nein, aber, ähm... Die Filmations fand ich irgendwie witziger. Die waren irgendwie skurriler. Ja, die haben zwar eine Sisyphus-Arbeit gemacht, weil die ja die Geister nicht gefangen haben oder getötet haben, sondern immer die gleichen Geister dematerialisiert haben, also in ihre Dimension zurückgeschickt haben, und die kamen natürlich nächsten Tag wieder. Ja, genau. Ähnlich wie bei Saber Rider. Ab in die Phantomzone und morgen kommen sie wieder. Guck, guck, da bin ich wieder. Hey, du bist fünf Minuten zu spät, ich steh hier schon. Aber ich kann mich auch nie erinnern, ich hab die Actionfiguren von Filmation Ghostbusters nie in Deutschland gesehen. Nee, gab's hier nicht. Hab ich mich auch geärgert. Ich hab die dann irgendwann mal in der Zeitung gesehen, dass in Amerika das Auto gab und den Affen gab und sonst was. Da bin ich schon so ein bisschen leicht ausgetickt. Was ich bei den Filmation Ghostbusters, was heißt besser von, aber da gab's ja auch die beiden guten Typen, den Affen halt, und dann hast du ja auch so einen Cast von bösen Geistern gehabt. Und das war ja auch immer so die gleichen. Ja, das war ja auch. Also es gab Prime Evil, das war der Oberboss von allen. Ja, genau. Dann gab's Scared Stiff, das war dieser C-3PO-Skeleton-Verarsche da, dieser Skelett, dieser Roboter. Auch hier wieder Secret Love Child auf Skeletor und C-3PO. Genau, und dann gab's noch... Boah, wie hieß das denn? So eine fliegende Ratte. Butterrat hieß das Ding, glaub ich. Das war so eine kleine fliegende Ratte, die immer gepupst hat, wenn sie geflogen ist aus diesen... Oh ja. Irgendwie so einen pinken Werwolf oder sowas, ne? Ja, genau. Und dann noch diese Geisterdame, dieser eine Typ, der aussieht wie einer, der auf Safari geht. Wie ein Safari-Hut. Ja, so ein blau-lilanes Gesicht. Ja, genau. Und die Guten hießen einmal, ich glaub Jake. Dann der Dicke hieß Eddie. Ja, der Apfel war Tracy. Dann Jessica. Jake und Eddie. Ja, genau. Jessica war gar nicht der Reporterin. Aber eins muss ich... Ich kann mich an zwei Folgen von der Serie erinnern, und deswegen fand ich die so richtig gut auch. Deswegen hab ich die immer gerne geguckt. Ähm, da gab's eine Folge, da reisen die in die Zukunft, und dann wird auch so, äh, gezeigt, so sieht die Zukunft aus, weil ihr in die Zukunft gereist seid, weil ihr nicht mehr da wart, um die Bösen aufzuhalten. Das fand ich damals schon irgendwie ein sehr interessantes Konzept, eigentlich auch heute noch. Ja, und das fand ich schon, ja, sehr interessant, dass das auch so mal in so einer Kinderserie gezeigt wird. So, ja, Zeitreisen und die Auswirkungen. Stimmt. Das war auch so ein typisches Beispiel von Filmation für die Namensgebung. Da haben sie ja auch dann das Mädel in der Zukunft getroffen. Ich glaub, das war eine rote Frau war das, ne? Auf jeden Fall der Name der Frau war Futara, oder Futura, besser gesagt. So typisch Filmation, dass man, ach ja, man könnte ja mal, sehen wir mal den Namen Zukunft und machen dann eine Frau draus. Heißt die halt Futura. Fertig. Übrigens, ähm, Eddie Spencer, äh, wurde von Peter Cullen gesprochen im Original. What? Jo? Aber ich glaub, irgendwie, Peter Cullen hat in fast jedem Cartoon irgendwie mal mitgesprochen. Ja, wie Frank Welker, keine Ahnung, der hat alles gemacht. Und wenn da irgendwie Pferde langgelaufen sind, ja, und die haben einmal gewirrt, jo, das ist Frank, hört man doch. Ohne Frage. Nur so kann ein Pferd vieren, wenn es von Frank Welker synchronisiert wird. Aber Chris Letta hat ja auch irgendwie echt eine Menge mitgesprochen. Ich hatte gestern noch irgendwie bei, ähm, TF Wiki noch irgendwas gesehen. Da war dann, äh, nach Starscream hab ich besucht, da war halt ein Bild von diesem San Diego Comic Con Exclusive. Ähm, Cobra Commander mit Starscream Jet. Und da stand dann drunter, a whole lot of letter. Ich hab, lag fast am Boden vor Lachen, man. Ja. Das ist einfach so... Aber das ist auch eins der Dinge, was ich so gerne hätte, aber... Ja, das Set find ich auch geil. Also, da hab ich auch damals schon... Das würde mein... Das Ding würde mein Cobra Commander Shrine, äh, so richtig schön vervollständigen. Ja, von den Filmation Ghosts. Was? Das gab's aber sowas nicht. Geh mal zurück. Ne, leider nicht. Also zumindest nicht hier. Wollte immer das sprechende Telefon haben. Ja, das sich immer beschwert hat, wenn's... Wenn man aufgelegt hat, ne? Ja, oder... Boah, Leute, geht mal das Telefon, es klingelt... Ich klingel schon wieder, geh mal ran! Das Auto war ja dem sehr ähnlich. Das Auto hat ja auch immer nur gemeckert und rumgeheult. Hatten die nicht auch irgendwie... Auch deren ganzes Equipment, das konnte doch auch irgendwie sprechen oder so, ne? Ne, nur der Fahrstuhl... Der Fahrstuhl? Ne, der Fahrstuhl nicht. Das Telefon konnte reden und das Auto. Sonst war da nix Redendes. Es war sehr, ähm, wie sagt man, organisch gestaltet, die ganze Geschichte. Wenn Fahrstuhl gestiegen sind, hat eine riesen Hand ihn nach oben gedrückt. Und dann durch die ganzen Anziehstationen geschoben. Ja, genau. Und dann plötzlich waren die in Shorts, ne? Und dann, äh, ja, der Fahrstuhl war, zieht euch mal eure Uniform an. Genau, richtig. Die waren schon echt abgedreht. Also, das war richtig lustig. Ja, das... Und vor allem diese Szene ging ja auch super mega lange. Da dachte ich mir so, alles klar, ich kann jetzt mal eben aufs Klo gehen. Und Tracy war ja... Tracy war ja auch quasi vergleichbar mit dem Jerry aus Parker Lewis. Der hatte ja alles in seinem Rucksack. Ja, genau. Der hatte ja alles drin. Oh, hier eine Banane, oh, eine Straßenlaterne, ach, eine U-Bahn... Und was man gerade brauchte. Hat ja immer was dabei gehabt. Das ist so eine Kombination aus Jerry und, ähm, B.A. Barakas. Batman? Ja, Batman und, äh, wer ist da noch hier? MacGyver. Ja. Wobei, MacGyver hat ja so das Zeug genommen, was er ja auch um sich herum gefunden hat. Batman hatte immer alles auch an seinem Gürtel. Ja, stimmt. Zum Beispiel sein Anti-Rückreversions-Spray gegen Karussells oder so. Anti-High-Spray. Kurze Anekdote zu Batman, weil mir das gerade mit dem Gürtel eingefallen ist. Ich war als Kind so dermaßen pissig. Es war so in den 90ern. Ich hatte eigentlich nie viel über für Batman, aber ich wollte unbedingt eine Batman-Figur haben. Und so wie ich nun mal bin, gebe ich mich halt eben nicht mit so einem Space-Batman oder hier, ähm, Atomunfall-Batman oder, ähm, kein Geld für den Puffmeer-Batman oder zufrieden, sondern ich wollte den Original-Batman haben. Und ich stand im Toyser-Us und es gab 12.000 Varianten. Aber nicht diesen einen Batman, der irgendwie nicht diesen völlig unnötigen Extra-Krempel hat, sondern einfach nur Batman mit Gürtel ist. Dem kann ich mich einfach nur so anschließen. Das ging mir damals auch so mega auf den Senkel, weil das so Zeug war... Das hat er in der Serie nie verwendet. Batman hat keinen Disc-Shooter verwendet. Der hat seinen Batarang genommen, zack, und hat die Bösen damit fertig gemacht. Aber einen Batman gab's mit Action-Feature, den fand ich richtig damals cool, das muss ich auch jetzt eben noch kurz erzählen. Das war einer mit so einem, äh, mit so einem, wo der Umhang sich in so einen Gleiter verwandeln konnte. Ja, das war cool. Und dann, weil den wollte ich damals haben, weil dann konntest du den Batman so zuklappen und dann sah das so aus, als ob der halt seinen Umhang geschlossen hat. Das, das sah echt cool aus. Also ähnlich gab's ja auch von der Gargolz-Toyline, den Goliath. Ja, oder von Beast Machines, den Megatron. Ja, stimmt. Und, ja, um nochmal auf, äh, für Märchen Ghostbusters zurückzukommen. Ich hab irgendwie überhaupt keine Erinnerung mehr, wie das Intro war. Ja, das war auch so ein, irgendwie super, super mega repetitiv immer. Let's go, Ghostbusters. Ach, stimmt. Let's go, let's go. Und immer von der Schrift gejagt. Ja, kein Wunder, dass ich das irgendwie aus meiner Erinnerung verdrängt habe. So, ihr habt, ja, ihr habt, äh, ihr habt so diese fünf Wörter könnt ihr verwenden und am besten immer wieder wiederholen, damit ihr auch ja die Zeit rumkriegt und dann passt das schon. Let's go, let's go, let's go. Jetzt kennt das nochmal wieder. Ja, jetzt ist, äh, hier wieder mein Alzheimer gewichen. Aber ein richtig geiles Intro hatten die Galaxy Rangers. Ja, das war, vor allem, das war auch super geil animiert. Ja. Ja, also das hatte einfach so richtig Style. Die Serie an sich, die Serie an sich, die fand ich nur okay. Die hat mich irgendwie nie, nie umgehauen. Doch, ich fand das cool, mit der bösen Königin, der gesichtslosen Königin und dann die ganzen Unterstorys dabei, das fand ich schon sehr cool. Ja, allein schon im Intro, ich weiß nicht, ich kann mich an nichts mehr erinnern, so wie die Charaktere alle hießen, aber der oberste Typ von denen, der hatte doch diesen goldenen Arm, den er so aufladen konnte. Ja, bionischen Arm. Ja, bionischen Arm und dann im Intro richtig so, damn, power up, yeah, in your face. Aber das Geile ist ja, alle Charaktere hatten zwei Namen, also Vorname und Nachname, nur die Tussi. Nico, die hatte keinen Nachnamen, die hieß nur Nico. Ja, ist wie Penny, ne? Zarius Fox ist halt der Chef gewesen, dann der Cowboy mit den beiden Knarren, der so geil schießen konnte, war der Shane Guzman. Walter Dog Hartford war der schwarze Quotenschwarze in dem Sinne, der dann Computerhacker und so hat und dann halt Nico. Hi, I'm the black guy. Nico war glaube ich damals so wirklich so der feuchte Traum eines jeden 80er Jahre Cartoon-Nerds. Das hatte ich aber auch mit, Entschuldigung, mit Dark Schnecke. Wir haben mal drüber philosophiert, wir haben ja diese Infos gemacht, diese Cartoon-Intros. Viele Grüße an dieser Stelle an Schnecke. Genau. Grüße. Wir haben festgestellt, dass die meisten oder ich glaube 99% aller weiblichen Hauptcharaktere oder Nebencharaktere rote Haare hatten in den 90ern. Ja, Redheads rocken halt. Ja, original Rotkopf. Rotkopf, ja. Rotkopf ist auch noch. Rot-Schöpfe. Fand ich schon sehr, wenn man drüber nachdenkt, hat er, stimmt das sogar. War die, ne, die Tuse bei Mask von Venom, die war schwarzhaarig meine ich. Ja, die hat aber eine rote Strähne gehabt. Vanessa oder die? Vanessa, ähm, nee, Vanessa. Egal, Vanessa. Aber es gab ja noch daneben Charaktere bei denen, zum Beispiel dieser, wie hieß der denn? Soso? Soso und Waldo. Die sind Waldo fand ich schon so geil. Weil die sind groß, das war glaube ich der Großgewachsene, ne? Ja. Der so ein alter Typ aussah. Ja, und das andere fiel mit diesen Fledermausohren. Genau, den Glubschrauben. Die sahen total retardet aus. Soso war auch total bekloppt. Naja, ich kann mich zwar erinnern, dass ich die Serie gesehen habe, aber die hat mich irgendwie nie so begeistert, dass ich da irgendwie, dass mir die groß im Gedächtnis geblieben ist. Bis auf das Intro. Das hat einfach so gefetzt. Das war so ein Intro, machst du auf Dauerschleife und dann mal so richtig schöne Nachrichten. Nachbarn ärgern. Ja, so typische 80er Jahre Rock. Ja. Ich hab die komplette Serie auf Blu-Ray. Sollte mal. Lohnt sich. Denke ich. Ich hole sie mir auch nach. Für 80er Jahre Fans, denke ich, lohnt sich das definitiv. Mal bezahlst du jetzt, ich glaube, 10 Euro für die ganze Staffel, oder für die ganze Serie. Das ist geschenkt. Ja, dann kann man es auch mal machen, sag ich euch ganz ehrlich. Das zahlt man aus der Protokasse. Actionfiguren gab es auch, meine ich. Aber ich weiß nicht, ob die offiziell released wurden oder ob die nicht über die Prototypen Phasen hinaus kamen. Aber das, was ich davon gesehen habe, ob das jetzt Prototypen oder ob das jetzt die Final Releases waren, die sahen so dermaßen beschissen aus. Oh, es blinkt da jetzt. Oh, oh, oh. Oh, ja. Oh, die sehen so scheiße aus. Wobei die sehen aus wie richtige Ken- und Barbie-Puppen. Von den Köpfen her. So Soft-Head-Puppen. Ja, aber von den Proportionen her halt echt so... Es sieht echt aus wie Ken, den man auf einen He-Man-Körper gesetzt hat. Ja, vor allem, ey, die haben ja hauptsächlich weiße Uniformen und Hosen an und so. Ja, du musst es eigentlich schon so. Ja, so rausgehen und mit dem Garten spielen, iss nicht. Danach sind die dreckig und den Dreck kriegst du auch nicht mehr weg. Und in der Sonne liegen lassen, machst du am besten auch nicht. Da machst du ja als Kind auch keine Gedanken drüber. Eine andere Serie, zu der ich irgendwie auch kaum was aufgeschnappt habe, waren die Silverhawks. Ja, Silverhawks. Da gab's auch Toys zu, das weiß ich. Ja, kann ich mich, glaube ich, auch daran erinnern, aber ich fand die immer so uninteressant und so... weiß nicht. Weil die auch ein cooles Intro hatten. Ja. Aber dann hat's bei mir aber auch auf. Ich hab da früher immer sehr gerne geguckt, ich weiß aber auch nicht mehr den Plot großartig. Ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also haben aber immerhin einige Leute von der Abstimmung gesehen. Also ich meine, immerhin 48%. Also gut die Hälfte aller Abstimmungen. Ich hab's auch öfter gesehen. Hängen geblieben ist davon nicht viel. Aber dann auch nur weil, ja, ich hab davor eine Serie gesehen, die ich unbedingt gucken wollte. Und ja, dann kam Silverhawks, danach kam die nächste Serie, die ich gucke. Sehr gut. In 20 Minuten, ja, da lohnt sich jetzt irgendwie nichts anderes. Ich meine, du musst dir ja nur mal den Namen angucken, wie die ganzen Charaktere hießen. Also Commander Stargazer. Der nächste ist dann Quicksilver. Dann Leutnant, das ist mein Lieblingstyp. Leutnant Colonel Bluegrass. Der Typ mit dem Banjo, der da rumgeklimpert hat. Steelheart und Steelwill. Und The Copper Kid. Aber waren... Ich meine, Silverhawks waren glaube ich irgendwie... War das Silverhawks oder was war das? Es gab in einer Folge des Thundercat Remakes, gab's eine Anspielung. Ich weiß nicht, ob das auf Silverhawks war oder ob das eine andere Serie war. Könnte ich mir gut vorstellen, weil das Copper Kid sieht sehr Thundercats-lastig aus. Ja, genau. Der sah irgendwie auch so aus. Yo, Iron Man trifft Wile Kid und Wile Cat oder wie die hießen oder so. Irgendwas war da. Also ich geh mal davon aus, weil ich schaue euch mal hier ein Bild rein. Der hat auch Katzenauge. Das ist nicht die beste Auflösung, aber man erkennt's. Ich hab halt irgendwie echt nicht viel mit Silverhawks anfangen können. Das war halt nicht so... Nicht so meins. Also es hat nicht berieselt, aber so groß beeindruckt hat mich die Serie jetzt auch nicht. Da fand ich Galaxy Rangers schon besser. Was ich aber dann auf jeden Fall echt viel von mitgenommen habe, ich hatte von den Actionfiguren, ich hatte die Serie auch relativ häufig geschaut, war Mask. Und das ist natürlich jetzt auch dein Steckenpferd. Yeah! Das Intro, das war einfach so dermaßen geil. Ich glaub, das kannst du auf irgendeiner Ü30-Party spielen und die Leute würden da so dermaßen drauf abgehen. Auf jeden Fall. Klar, bei der Musik. Ich hab damals, weiß ich nur ganz genau, als Kind, hab ich dann immer, wenn ich wusste, oh maßfänglich an, hab ich meinen Kassettrekorder. Ja, das gab's damals noch. Ja. Kassettrekorder genommen, hab ich vor den Fernseher gesetzt und dann... Mit so angeschlossenes Mikrofon. Nee, das war intern. Dann die beiden Play und Record gedrückt und dann die Musik aufgenommen. Und das hab ich den ganzen Tag dann gehört, zurückgespult, gehört, zurückgespult, gehört, zurückgespult. Und wehe, einer kam ins Zimmer. Genau, aber wenn das Zimmer kommt, die Tür aufmacht, hast du schon was gegessen? So, nein, meine Aufnahme! Geilste, also für mich die sehr gute Serie und auch sehr, sehr geile Toyline, auch mit einer sehr guten Qualität, die heute immer noch funktioniert. Ich hab diverse Toys noch hier rumstehen, Rhino, Thunderhawk und so weiter, Condor mit Originalverpackung und allem drum und dran. Und die funktionieren alle noch. Alle Verwandlungen funktionieren, alle Federmechanismen funktionieren. Das ist echt selten mittlerweile bei den Toys und das ist traurig. Geiler Fun-Effekt gerade, ich hab eben mal Mask bei YouTube eingegeben und, äh, erstes Video, was dir angezeigt wird, ist, äh, eine deutsche Mask-Folge, find ich cool. Ja, haha, wie geil. Ja, also Mask war wirklich, äh, wie gesagt, ich hab's ja vorhin schon mal erwähnt, ähm, war für mich so eine Mischung aus G.I. Joe und Transformers. Ich kann mich erinnern, ich war circa sechs Jahre alt, hab wieder einen Schwank aus meiner Jugend, ähm, ich hab einen älteren Cousin und der hat mir dann irgendwann, äh, dieses Boulder Hill geschenkt. Boah, geil. Der ist aus dem Alter rausgekommen und fragt, ja, hier, willst du haben? Ich so, blöde Frage. Und, ähm... Zwei. War total geflasht, also... Beziehungsweise hat mir nicht nur diesen Boulder Hill geschenkt, sondern so einen ganzen Karton voll mit Mask-Sachen. Da waren auch dieser weiße, ähm, Caravan dabei und... Ja, mit dem roten Raumschiff, das abschließen konnte, also mit dem Jet. Rote Rakete, rote Rakete. Nee, nee, das war ein Jet. Das war... Okay, das... Jetzt frag ich mal, wo ist denn der Karton jetzt? Wenn ich das wüsste... Nein... Nooo... Ja, genau. Nein, das ist echt so, ähm, das, was ich ja schon mal angesprochen habe, das ist halt, dass man irgendwie so, ähm, in seiner Pubertät, wenn man irgendwie... Na, wie Patrick so schön sagte, Titten im Kopf hat... Boah, warst du das? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat irgendeiner von Titten gesprochen. Das ist so... Da legst du das eigene Spielzeug weg und dann verkauft man das. Titten... Also, das war echt... Jugendsünde. Slingshot hieß das Ding übrigens. Jetzt fällst du wieder ein. Ja, genau. Ähm... Ja, weil sich zwischen den ganzen Hasbro-Properties auch die Namen alle immer gehält haben. Ja. Nein, also, das ist... Mask war halt wirklich so... Da hab ich auch irgendwie mehr, äh, mit mehr Resonanz gerechnet. Also, gerade mal von den, ähm, von allen, die abgestimmt haben bei der Umfrage, haben... Moment, wo hab ich's? 61% gesagt, ja, wir haben Mask gesehen als Kind. 61%? Also, ich hätte locker mit 70, 75 gerechnet. Weil, wenn du heute mit jemandem über Mask redest, die wissen sofort, was gemeint ist. Daher... Es ist ja eine andere Sache, ob du das siehst, die Serie siehst, ob du das Spielzeug nur gehabt hast. Gibt ja auch Leute, die nur das Spielzeug hatten. Die Serie nie gesehen haben. Genau. Wobei ich das nicht verstehe. Wobei da die Differenz nicht so groß ist. Also, 61,3% haben Mask gesehen und, ähm... Der Rest nicht. 62,1% hatten Mask als Spielzeug. Also, es ist... Nimmt sich nicht viel. Ja, plötzlich... Ich will aber nicht, nicht die Dunkelziffer von wegen, die hatten was von Mask. Wussten aber nicht, weil sie es ausgepackt vom Trödelmarkt oder so hatten. Äh, oder wussten einfach nicht, dass es was von Mask ist. Wobei, überall auf den ganzen Fahrzeugen, da war überall mindestens ein oder drei Sticker von... Wo drauf steht, Mask, Mask. Oder... Die Taten gesehen, nee, nee, meins war nicht von Mask. Bei mir steht Venom drauf. Ja, aber komm, wie oft bist du auf den Trödelmarkt gegangen und dann war irgendwo noch ein weißer Rest? Ja, was ist das denn? Äh, ja, das war mal ein Aufkleber. Ja, mittlerweile kann ich dir... Ja, stimmt schon. Mittlerweile kann ich ja sagen, genau was da war und so, das ist schon nichts. Ja, jetzt gibt's ja auch das Internet. Das Internet. Oder man hat sich eigentlich sehr gut damit beschäftigt, weil man die Figuren sehr lange gehabt hat. Ja. Ist auch möglich. Na, also ich hatte damals als Kind, äh... Ich hab mir auch selber Mask, äh, geholt. Ich hatte Condor, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich hatte hier den, ähm... Thunderbird? Ne, wie hieß das Vieh? Thunderhawk. Thunderhawk. Wenn du jetzt mit Trekkers Auto meinst. Ja, genau. Und Rhino hatte ich damals schon und Rhino hab ich jetzt auch wieder gehabt. Ähm... Das war, das war so gemeint. Das war auch so ein Teil. Rhino wollte ich immer haben als Kind, weil das mein Lieblingsfahrzeug war. Der große Truck, der alles konnte. Und hab den natürlich mir immer zum Geburtstag gewünscht und immer zu Weihnachten und sonst was. Und irgendwann haben meine Eltern dann gesagt, weißt du was, wir kaufen dir jetzt so einen scheiß Truck. Ich hatte ja erwähnt, mein Vater Quelle und so. Komme ich eines Tages nach Hause und steht so ein riesen Karton vor mich. So, oh ja, geil, geil! Pack das Ding aus. Die Verpackung war nicht mehr da, also das haben sie dann irgendwie so gekriegt. Ähm, pack das Ding aus. Erst hole ich dann so einen Rennwagen da raus. Hä, was soll das denn werden? Macht dann weiter, dann kommt so ein Indianer-Typ dabei und dann sehe ich, oh nein, das ist Goliath. Ja. Also dieser große Truck mit dem Rennwagen oben drauf und Matt Tracker. Der finde ich aber auch geil. Ja, der war preislich... Ist halt nicht Rhino, aber... Nee, der war preislich natürlich viel weiter und viel höher als Rhino, aber ich wollte Rhino haben. Weil der in jeder Zeichnetz-Folge vorkam und der halt ikonisch war und auch fürs Logo drin war. Und ich hab mich so geärgert, aber der ist natürlich auch ganz geil gewesen. Ist auch jetzt voll egal, egal welches 80er Jahre Spielzeug du nimmst. Ähm, wenn du ein Bild zeigst von dem Rhino, also du beschreibst das jemandem, der keinen Mars kennt. Ähm, du sagst ja, es ist dieser... Äh, ja nicht lila, aber... Wie würdet ihr die Farbe bezeichnen? Bordeaux-Rot? Bordeaux-Rot? Ja, dieses Bordeaux-Rot halt. Oder Burgundi. Irgendwie so. Dieser, äh... Pickup-Truck. Ja, dieser Truck halt, ne? Mit Rakete zum rausschießen und so weiter. Und alle sagen, yo, das kenn ich. Entweder hatte ich das oder einer aus meinem Freundeskreis hat es. Das erkennt auch irgendwie heutzutage aus den 80ern jeder. So, apropos Rakete. Fun-Fact bzw. Abstrude-Fact. Ähm, wenn ihr euch mal die Logos anguckt, es gibt ja das amerikanische Original-Logo von Mask, wo der Truck dann oben steht, der Schriftzug da und darunter diese Mask-Maske. Da sieht man ja, dass der Truck eine Rakete abfeuert. Ja. Das Deutsch-Logo hat das nicht. Das wurde zensiert. Mask wurde in Deutschland zensiert. Mhm. Eine der wenigen Serien, die in Deutschland zensiert wurden. Ich finde das lächerlich. Also echt. Und es gibt auch in Deutschland keine Version vom Rhino, wo eine Rakete abgeschossen wird, sondern in Deutschland ist es ein TV-Satellit. Mit extra draufgedruckt, TV-Satellit. Das ist keine Rakete. Also wenn ich ein Spiel verkaufe, was Laser-Kanon hat, was Masken hat, die Laser-Bitze schießen und sonst was, da finde ich das echt zu lächerlich, dass da keine Rakete drin dabei sein darf. Ja, genau wie mit dem Hero-Turtle. Ninja-Turtle. Ja, genau. Enthüllungs-Journalismus. Da habe ich noch andere Opfer. Das erinnert mich daran, Power Rangers. Power Rangers wurde in ein paar Ländern zensiert oder halt eben komplett verboten. Vor allem halt in der dritte Welt-Entwicklungsländer. Weil die Angst hatten, dass der Titel Mighty Morphin, dass Morphin, dass es zu sehr mit Morphe und Morphine irgendwie in Verbindung gebracht wird. Und dass die Kinder traumatisieren könnte. Okay. Ich habe das nur gehört, dass die verboten wurden, weil die ganzen Schulkinder das nachgemacht haben und dann irgendwelche andere Leute verprügelt haben. Wir gehen kurz in die Pause und sind nach einer kleinen Unterbrechung gleich wieder für euch da. Ein neuer Optimus Prime ist da. Power Master Optimus Prime ist der größte Held aller Zeiten. Wenn man seinen Nebulon in einen Motor transformiert, verwandelt er sich zum Super-Robot. Power Master Transformers. Here comes the power to survive. Masters of the Universe. Es geht um die Macht auf Eternia. Night Stalker. Skeletors Roboter wehrt gegen Bashesaurus mit He-Man. Achtung, der Randball schlägt zu. Skeletor greift an, aber da Bashesaurus. Und wieder Skeletor, da kommt Cyclone zu Hilfe. Der Furchtlose mit den wirbelnden Fäusten. Keine Chance für Skeletor. Neu von Mattel. So, nach einer kurzen Pause sind wir auch schon wieder an den Mikrofon. Und es geht auch schon weiter mit einer, ja, kann man das schon als Spin-Off bezeichnen? She-Ra. Princess of Power. Hat ja sozusagen ihren Ursprung natürlich auch im He-Man Master of the Universe. Spin-Off? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Du weißt, wie es gemeint ist. Nein, offensichtlich nicht. Ähm. Ich wusste das jetzt auch nicht besser zu umschreiben. Aber ohne He-Man gäbe es wahrscheinlich auch kein She-Ra. Ne, richtig. Es ist halt eine Vermarktung der Frauen. Da wurden die Mädels auch als Zielgruppe erstmals frontal quasi aufs Korn genommen. Wobei ich irgendwie, also aus meinem Freundeskreis, ich hatte ja schon viele weibliche Freunde, auch irgendwie kein Mädel kannte, dass irgendwie davon halt irgendwie gecatcht wurde. Also es waren irgendwie auch mehr so die Jungs, die halt dann auf She-Ra standen. Ich auch nicht. Aber ich lache mich voll kaputt, weil Chris sagt ja, da wurden die Frauen aufs Korn genommen. Und ganze Frauenwitz und ja, Blondinen können nicht einparken. Auch nicht auf dem Planeten von She-Ra oder so. Warte. Wie hieß denn der Planet bei She-Ra? Isteria. Stimmt, ja. Ne, irgendwie, ich hatte in Erinnerung, dass es halt irgendwie ähnlich klang wie Eternia. Ja, Isteria. Ja. Und ich kann mich noch an den Film erinnern. Das Geheimnis des Zauberschwert, so wie... Oh ja, Gott, Gott. Ich hab immer noch, das hab ich immer mit Star Wars Episode 4 verbunden. Wie... War das Adam oder war das Adora, die in so einer Haudetrooper-Rüstung rumliefen? Adam. Adam war das. Das war für mich immer so eine Anspielung auf Star Wars Episode 4, als Han und Luke im Stormtrooper-Outfit rumrennen. Ja, stimmt. Das hab ich immer so vor Augen gehabt. Ich hab den Film, glaub ich, noch... Ich hatte den mal irgendwie als Sicherheitskopie irgendwo rumliegen und bin da vor ein paar Jahren nochmal drüber gestolpert. Aber das Ding war schon so verkratzt, da ging nix mehr. Aber Chris, ist das richtig? In der deutschen Version, da fehlen irgendwie so richtig so 20 Minuten oder so? Ich hab mir noch nicht beide nebenher angeguckt. Kann ich jetzt so nicht verneinen und auch nicht bestätigen. Irgendwer hatte mir das mal erzählt, da würden so richtig wichtige Plotpoints irgendwie fehlen und dann... Ja, irgendwie... Das ist auch... Nein, ich weigere mich, die deutsche Version zu gucken. Ich guck immer die englische. Ich weiß aber nicht mehr, wer mir das gesagt hat. Kann ich jetzt... Wie gesagt, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber zu den Filmen, klar... Es gab ja dann auch das Weihnachts-Special, wo dann die beiden Universen aufeinander getroffen sind. Und ich habe alle Filme und alle Serien und alle Folgen auf DVD gekauft. Ohne Sicherheitskopie. Auch mehrfach in verschiedenen Varianten. Dieses Weihnachts-Special, ist das da, wo Skeletor dann auch immer diese zwei Kinder im Schnee finden? Ja, genau. Die erklären ihm dann so Weihnachten, ne? Genau, das ist glaube ich die einzige Folge, wo Skeletor lacht oder weint und irgendwas war da auf jeden Fall, dass er grinst. Das ist die einzige Folge, wo er dann... Ah, süß und lustig und tralala. So richtig schön ironisch. Aber war eine sehr erfolgreiche Serie. Also neben Masters sowieso. Die haben ja davon sehr profitiert. Letztendlich durch Crossover, dass He-Man ab und zu mal darüber gereist ist und gesagt hat, moin Leute, ich mache jetzt mal eine Folge mit euch oder Shira kam zu den Masters rüber. Also sehr geschickt verbunden, auch dann in den Toy-Bereich gehend. Ich lese gerade den Wikipedia-Eintrag zu Shira. Und allein schon dieser Satz, also ne, auch halt hier, was du meinst, dass man die Action-Figuren halt eben auch auf Mädchen ausdehnen wollte. Ferner wurden die Freunde um Shira, beziehungsweise die Ratan-Identität Adora in einer Weise gestaltet, die Mädchen ansprechen sollten. Als Reitier hatte sie ein geflügeltes Einhorn. Ja, und das Geile ist, sie hatte auch einen rosanen Löwen mit kämmbaren Haaren. Als Spielzeug. Ja, das, dass man damals... Ach, das war ja Hasbro und dann Mattel. Ja gut, das funktioniert nicht. Das wäre doch noch ein super Crossover geworden mit My Little Pony, ne? Ja, stimmt. Das war wahrscheinlich das Adept dazu. Aber Shira war schlecht krank. Chris kann mir jetzt beantworten. Wie heißt dieses komische Vieh bei Shira, das so Regenwohren in den Ohren hat? Ah, Kaul. Das ist quasi dieser Uhu, meinst du, mit den riesen Ohren der Vieh. Ja, ja, genau. Ja, das ist Kaul. Boah, das ist so... Jetzt piech ich dir so... Warum? Was ist hier los? Das ist quasi der Orko gegen die Parts von He-Man. Ja, aber noch schlimmer. Natürlich. Das war der Jar Jar Binks von Eternia oder Efernia oder was weiß ich, wie die Planeten heißen. Etherea. Etherea. Ja. Aber dafür war, was sehr geil ist, bei Shira, fand ich sehr gut, wurde halt die wilde Horde auch eingeführt. Und das war eine sehr krasse Bereicherung für das ganze Master of the Universe, weil ich die Figuren von der wilden Horde richtig geil gefunden habe. Die waren super. Ja, die sahen aus wie Stormtrooper, aber... Ja, das waren ja nur die wilde Horde, die Roboter. Die Trooper sahen cool aus. Ich hab jetzt auch nur dieses Special halt gesehen, wo Shira eingeführt worden ist oder so. Auf YouTube mal. Eingeführt? Ja, aber... Ja, wie auch immer. Oh mein Gott. Ja, aber die Pants schreiben sich hier selber. Das sahen Dank, Shira. Und... Ne, aber ich fand, die sahen echt cool aus. Tun sie auch. Also ich hab auch noch ein paar hier original Eifak eingepackt und auch noch ein paar so los rumstehen. Aber auch Leech, den da zum Beispiel an glatte Oberflächen sich festsaugen konnte. Oder Mantena, der die Augen rausspringen lassen konnte. Oder Hordak, der so richtig fies ausgesehen hat. Modolook, den man auseinandernehmen konnte komplett. Das war die erste Figur, die du wirklich komplett auseinandernehmen konntest. Jeden Arm abnehmen, jedes Bein, Zwischenteile, Köpfe. Und dann zusammenstecken, wie du wolltest. Wie so quasi, wie so Lego. Oder wie HeroMeshers heute, ne? Oh, nur besser. HeroMeshers ist... Also vergleichen, da wird Masters immer noch gewinnen. Mal später dann auch der Multibot rauskam. Und den konnte man ebenfalls mit Modolook kombinieren. Du konntest da ein riesengroßes Monster draus basteln. Weil wenn du mehr von diesen Figuren hattest oder gekriegt hast, kannst du dementsprechend auch größere Sachen machen. Also es war schon... Ah, coole Sache. ...richtig geile Figuren. Hast du da mal einen Link zu? Weil du weißt ja auch, wie die sich schreiben. Also ich will jetzt nicht auf Google und dann finde ich nicht das wichtige Dreck. Jetzt Wilde Horde oder Multibot? Ich finde diesen Multibot. Wie die Wilde Horde, wie die Trooper da aussehen, das weiß ich ja. Aber diesen Multibot würde ich gerne mal sehen eben. Es gibt jetzt mal so eine Produktionsskizze. Da siehst du Multibot und den Modolook zusammen. So kann es aussehen. Ist aber schon sehr extrem. Wow. Das erinnert mich an meine Ergebnisse, als ich mit den neueren Power Rangers Sorts in diesem Sword Builder Feature experimentiert habe. Sonst gebe ich nochmal das Originalbild von Modolook. Das ist halt die eine, dass die Figur von den beiden zuerst rausgekommen ist. Das gab es halt in dem Fall noch nicht. Eine richtige Actionfigur aus einer Toil-Serie, die man nach seiner eigenen Vorstellung zusammen und auseinandernehmen konnte. Also zusammen und auseinandernehmen konnte. Man konnte es quasi sogar zwei Figuren aus der einen Figur machen. Cooles Konzept, definitiv. Man kann gar nicht mal so ansehen. Ich finde das denn cool. Ja, klar. Und ich kann jetzt mit Masters und Dingen so nichts anfangen, aber das Ding hat was. Ja, Modolook ist halt das Pendant dazu, nur halt als Roboter. Ah, okay. Ist das der denn, oder sind die, sind ja zwei mal so für diese neue Reihe da, mit besserer Artikulation mal? Sind die aufgelegt worden? Ja, ja, hab ich auch alles. Warte, kann ich dir jetzt zeigen? Masters of the Universe Classics? Im Ernst, ob das wird? Das hat doch ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Er hat keine Mutter, der wurde gezüchtet. Bei dem Gesicht kein Wunder. Wobei, der Modolook ist ja eigentlich nur der linke, also der Kahlkopf, der mit den weißen Augen. Der andere ist dann quasi mutiert. Der Modolook an sich ist ein Professor, Genwissenschaftler, der Experimente gemacht hat und hat sich dann... Jesus! Die Background-Story ist total verrückt bei dem Teil. Mattel hat das so beschrieben, dass Modolook ein verrückter Wissenschaftler ist, der auf Ewigkeiten weggesperrt wurde, weil er zu gefährlich ist. Er hat dann aber für sich eine Formel entwickelt, wie er sich auseinandernehmen kann und wie er sich zusammenbauen kann. Und so hat er sich aus dem Gefängnis rausgeschickt. Er hat jede Woche quasi ein Paket mit dem Körperteil rausgeschickt. Jede Woche einen neuen Kuchen gebacken. Ja, so ungefähr. Und hat sich dann irgendwie draußen wieder zusammengesetzt. Total crazy. Keinem Werter ist das aufgefallen. Ey, sag mal, hast du nicht gestern noch einen rechten Arm? Nein! Ich war schon immer einarmig. Aber das ist auch was, was diese Masters of the Universe... Wo sind wir jetzt eigentlich? Sind wir bei She-Ra immer noch oder bei Masters? Eigentlich bei She-Ra. Ist ja auch ein She-Ra-Charakter doch, oder? Also passt das doch. Ja, theoretisch ja. Wenn man es ganz genau nimmt. Aber er läuft halt unter Masters of the Universe. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass damals ein Mädchen gesagt hat, Oh, ist der schön, den will ich haben. Ich möchte ihm streichen und will Friede nennen. Einen glatten Kopf hat er ja. Also sehr charakteristisch, um auf die Cartoon-Serie zurückzukommen, war natürlich auch Loki. Dieser kleine auf Drogen... Keine Ahnung, was wird das genauer, dieser kleine Gnom. Der sich in jeder Zeichentrick-Folge versteckt hat. Irgendwo in der Folge war, in irgendeinem Bild war der dann hinterm Busch oder sonst was. Und immer am Ende jeder einzelnen Folge kam dann so ein kleiner Abspann, wo er dann sagte, Hallo, habt ihr mich heute gefunden? Wenn nicht, guckt doch mal nach. Dann wurde halt dieses Bild eingeblendet und ihr habt dann ganz genau gesehen. Ist dann halt da hinterm Baum, hinterm Baum war er dann gerade. Und dann, naja, habt ihr mich gefunden, da bin ich gewesen. Und dann kam natürlich dieser typische... Was haben wir heute gelernt aus der neuen Folge? Genau! Schwarze Bohnen haben auch Gefühle oder sowas. Gelber Schnee ist bäh. Richtig. Also so richtig Sachen, die man als Kind noch auf den Weg mitbekommen hat. So Tugenden, die es heute teilweise nicht mehr gibt. Aus der ersten Folge hätte ich noch eines gelernt. Du bist scheiße. Du nervst. Und keiner liebt dich. Deswegen war es auch nicht so erfolgreich. Sheba war nicht so der Burner wie halt Masters. Was sich natürlich auch in den Zahlen widerspiegelt. Also von denen, die halt an der Umfrage teilgenommen haben, haben gerade mal... Oh, was heißt hier gerade mal? Aber 61 Prozent. Im Vergleich zur anderen Serie, also He-Man, ist das schon ein gewisser Unterschied. Aber ich denke mal eben, He-Man hat da halt eben so dermaßen vorgelegt. Und ich denke, die sind halt einfach mit falschen Erwartungen an She-Ra rangegangen. Die dachten vielleicht auch, die könnten den Erfolg von He-Man wiederholen, indem sie halt jetzt eben auch Frauen oder Mädels ansprechen. Das war so meine Vermutung. Ja klar, das war auch die Intention von Mattel. Dass sie dachten, hey, das läuft gut, komm, dann machen wir mal eine Schwester und knalltschen da schnell mal eine Story zusammen und verkaufen das dann an die Mädchen. Das hat ja, wie gesagt, nicht so gut geklappt. Weil ich ja auch vorhin schon gesagt habe, ich kenne auch wirklich kein einziges Mädchen, was diese Figuren früher hatte. Heutzutage versucht man halt viel Geld... Was heißt viel Geld? Man versucht viel, um halt irgendwie Geld reinzukriegen. und erforscht halt auch irgendwie dann halt mal so ungewöhnliche Themen. Lass mich geraten, erwarte ich jetzt auf eine tolle Überleitung meinerseits? Genau. Ja, natürlich. Dino-Riders. 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 Oh, Dino-Riders. Ich habe als Kind immer Dino-Riders gesagt. Hab ich auch gesagt. Ja, hab ich auch gesagt. Jetzt heißt das ja übrigens anders. Die heißt ja nicht immer Dino-Riders, das wird ja geändert. Die heißt jetzt ja Dino-Twixers. Das dauert, das dauert. Achtung. Ich habe schon verstanden. Ich fand das scheiße. Es ist auch scheiße. Alter, Chris, mach mal das Fenster auf, dann siehst du wie ich... Dann hörst du bestimmt, wie ich mir jetzt mit der Faust ins Gesicht klatsche. So ein Facepalm, ey. Dein Facepalm ist aber nicht mit der Faust. Ja doch, bei dem schon. Dann mach mal bitte, ich will das klatschen hören. Ja, mach das Fenster auf, ey. Hab ich schon. Außerdem... Wunderbar. Außerdem... Die Serie hieß Dino-Riders. Also Reiter. Und nicht Raider. Nämlich Tricks hieß früher Raider. Ja, das erzähl mal einem Sechsjährigen. Aber macht ja nichts. Es geht ja jetzt um eine ziemlich coole Serie. Denn Dino-Riders fand ich als Kind richtig geil. Ich hatte schon immer so eine Vorliebe für Dinosaurier. Also Dinos fand ich immer geil. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, gesehen im Fernsehen hab ich's nicht. Aber auf dem Trödelmarkt, das Spielzeug immer gesehen. Und fand das immer auch cool. Aber hab ich irgendwie nicht gekriegt. Weil dann hieß, ne du hast Turtles und du kriegst weiter Turtles. Ich hab mir jetzt nur mal eins selbst gekauft. Und zwar den Stygosaurus. Den Triceratops hab ich mir damals immer gekauft. Im Kaufhaus bei Karstadt. 56 Mark im Angebot. Ich hatte viele kleinere Sets. Halt hier diesen Triceratops. Oder hier dieses kleinere Triceratops ähnliche Vieh mit nur einem Horn. Ja, ich hab die ganzen Dino-Namen nicht mehr drauf. Ich wollte immer den Tyrannosaurus Rex haben. Wie glaub ich alle. Den hatte ein Freund von mir. Oh, Klassenkammer. Oh, ja. Das war so... Everyone wants the motherfucking T-Rex. Das war so... Und jedes Kind, das dieses Teil besessen hat, dem wurde so dermaßen Respekt gezollt. Jetzt mal so, ähm... Marco, wer macht jetzt die Jurassic Park Toys? Zum letzten Film? Jurassic World von mir aus eben auch. Hasbro. Hasbro. Ja. Ja, passt doch. Leute, Jurassic World lief doch auch richtig gut in den Kinos. Der hat doch auch vielen Leuten gefallen. Äh... Ich weiß nicht, was zum Dino-Riders-Kinofilm eigentlich noch im Wege steht. Der Film ist mir eigentlich relativ latin. Eigentlich geht es mir nur um die Spielsachen. Und wenn, ähm, Hasbro das wirklich machen sollte und die Dinger so verhunzt wie auch die restlichen Dinosaurier-Toys, die sie in letzter Zeit rausgebracht haben... Die Rechte für Dino-Riders liegen doch bei Mattel, oder? Taiko auf jeden Fall. Waren die von Mattel? Taiko, aber ich mein, äh... Heute... Ich hätte schwören können, das wäre Hasbro gewesen. Hätte ich schwören können, aber... Ja gut, kann man nicht ja alles wissen. Weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass die von Taiko damals waren. Und ich mein, Taiko wurde von Mattel aufgekauft. Warte, ich guck mal. Aber auf jeden Fall, wenn Hasbro davon einen Film machen sollte, wird ja wohl auch Hasbro in den Rechten sein, sonst würden die ja... Nein, also ich mein, die Rechte für Dino-Riders liegen bei Mattel, die hatten Taiko gekauft und dann auch jetzt angekündigt, ähm, dass die einen Film machen wollen. Weil ich mein, wir hatten uns noch, äh, abgesprochen, als ich gesagt hab, hier, ich fahr nach Nürnberg zur Spielwarenmesse, meinst du ja, guck mal bei Mattel, ob die schon Dino-Riders da haben. Und da waren wir aber nicht reingekommen, weil die nur Großkunden genommen haben, ne? Äh, ne, weil wir keinen Termin hatten. Achso, okay. Und die haben ja gesagt, ne, die nehmen nur Leute mit Termin. Ich mein, immer noch besser, als uns da irgendwie zu sagen, ja, gleich kommt ein Mitarbeiter, äh, nachdem wir einen Termin ausgemacht haben und dann nach einer halben Stunde gegangen sind, weil wir da rumstanden, wie bestellt und nicht abgeholt. Wo war das denn? Das war bei SB, ne? Ich sprech's jetzt nicht aus, ne? Äh, ja. Genau, bei denen war's. Was mein Eindruck leider immer mehr bestätigt hat, ist ne andere Geschichte, ähm, wenn ich will, der hat. Ähm, ja, was wir auf jeden Fall haben, ist, äh, voll einen weg, was Dinosaurier angeht, weil, ähm, Dinosaurier waren halt einfach geil. Also, ich kenn kein Kind, das nichts mit Dinosauriern anfangen konnte. Ne, jeder. Und jeder, also, egal ob du drei Jahre alt bist, zwei Jahre alt oder sonst was, und du gerade sprengen konntest, jeder konnte T-Rex sagen oder Tyrannosaurus. Oder Schafzahn oder Langhals oder Dreihorn. Oder Diplodocus. Meine Tochter kann Diplodocus sagen. Diplodocus war das quasi das Pendant zu dem bösen Tyrannosaurus. Ja. Das war auch so ein riesen Teil mit so nem, äh, ich glaub so nem zylinder an der Seite, wo dann die ganzen Leute drin gesessen haben. Ja, so zwei halbe Zylinder. Raketenwerfern. Und das gab dann auch, das war ja auch so ne Art Truppentransporter, und unten hat sie dann halt hier Raketenabschuss. einen Abschuss. Die Bösen waren, glaube ich, die Rololianer oder Rololianer? Rololianer. Rololianer sind die Bösen und die Dino-Riders, die Dino-Riders sind die Gute-Bösen. Und die Dino-Riders haben die Dinosaurier mit Gedanken kontrolliert, sondern haben mit denen gesprochen und auf gut Freude gemacht. So, ein bisschen ganz feiner, brava, brava Dinosaurier. Die Rololianer haben den Dinosauriern immer so Gedanken-Kontrollhelme aufgesetzt. Das haben sie auch in den Filmen oder in den Serien immer so aufs Korn genommen, dass immer wenn der T-Rex gerade kurz davor war, die Basis der Guten zu zerstören, hat irgendjemand gesagt, schießt dem T-Rex einfach den Helm vom Kopf. Zack, dann wurde der T-Rex wieder normal und hat seine eigenen Leute angegriffen. Damit war wieder alles gerettet. Dann haben die Guten aber echt Schwein gehabt, weil die hätten auch einfach sagen können, boah, ich gucke gerade auf die Basis und ich bin mega pisst und ich mache jetzt einfach das erste Platt, was mir in den Weg kommt. Ich kann mich aber auch nur an Werbespot erändern. Da siehst du dann halt, wie so ein Triceratops halt im Treibsand versinkt. Das ist so von den Werbespots, wo ich mich noch am ehesten daran erinnern kann. Aber intromäßig kann ich mich da auch irgendwie gerade nicht mal wirklich an was erinnern. Das war glaube ich... Entweder hatte die Serie kein Intro, das war so langweilig, dass man es vergessen hat. Ich weiß auch nicht mal, ob das im Intro war, ob das die erste Folge war. Ich weiß nur, dass die irgendwie von der Erde mit dem Raumschiff geflogen sind, abgestürzt sind auf einem anderen Planeten oder irgendwie... Jo, Marco, die Serie hatte kein Intro. Ja, die war so badass, die brauchten sowas wie ein Intro nicht. Man kennt uns auch so. We don't need no... Intro. Man kannte uns. Brauchten wir uns nicht vorstellen. Dinosaurs. Ja, das waren die Dino-Riders. Nein, aber ziemlich geile Toyline. Nur, was man wirklich heutzutage überall mitbekommt von Retro-Sammlern, dass diese dummen Gummibänder, die die Rüstungen an den Dinosauriern befestigt haben, dass die über die Jahre sowas von spröde wurden. Ähnlich wie die Helme bei Mask. Du findest heute kaum noch intakte Gummibänder oder halt Rüstungssets, wo dann das Gummiband noch intakt ist. Oder Helme von Mark, die noch weich sind, wo sich die Weichmacher im Plastik nicht verflüssigt haben, äh, verpisst haben, sozusagen. Das war echt so ein großes Problem. Und was bei Dino-Riders das große Problem war, die Sets hatten einfach so dermaßen viele Einzelteile, dass es da schwer ist, da wieder alles zusammenzukriegen. Hm, richtige Marktlücke. Wobei, wenn's dieser 3D-Drucker-Bereich, Chris, ne, fängt ja alles an so, wenn das richtig, wenn die Kosten mal irgendwie gesenkt werden könnten oder irgendwie so, ich mein, woran soll's scheitern, dass man sich das alles nachmacht. Ich mein, klar, das steckt alles natürlich jetzt noch in den Kinderschuhen, aber irgendwann wird das vielleicht ja auch mal so Ausmaße, äh, annehmen, dass das, äh, auch für alle Normalsterblichen, äh, oder so bezahlt wird, ohne dass du dir, sei es, deinen Drucker komplett selber kaufen musst. Ähm, ja, Hasbro arbeitet da ja auch schon so ein bisschen drauf hin. Ja, da bin ich mal gespannt, ob die sich da nicht ein eigenes Grab schaufeln. Ich bin auf jeden Fall jetzt auch erstmal wegen einem Film gespannt. Ähm, definitiv. Echt denn jetzt genau? Ja, Dino Rider. Ja, bestimmt nicht 3D-Drucker, der Film. Ja, wieso? Der, 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 der Teaser war schon geil. Ja, das war dieser Teaser für, wo sich dieser Drucker verwandelt, ne, und dann erstmal auf die komische, äh, Sekretärin da losgeht, ne? Nee. Das war ein Drucker. Ah, ein Drucker. Aus so einem Druckkopier-Dingesicht. Ja, aber es ist dann halt so der Prototyp und dann bekommen die guten 3D-Drucker und dann sind das, sind dann die guten und die kämpfen gegen die alten Drucker. Weil die alten Drucker sagen ja, ihr braucht uns ja gar nicht mehr. Und der Drucker stellt seine eigenen, ähm, Soldaten her. Genau. Ja, und dann, und dann kommt der wirkliche Hauptfeind, dann kommen diese alten Nadel-Drucker. Das ist dann der Hauptfeind. Genau, und der Boss heißt C64, ist klar. Jetzt hast du den ganzen Film gespoilert. Ah, und ich bin dein Vater und so. Ja, und Optimus Prime stirbt im Kampf um Autobot City. Han Solo stirbt auch. Der war jetzt echt gemein, weil den haben noch nicht, ja, den hat noch nicht jeder gesehen. Natürlich. Naja, also ich sag mal, ich sag mal ganz fies, also es tut mir echt leid, wenn ich das so drastisch sage, aber bis der Star Wars Episode 7 noch nicht gesehen hat, den, den interessiert auch nicht, ob Han Solo stirbt oder nicht. Oder muss ich dann nie wundern. Also, wer das verpennt hat, also ich, ich kenne jetzt eine super Anekdote, Star Wars Anekdote erzählen, aber ich lasse es mal lieber. Vielleicht am Ende noch. Ne, aber ich sag mal so, ich hab, ich kenne keinen einzigen Star Wars Fan, der Episode 7 noch nicht gesehen hat. Also keinen richtigen, äh, ja okay, jetzt kommen wir die Definitionsfrage, ab wann ist man ein richtiger Fan. Aber einer, der halt wirklich Star Wars atmet, hab ich noch keinen erlebt, der Episode 7 noch nicht gesehen hat. und wer Episode 7 noch nicht gesehen hat, dann kann es egal sein, ob Han Solo stirbt oder nicht. Von daher, bin ich da nicht mehr so zurückhaltend. Ich geh mal davon aus, die Leute, die diesen Podcast hören, die haben auch alle Filme geguckt. Ja. Selbst Episode 1. Können wir jetzt bitte weitermachen, was vernünftige, nicht mehr Episode 1. Aber Chewbacca war schon ziemlich traurig, als Han Solo gestorben ist. Und von einem Pelztier zum nächsten, geht's mit den Thundercats. Thundercats. Das war mein lönes Wortspiel. Ich dachte aber, dass du jetzt, wenn wir jetzt über Thundercats reden, erst mal voll Angst fängst zu heulen. Wir reden ja von der 80er-Jahre-Serie. Ich muss sagen, die Serie damals habe ich nie gesehen. Ich hatte auch nie eine Thundercats-Figur besessen von der alten Serie. Ich auch nicht. Figuren hatte ich keine, aber gesehen habe ich es wirklich sehr, sehr oft. Das stimmt, das habe ich auch. Thundercats wurde ja öfters mal verschrien, wirklich als, ja nicht He-Man-Rip-Off, aber man hat sich da schon an He-Man orientiert, merklicherweise. Also halt eben auch an der Statur der Figuren, der männlichen. Und auch so leicht bekleidet. Und auch ein Zauberschwert in die Luft heben und rumschreien. Habt ihr mal diesen Screw-Attack-Battle gesehen? He-Man gegen Lion-Row? Kann ich nur mal empfehlen. Müsst ihr unbedingt mal machen. Das ist ja richtig lustig. Ich weiß aber nicht mehr, wer gewinnt. Ja, aber Thundercats hat sich wirklich, so erst wirklich mein Herz geschlichen mit der 2011er-Serie. Du sagst es jetzt so als He-Man-Rip-Off, die alte Serie. Habe ich so eigentlich gar nicht empfunden. Jetzt, wenn ich mir so die Story auch so vergleiche. Aber was mich an... Könnt ihr euch mal schreien? Nee, können wir nicht. Wir lieben es einfach, durcheinander zu reden. Merkst du? Komm, Patrick, sag an. Ja, was mich an an Thundercats damals so ein bisschen genervt hat, war halt dieses Schema F. Ja, dann sind die da halt irgendwo hin und dann haben die was gefunden und dann kamen die Bösen halt an und dann haben die Bösen halt scheiße gebaut und dann sagte der Mamra irgendwie so oder Mumion, so hieß er ja im Deutschen, ne? Und, äh... Boah, Leute, ey. Muss ich hier wirklich allen Scheiß alleine machen? Und dann kam sie aus seinem Saga halt raus und sagte so, ja, jetzt muss ich hier mal, äh... auf den Tisch hauen. Aber welche, jetzt mal davon abgesehen, welche Serie hat denn ein anderes Ablaufschema gehabt? Sind das noch alle so? Ja, in den 80er-Jahren, man, da war es halt alles schon sehr marginal ausgestattet. Da hat man halt stellenweise schon versucht, schnellstmöglich irgendwie eine Serie zu Actionfiguren zu produzieren, um halt schnell den Markt abfertigen zu können. Das mag mir vielleicht bei Thundercats so krass aufgefallen sein, weil diese Mumion-Verwandlung und immer, das war wirklich immer das, immer das Gleiche. Da hast du den Mars geguckt. Ja, ja, ja. Habe ich, habe ich, habe ich auch nicht. Ja, ist ja auch egal, aber Power Rangers ging ja auch so schnell und so mit Blitze und Licht und boh, boh, boh. Epileptiker. Ja, einen epileptischen Anfall hast du erst mal gekriegt und dann, ja, diese Mumion-Verwandlung, und dann hat der mit seinen Untergebenen noch gesprochen, das war immer das Gleiche und dann sagt er so, ja, ich kann doch einfach fünf Minuten wegschneiden und dann habe ich auch irgendwie nichts verpasst. Ist mir vielleicht da einfach krasser aufgefallen, weil das hat sie bei anderen Serien wiederum auch nicht. Hat sie bei Turtles, hast du es nicht gehabt damals, was bei, äh, bei den Ghostbusters hast du es nicht gehabt, kommen wir auch gleich darauf zu sprechen. Und da war es halt einfach viel krasser. Wie gesagt, Thundercats, als wir auf der Bots waren, habe ich ja mal, ähm, iVision Toys? Ah, nee, als wir auf der Bots waren, da hatte, was fand ich, Vision Toys, irgendein anderer Händler hatte da die DVD-Box stehen. Da war ich schon hart am Grübeln. Was, jetzt irgendwie zur neuen oder zur alten Serie? Zur alten Serie, ne? Mhm. Zur neuen Serie muss ich mir auch irgendwann die DVDs holen. Also die neue Serie fand ich absolut großartig. Ja, und dann komme ich wieder rein und sag, ach, guck mal, da hast du die erste Staffel, na? Wann holst du denn die zweite? Und dann ramme ich dir die DVD quer rein. Nee, aber Thundercats, was mich da auf jeden Fall reizt, ist halt, ähm, die kommende Classics-Reihe von Mattel. Auch wenn ich eigentlich ein bisschen angepisst bin auf Mattel wegen der Masters-Reihe. Ähm, ich hatte ja ein paar Figuren davon, die waren, ich fand die im Vergleich zu anderen Toylines, einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis, von der Qualität her, irgendwie echt unterirdisch. Also, muss ich für mich sagen. klar, du als Hardcore-Masters-Sammler bist da wahrscheinlich ein bisschen, ähm, anderer Meinung, aber es ist ja gut, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt gleich vergleiche mit den, ähm, aktuellen Sachen von der Star Wars Black Series, muss ich da derbe widersprechen. Ja, ich kann jetzt auch nur von dem reden, was ich hatte, aber ich hatte halt wirklich, die Gelenke waren bei mir nach Einwanderwegen so ausgelutscht und, ähm, mein Skeletor ist einmal vom, vom Regal gekracht, äh, direkt Fuß gebrochen, während mir andere, äh, von anderen Herstellern, die Figuren zigmal runterkrachen und nix haben. Und, okay, vielleicht ist es auch ein bisschen doof gefallen, aber ich war halt einfach irgendwie so desillusioniert und das für den teils heftigen Preis von diesen Classics-Figuren, dass ich da halt ehrlich gesagt habe, boah, ne, unter den Voraussetzungen werde ich mir keine weiteren Figuren holen. Ja gut, ich, wenn wir jetzt da mit Diskussionen anfangen, würde ich sagen, da steht ja explizit auf der Verpackung drauf, es ist ein, ähm, Sammelgegenstand, es ist kein Spielzeug. Das heißt, es sollte nicht unbedingt, äh, vom Regal fallen. Wenn du sowieso Folie mit deinem Regal hast, würde ich mal echt überlegen, was du da verbessern kannst, dass deine Figuren nicht dauernd vom Regal fallen. Ich glaube, das Regal hast du doch, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Ne, habe ich auch nicht mehr. Also nicht mehr in der Form. Ja, ich habe schon mal daraus gelernt, das ist schon mal gut. Was die Qualität angeht, ich meine, vom Aussehen her sind die Masters super geil. Das kann man ja nichts gegen sagen. Die sind super umgesetzt. Was, die Gelenke sind klar, die haben Probleme teilweise, manche Figuren sind besser gemacht als andere, aber größtenteils kann ich dazu auch nichts sagen, weil ich bin ja ne, Mock-Sammler. Ich habe alle Figuren eingepackt. Drei oder sechs Stück habe ich ausgepackt, aber da habe ich auch keine Probleme mit. Aussehen tun die phänomenal, keine Frage. Tun Neckerfiguren auch, trotzdem sind es bei mir die allerletzten Ragdolls. Ich hatte mir den Ultimate Striker Eureka von Pacific Rim geholt, gerade ausgepackt und kann den schon schütteln und der macht hier Zappelmännchen. Und das ist halt, okay, Neckerfiguren sind da noch ein bisschen günstiger, dass das Preis ist im Weltall ist noch eine ganz andere Nummer. Aber so eine Mastersfigur, für die du stellenweise zwischen, je nachdem wo du sie orderst, 35 bis 40 Euro bezahlst, das ist für meine Begriffe, das ist echt, das geht nicht. Nein, also da war ich halt wirklich super desillusioniert und habe mir gesagt, nee, also das sehe ich nicht ein, mehr da noch weitere Figuren von zu holen. Zumal ich persönlich auch nie so diesen riesigen Draht zu He-Man hatte, das war halt immer mehr was für meinen Bruder. Aber, nee, also ging nicht. Und ich hoffe halt für die Thundercats Classics Figuren, dass sie daraus ihren Fehlern gelernt haben, sonst wird das für mich leider Gottes auch eher eine kurzlebige Geschichte. Ich denke, die Thundercats sind einfach nur für Die-Hard-Fans, die früher die Serie super fanden, genauso wie in Master Classics. Die Leute, die es damals geil fanden und die Figuren hatten, die werden es dieses Mal auch kaufen. Ich werde es nicht machen, weil A, die Figuren mir zu teuer sind, B, ich mich mit den Figuren nicht so gut auseinandersetzen, gesetzt habe als Kind. Ich habe die Serie teilweise geguckt, ich fand die auch interessant und lustig, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Fan wie bei Masters, wo ich jetzt sagen würde, ich brauche jede Figur. Ja, würde ich so unterschreiben. Das ist so eine Serie, die hole ich mir auch mal vielleicht irgendwann mal auf DVD, Blu-Ray, wie auch immer, weil ich sie gerne geguckt habe, aber das ist jetzt nichts, was ich mir jetzt ins Regal stellen muss als Figur. Weil ich mich jetzt outen muss, ich habe ein Lion-O, habe ich sogar original verpackt, aber der ist von jemandem in die 2000, da gab es eine neue Auflage, zu dieser 2003er, oder? Ja, da hatte Bandai ja auch, ne, 11, da hatte Bandai ja auch ein Classic Lion-O rausgebracht und ich glaube Classic Tigra. Ja, genau, und den hat, den Lion-O habe ich, nämlich in meiner Vitrine als reiner Verpackung. Das ist auch die einzige Figur, die ich davon habe und das bleibt auch die einzige Figur, die ich davon habe. Ne, ich habe noch, es war ein Geschenk vom Olli, liebe Grüße an dieser Stelle, wenn du zuerst, da habe ich noch diesen King Claudus, ne, wie hieß der, King, 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 König, dieser Löwe halt, von Masters. Ja, dieser Löwe halt, ja. King, Chief Carnivorous, so hieß der, genau. Ah, von dem Masters, dieser Crossover. Den hast du doch zu deinen, den hast du doch zu deinen Warcraft-Figuren gestellt oder so, ne? Ne, der steht auf meinem gemischten Regal, also vor ihm steht Liv Moore aus iZombie, daneben Harley Quinn aus Batman Arkham Knight, daneben Mortal Kombat-Figuren, also das ist so völlig random, das ist egal. Dann steht auch der Doktor da, ne? Ja, kommen wir zu einer weiteren Serie der 80er Jahre, nämlich Brave Star. Brave Star. Brave Star. Eyes of the Hawk, ears of the world. Brave Star. Brave Star. Rates of the fam, speed of the boomer. Brave Star. Brave Star. Brave Star. Habe ich? 30, 30. Hm? 30, 30 war dabei. Ja, 30, 30. Den fand ich cool, aber sonst war ich von He-Man irgendwie nie so, so. In dem Fall Brave Star. Äh, Brave Star, ja. Ne, war nie meins, das war eher was von meinem Bruder, der hatte Fort Carrium und... Oh geil, das wollte ich immer haben, ich stand im Laden davor. Oh, das war... Das ist geil, was man so zusammenklappen konnte und halt hier diesen Safety Mode und sowas. Im Dorf, oder im Dorf, in der Stadt war immer so ein kleiner Spinner immer, als ich noch Kind war. Und der hat immer gesagt, ja, meinem Vater gehört der Laden. Da wollte er mich echt mal überzeugen, dass ich mir das Fort Carrium schnappe und zur Kasse sage, und ja, hier, er ist der Sohn, ich kriege es umsonst. Habe ich aber nie gemacht. Ich war nicht doof als Kind. Ich fand die Toys, ich hatte von den Toys, ehrlich gesagt, vor, ich glaube, zwei Jahren hatte ich mal ein paar Figuren, weil ich die in so einer Sammlung gekauft hatte. Die kriegt man relativ günstig, also einen original eingepackten Bravestar-Maßung kriegt man. 70 Euro. Noch weniger sogar, glaube ich, ich meine 50 bis 60. Es waren halt Figuren, die aus der Reihe getanzt sind, weil die Toys relativ groß waren. Die haben sich so mehr an, waren so Barbie-Größe, hatten aber mehr Features. Also jede Figur hatte so Action-Features, so handelbar, konnte dann diese Discos-Dinger werfen. Bravestar hatte diesen Schnellzieharm oder Tex-Hex, also sein böser Konterpart, hatte ich glaube das Gleiche. Ja, ich meine schon. Ich fand die Serie geil. Ja, Serie, geil. Spielzeug fand ich jetzt, ne, nicht so, weil ich hab halt damals schon immer so ein bisschen, ich will alles so irgendwie in einer Größe haben. Ich meine jetzt, Roboter waren jetzt eine Ausnahme, weil Roboter können auch mal größer sein wie menschlicher Charakter, aber ich wollte alles immer so irgendein Batman-Turtles-Größe und so weiter haben. Deswegen da so eher weniger, aber Serie, top, geil, immer wieder. Übrigens auch eine Serie von Filmation, also die haben in den 80ern wirklich eine Menge. Also Sunbow, Filmation und noch eine Firma. Waren so wirklich so die... Ja, genau die, noch eine Firma. Ja, die, deren Namen uns gerade in die Eiffel fällt. Anna Barbera? Ja, doch, die haben auch, aber die kam jetzt in der Umfrage so gar nicht wirklich durch. Die haben ja auch halt so Familie Feuerstein und Vacky Races hat er mir noch gemacht. Jetsons, glaube ich, auch noch. Äh, Scooby-Doo doch auch, ne? Ähm, ne, aber Bravestar war halt irgendwie... Ich fand diese Mischung aus Western und Science-Fiction halt irgendwie ganz nett. Ähm, ich fand diesen, diesen Deputy-Fass immer ganz lustig. Der hat ja auch irgendwie so'n, so'n bösen, ja, Willing, äh, Zwilling nicht, aber so'n bösen, äh, Gegenpart halt auch so von seiner Rasse und die hatten ja dann als Figuren dann halt so kleine Karren dabei, wo man hinten das Kerium reinpacken konnte. Aber irgendwie, weiß nicht, war nicht meins. Ist das Spielzeug oder als Serie? Als Spielzeug. Ich seh grad, Deputy-Fass wurde in der Original-Synchro von Charles Adler gespielt, äh, gesprochen. Alan Oppenheimer, auch so'n Name, den man an der Wand liest. Richterin JB, Susan Blue. Ah, I see. Ja, aber die haben sich ja, keine Ahnung, da, in der Zeit haben die sich ja alle die Klinke in die Hand gegeben. Ja, eben. Es gab sogar einen Kinofilm, seh ich grade. Ja. Die Englischsprachen Kinos. Ne, aber He-Man hat ja irgendwie so, so schamanistische Krämpfe, äh, Kräfte. He-Man? Schamanistische Krämpfe. He-Man so, ah nein, in meinen Muskeln, ich hab Muskelkrämpfe. Was hat der He-Man, was hat der He-Man jetzt schon wieder mit zu tun? Weiß ich, ich musste Marco fragen. Der heißt Bravestar, der Frängel. Alter ey, ich komme da voll durcheinander. Bravestar ist, äh, ist einer der wenigen Charaktere, der, der Drogen genommen hat. Ja, der Schaman hat ihm ein Kraut gegeben, das hat er geschliffelt und dann hat er die Kräfte gekriegt. Ja. War er stark wie ein Bär, schnell wie ein Fuh, Puma, wie ein Fuchs, genau. Schnell wie eine Schnecke, dicht wie Snoop Dogg. Augen des Adlers, Geschwindigkeit des Pumas, Stärke des Bären und dann war noch irgendwas. Naja, so war halt irgendwie so, weiß nicht, ich würde fast sagen, eine Generation vor mir, obwohl die halt, in Deutschland wurde die 89 ausgestrahlt, in den USA 87 bis 88. Wäre eigentlich so voll mein Alter gewesen, aber war eher sowas wie mein Bruder, der hatte davon halt wirklich einen Shitload. So ein interessanter Fakt, ich meine, Bravestar ist ja auch so Titelheld und der ist schwarz, ne? Nein, der ist indianisch. Er ist nicht schwarz, er ist Rothaut. Ja gut, oder Rothaut, aber trotzdem so. Also eigentlich so ein Minderheitentyp als der Hauptheld. Ist ja auch nicht gerade so. In den thematisch vorbelasteten USA. Deswegen spielst du ja auch in Neu-Texas, wo keine Sau lebt und nur Wüste und ab und zu mal so eine Imbissbude oder Sau auch anstrengen. Dann hast du irgendwo so ein, so ein, in der Wüste so ein Nest mit Rednecks, ne? Und so einen Busch-Clan, ne? Die Rednecks waren immer diese komischen Wolf-Wölfe, ne? Oder diese Priri-Hunden-Mischlinge da, die nicht ganz intelligent waren. Ja, und die waren sauer auf diese komischen laufenden Fellleute, weil sie ihre Jus-Clan Bravestar ja mit Doppel-R geschrieben wird. Bravestar. Grauer Bravestar. Lustig. Haha. Das ist ein Forenrang bei uns. Bravestar? Grauer Bravestar. Achso. Haha. Ich fand das damals ultra witzig, als ich das eingerichtet habe. Was haben wir denn noch? Jodas Lustknabe, Aushilfs-Avenger, Jokers Komplize. Alles Folgen, Folgenamen von Bravestar. Das war Season 2, Folge 36. Jodas Lustknabe in Fort Kerium. Heißes Spiele mit Kerium. Nächste Serie habe ich hier Captain Future. Captain Future und Bravestar. Interessanterweise gleich oft genannt. Fand ich irgendwie faszinierend. Also ich hätte jetzt irgendwie gesagt, Captain Future wäre wohl eher bekannter. Also habe ich für mich persönlich minimals ein bisschen weiter oben gesehen, aber immerhin ein Prozent von allen Abstimmungen, von allen Teilnehmern haben immerhin 64 Prozent Captain Future gesehen. Das ist nicht schlecht eigentlich. Captain Future ist, das ist so diese Kontroverse, die ich im ersten Teil des Podcasts angesprochen habe, dass wir halt eben auch Serien drin haben, die halt nicht so 100 Prozent dem Kriterium entsprechen. Zumal Captain Future kein Cartoon ist in dem Sinne, sondern Anime. Und ich meine, Captain Future lief die erste Episode in den 70er Jahren, Ende 70er Jahre, 79 oder sowas, glaube ich. Ja, das ist jetzt echt Klugscheißerei hier. Ja, das ist Paragrafenreiterei, Regelfickerei und Captain Future habe ich damals halt auch im Fernsehen gesehen, genauso wie hier Amter des Odysseus oder Königin der 1000 Jahre, welche irgendwie komischerweise nicht in die Top 20 genannt wurden, aber auch mal gut. Also Captain Future habe ich eher weniger gesehen, was aber auch daran lag, dass es zeitgleich irgendwie mit was lief, was ich dann halt lieber geguckt habe. Ja, bei mir auch. Das war immer irgendwie dann so, auch dann zu der Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, war das echt so ein Handicap. Ja, weil Eltern auch nicht immer gesagt haben, ja, du kannst jetzt hier da und da das aufnehmen. Ja, und dann auch noch, das dann auch noch angucken, immer und immer wieder. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin der technischen Entwicklung von Festplattenrekorder echt dankbar. Ich hatte ein bisschen Angst vor der Serie, ich fand die irgendwie unheimlich teilweise, auch den Zittelsong fand ich ein bisschen, weiß nicht, der geht zwar ins Ohr, aber irgendwie war der so ein bisschen, hat mir ein bisschen vermittelt, dass, ja so ein Depressionsgefühl bei der Skavier, dieses Und dann dieses Geheule, so wie mit Star Trek mäßig. Ja, hat für mich nämlich irgendwas aus Star Trek im Musikantenstale. Ja, so melancholisch war das ein bisschen, das fand ich nicht so gut, deswegen hat die Serie bei mir schon einen krassen Dämpfer bekommen und welcher einer der Hauptcharaktere schon Otto heißt, ne? Aber das Raumschiff-Design von Captain Features Schiff fand ich cool. Wo gibt es ein Kreuz hinten dran? Ja, aber halt eben für damalige Verhältnisse fand ich das eigentlich ganz... Es ist sehr von der Norm abgewichen. War Star Wars verwöhnt. Ja, ich mein, Star Wars hat natürlich ein absolut geiles Raumschiff-Design. So wirklich viel an die Serie kann mich hier eigentlich nicht erinnern, das war halt auch nicht so ganz meine Welt. Kriegt ihr denn den Namen zusammen? Welcher? Ja, Captain Future. Hans Georg. Wie hieß denn das Gehirn? Mother Brain. Ich spiele jetzt nicht Metroid hier. Das war Metroid, man. Hirn im Eck, Hirnhirn hieß das. Also, fassen wir mal zusammen, es kann sich keiner mehr an diese Serie wirklich erinnern. Abgesehen von dem Hauptcharakter, der Captain Future heißt, wissen wir davon eigentlich gar nichts. Ja, das ist irgendwie... Story könnte ich nicht sagen. Nee, ich auch nicht. Also, ich weiß nur, dass der halt mit seiner Crew halt durchs Weltall geflogen ist. Ja, reicht das nicht als Story so? Das sind Leute im Weltraum. Ist doch interessant genug. Schwein im Weltall. Wenn du das einmal erklären musst, erklär mal Captain Future in drei Sätzen. Da ist ein Typ, dann einer, da ist ein Captain, dann der hat einen Kollegen, der ist aus Gummi, der kann sich quasi langziehen und sonst was und ein Gehirn, was nebenher fliegt. Die fliegen ins Weltall. Die meisten auch schon raus. War da nicht noch so ein Roboter als Kompagnon, der auf der Brücke da mit dabei war? Auch, ja. Ja. Aber das Gehirn war quasi der Kopf des Ganzen. Ha, ha, ha. Ja. Baderbums. Ja. Captain Future fliegt durchs All und wir fliegen noch mal ganz kurz in eine dreiminütige Pause und sind gleich jeder für euch da. Ghostbusters! Die lustigen Geister sind jetzt frei. Ja! Und du bist dabei mit deinen Geisterjägern. Ein Riesenspaß. Komm mit, gib Gas. Da, der dicke Marshmallow-Geist. Könnt ihr ihn schnappen? Ja, wir haben ihn! Ghostbusters, wer wagt die lustige Geisterjagd? Flinke Finger können so drücken Knopfspiel-Video. Gut in der Hand, jeder staunt. Klasse Grafik, irrer Sound. Konami, Konami, Konami ist top. Gegen jeden bist du stark. Immer besser, Tag für Tag. Wahnsinns heiße Spiele. Spaß, du hitz! Ah! Immer dabei, weil handlich klein, der super starke LCD-Videospiele-Spaß von Konami. So, nach einer kurzen Verschnaufpause sind wir auch schon wieder am Start für euch und wir nähern uns jetzt der Top 5 der meistgesehenen Serien. Ja, die Top 5 der meistgenannten Serien oder meistgeschauten Serien. Wir haben nämlich eine Umfrage gemacht zum Thema halt 80er-Jahre-Cartoons und Action-Figuren und fand die sehr aufschlussreich, sehr interessant und ihr könnt ja mal mitgucken, ob ihr da so Überschneidungen habt. Wer startet nämlich mit der nächsten Serie? Die hatte gleich viel mit, gleich viele Stimmen wie eine andere Serie, zu der wir danach dann kommen, mit circa, jetzt möchte ich doch nochmal nachgucken, 77,4% aller Teilnehmer in der Abstimmung haben Transformers gesehen. Transformers sind mehr als man kapiert, und Transformers-Roboter gut maskiert. Für die, die es nicht wissen, das ist das Intro der deutschen Version von Transformers Animated. Ach, ey. Der hat wirklich versucht, diesen Titelsong einzudeutschen. Hat nicht so ganz geklappt. Ich sag mal so, ich gebe zu, es ist kreativ, aber es ist dennoch schlecht. mehr als man kapiert, allein schon ist das geil. Ja, dann haut mal raus, Transformers, Yale, G1 und so. Also ich bin, das war wirklich mein Steckenpferd in den 80ern, das war wirklich so, neben Turtles und, ähm, und halt hier eben den anderen Sachen wie Mask und Starcom, wirklich so mein, das, was mich wirklich so am meisten beschäftigt hat in meiner Kindheit. und ich kann mich noch erinnern, ich hatte Geburtstag, bin sechs Jahre alt geworden, ähm, mein Bruder hat mich, wollte mich wecken, ähm, ich mach da so halbschlaf die Augen auf und da steht dann ein Powermaster, Optimus Prime vor meiner Nase, die Augen gehen wieder zu und eine Sekunde später war ich richtig wach. So, der gute, äh, Lockdown steht jetzt mal auf, greift an sein Regal, eh, du zerstörst, jetzt hab ich den noch in der Hand, ja, Powermaster, Optimus Prime, scheiße, ist er staubig. Ähm, du redest aber schon von der Figur jetzt, oder so, ne? Ja, von der Figur. Äh, keine Ahnung, wie du es gerade beschrieben hast, der steht jetzt mal auf, der greift in sein Regal, jetzt hab ich ihn in der Hand, oh, ist halt schon ein Prügel, das Ding. Nein, also Transformers war wirklich echt, ähm, ich stelle mal als mein Lebensinhalt in den 80ern. Es war, ähm, also Transformers ist auch bei mir das älteste Spiel, an das ich mich erinnern kann, was ich als, äh, kleiner Bub hatte. Jetzt, ich mein, klar, Duplo hatte irgendwie jeder, ne, aber das zähle ich jetzt mal nicht so als super-mega jetzt als Spielzeug, weil da war noch viel einfach, dass du nur Steine, Geschenke kriegt hast, oder so. Ja, aber das ist ja jetzt richtig mal, äh, jetzt mit Figuren und Charaktere und sowas, ähm, ne, da waren die ältesten Transformers, die ich da hatte, war, äh, Slingshot von den Aerial Bots, ähm, ich hatte Action Master Jazz und Rollout, glaube ich, hieß der, weil es damals für die Action Masters ein neu entwickelter Charakter, und ich hatte damals, äh, sehr viele von den, äh, Micromasters, hauptsächlich von den, ähm, Micromaster Combiners, wo du, ähm, ähm, zwei kleine Micromasters hattest und dann konntest du die halt immer wieder miteinander kombinieren und dann halt lauter neue Fahrzeuge halt, äh, äh, zusammen erstellen. Das war, die fand ich echt cool. Und völlig random. Ja, das war, war aber auch super, das, ich hatte dieses, äh, Astro Squad, ähm, und dann später auch die, äh, Construction Patrol. Die waren, die fand ich echt cool. Und, äh, generell finde ich, finde ich diese Idee, ähm, mit den Micromasters und auch mit den Basen da, die es dann dazu gab. Da hatte ich leider nur damals nie, nie welche von. Äh, später hab ich mir dann mal, äh, so eine Anti-Aircraft-Base gekauft. Die konnte sich in so einen Panzer verwandeln und aufklappen. Und, äh, finde ich, ist ein echt cooles Konzept. Und, äh, ich finde cool, dass Hasbro das jetzt für, dieses Jahr mit der Titans Return-Reihe so ein bisschen wieder, äh, umsetzen will. Ähm, aber da reden wir mal von anders drüber, würde ich sagen, weil sonst sprengen wir hier, glaube ich, echt jeglichen Rahmen. Ja, ähm, ich denke, äh, jetzt Titans Return und allgemein, ähm, die BotCon, die jetzt gerade in den USA stattfindet, also zum Zeitpunkt der Aufnahme findet die gerade in den USA statt. Und morgen, wenn unser Stammtisch stattfindet, um, äh, 15 Uhr machen wir uns jetzt langsam auf den Weg ins, äh, in die neue Location, ins Meltdown. Und, ähm, um, Punkt 17 Uhr startet dann auch in den USA das Panel bei Hasbro, wo dann die ganzen neuen Figuren vorgestellt werden. Das wird einem sehr interessanter Stammtisch. Definitiv. Also werdet ihr dann zu 6 vor dem Handy, äh, Livestream hängen, oder was? Na, nicht alle, wahrscheinlich nur Patreon nicht. Quatsch, wir quatschen die Leute da im Meltdown an. Ey, Leute, ihr müsst einen hier live, ihr TFW-Startseite kommen, ich will halt ihn verfolgen. Ja, das wär's. Die haben ja genug Monitore da, also, sollen die mal nicht so kleinlich sein. Nein, aber, ähm, ich kann mich auf jeden Fall auch noch an ein paar Figuren erinnern, die ich damals hatte, wie gesagt, Powermas, Optimus Prime. Ich hab damals, äh, zu Nikolaus, hab ich einen Astro Train bekommen. Äh, Astro Train gehört immer noch zu einer meiner Lieblingscharaktere. Oh, da hab ich auch noch einen. Oh. Ähm, Ironhide, ich kann mich erinnern, ich bin morgens mal an den Frühstücksstisch gekommen, dreh mich um, und dann lag da halt, das war so eine Eckbank, und dann lag da auf der Ecke halt ein Ironhide drauf. Und, ähm, das war wirklich so supergeil. Aber ich hatte nie den Original Optimus Prime. Ich hatte immer nur diesen Powermas Optimus Prime. Und das ist ja so eine schöne, ähm, Geschichte, da hatte Nevermore, entweder war es ein Forenbeitrag, oder ein Artikel auf unserer Startseite, der aber damals beim, äh, Startseiten-Crash, äh, hops gegangen ist. Ähm, er hatte halt mal zusammengefasst, welche, ähm, falschen Fakten es gibt. Zum Beispiel, äh, wenn man halt mal... Ja, genau, diese, äh... Ich hab immer gesehen, äh, ja, absolut seltener Optimus, Powermas Optimus Prime, und das ist der wahre Optimus Prime, aber, ähm... Ja, genau, oder der Masterpiece Optimus Prime, das ist der G1 Optimus Prime, den ich früher als Kind hatte. Ja. Und dann auch dieses, so, finde ich lustig, es ist so eine Übersetzung von einem TFWiki-Artikel, und dann auch einfach so psychologisch auch erklärt, ja, die Kinder hatten natürlich damals kleinere Hände und haben natürlich dann als Erwachsene größere Hände und haben dann wieder den großen Optimus Prime in der Hand und denken, ja, das ist genau der gleiche und die glauben, dass die Figur mit ihnen gewachsen ist. Und du hältst den im Original Optimus Prime und die sagen, nein, nein, der ist viel zu klein, das kann doch nicht sein. Genau. Nee, damit jeder damals den Powermas der Optimus Prime hatte, hing ja auch ein bisschen so mit der Verteilung ja zusammen, äh, weil die Transformers hier ja quasi ja, zweimal auch in Europa herausgekommen sind. Einmal in dieser klassischen Verpackung, wie man die kennt, dieses rote beziehungsweise lila Gittermuster, dementsprechend, ob es Autobot oder Decepticon war, und später diese, ähm, Gold Classics, äh, Serie, hieß damals auch schon Classics, ja. Ähm, die kann dann aber später erst, ich meine, so zu Generation 2-Zeiten dann raus. und zu dem Zeitpunkt, als dann in Deutschland halt die Transformers-TV-Serie damals, die erste Version halt davon lief, weil es gab ja später auch noch die G2-Folgen, dem Cybernetic Space Cube, ähm, damals war halt der Optimus Prime, den du hier halt in den Läden kaufen konntest, ja, der Powermaster, und dementsprechend haben sich alle den Powermaster gekauft und für die war das halt dann der Original-Optimus Prime. Ich meine, hier die Transformers, äh, Comic-Magazin-Hälfte von Condor haben natürlich dann ihr Übriges getan, weil da wurde dann Optimus Prime auch immer als Powermaster beschrieben, in den, äh, Original-Tech-Stories, die die da ja so eingebaut haben. Ähm, ja. Und du konntest damals zur 2007er Zeit, als der erste Film kam, konntest du nicht auf eBay Deutschland gehen, hast Transformers eingegeben und gefüllt jeder zehnte Artikel war da so ein Powermaster-Optimus Prime. Ah, ich hab den Beitrag gefunden von Thorsten. Ähm, 9-Earth-Timer-Transformers. Bei Interesse kann ich den, äh, den Beitrag gerne, äh, unter dem Podcast verlinken. Ähm, da geh ich immer gerade drauf ein, weil ich den Artikel einfach super interessant fand, damals schon. 9-Earth-Timer-Transformers, Nummer 1. Transformers ist ein Gattungsbegriff, jeder verwandelbare Spielzeiakroboter ist ein Transformer. Natürlich nicht, denn Transformer ist eine eingetragene Marke, ähm, also ich geb jetzt nur meine Meinung hier, ich geb dir jetzt nicht die, ähm, Erklärung von Thorsten, aber es würde gerade echt den Rahmen sprengen. Aber, ähm, dann haben wir hier noch Transformers ist ein, Nummer 2, Transformers ist eine alte Serie aus den 80ern, die erst durch Michael Bayes 2007er-Kinofilm wieder ein Comeback erlebte. Ähm, das ist auch nicht so ganz wahr, so einen großen Schub hat, äh, Beast Wars wieder dazu beigetragen und Transformers ist eigentlich seit den 80ern durchgehend irgendwie immer vertreten gewesen. Genau. Es gab mal eine kurze Phase, wo die Transformers in den USA definitiv nicht gut liefen oder auch gar nicht liefen. Ähm, das wurde aber durch, äh, die europäischen Transformers von, äh, Hasbro Europa, ja, das, äh, habt ihr richtig gehört, äh, Hasbro Europa hat damals eigene Transformers gemacht, weil die Marke damals in Europa, weil durch die Verschiebung halt, äh, zwischen den Jahren dazwischen, weil wir die halt alle später gekriegt haben, so gut lieb, haben die eigene Transformers gemacht. Aber Transformers ist ja auch mittlerweile wirklich eine so starke Marke. Ähm, wir hatten ja auch... War immer, war immer präsent und durch den Film halt, kannst du sagen, fest etabliert, im Spielwarenregal genauso fest etabliert wie, äh, wie Star Wars, kannst du eigentlich sagen. Und mittlerweile, also wir waren auf der Spielwarenmesse auch bei Hasbro, hatten dort einen Termin mit dem Brandmanager und der hat uns ja auch gesagt, dass, ähm, normalerweise der, ähm, dass es einen sehr starken Rückgang in Nicht-Filmjahren gibt. Also wenn ein Film zu Transformers rauskommt, dann, ähm, fahren die halt wirklich ordentlich Umsatz ein. Das ist ja auch kein Wunder, die Filme pumpen halt natürlich wieder massig Kids in die Spielwarenabteilung und wollen dann hier den neuen Optimus Prime oder den Bumblebee haben. Ähm, und halt jetzt aktuell halt eben auch durch Combiner Wars und Robots in the Skies hat Hasbro, äh, in einem Jahr, wo kein Film rauskommt, wieder so starken Umsatz. Also der Rückgang ist nicht mehr so stark wie halt in, äh, noch vor drei, vier Jahren als halt irgendwie eine Filmpause pro Jahr war. Also zwischen Transformers 1 und 2 waren glaube ich auch zwei Jahre Pause, zwischen 2 und 3 waren zwei Jahre Pause, zwischen 3 und 4 drei Jahre Pause und ich glaube jetzt zwischen 4 und 5 werden es auch wieder drei Jahre sein, so grob. Und, ähm, ja wie gesagt, normalerweise haben die da halt schon einen ordentlichen Schwund, was den Umsatz angeht, aber der ist dieses Mal, äh, nicht so extrem gewesen oder der ist fast komplett ausgeblieben, kann man sagen. Und das ist natürlich super. Absolut, es, äh, zeigelt, dass die Marke, äh, Schritt macht in die richtige Richtung. Ähm, Combiner ist sowieso das, äh, Hauptthema halt jetzt der aktuellen Generations-Reihe, wird jetzt halt, äh, in den USA und auch bei uns jetzt halt zum Sommer halt durch das, äh, ja, durch Titans Return halt abgelöst, was dann wiederum so eine Mischung ist mit den Titanen oder den Titans-Figuren einfach dann, so eine Mischung, da werdet ihr halt hauptsächlich Headmaster wiederfinden, aber da sind auch einige, äh, Figuren dann halt auch an, an Powermaster-Figuren angelehnt, ähm, beispielsweise der neue Leader-Class Optimus Prime wird dann auch offiziell als Powermaster-Optimus Prime beworben, hat jetzt aber nicht unbedingt jetzt so ein Powermaster-Feature, so wie damals, Powermaster waren ja die, die sich in die Motoren verwandeln konnten, der hat aber, ähm, auch ein Headmaster-Gimmick oder ein Titanmaster-Gimmick halt genannt, sodass ihr dann auch wieder so einen kleinen Roboter dabei habt, der dann halt eine Komponente ist, die ihr halt braucht, um den großen Roboter auch zu bauen. Was war denn für dich so in Sachen Transformers, äh, gab's da so eine Figur für dich, äh, gab's in Deutschland, äh, wolltest du haben, aber, äh, hast du nicht gekriegt? Skylinks. Ja, okay, hätt' ich mal auch denken können. Wobei, gab's den in Deutschland überhaupt? Weiß ich nicht, sonst nehm ich dann halt an anderer Stelle Soundwave. Das ist auch mein Lieblingscharakter. Ich hatte als Kind nie einen Soundwave. Den ersten G1, G1-esken Soundwave hab ich, äh, hat mir Kitty dann zum Geburtstag geschenkt, in der, äh, ich glaub, sein, ne, nicht sein Lieberkopf. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ne? Kann sein, ja. Da hatten wir auch zu dritt den Podcast aufgenommen, glaub ich. Chris? Ja? Wo wir drüber gesprochen und ihr beide habt die gleiche Soundwave-Neuauflage, ne? Ja, genau. Da war noch die Situation, wie viele Kassetten dabei sind und so. Ja, und wie viel, wie viel reinpassen und ja, ach, ja. Für mich, äh, hat's zu einer erfüllten Kindheit beigetragen, kann man sagen. Ja. Für mich so ein Holy Grail, ich hab einen hier stehen, aber leider unvollständig ist der Overlord und ich möchte, dass du an dieser Stelle den deutschen Werbespot für Overlord einbaust, damit die Leute wissen, wer ist Overlord und wie badass ist der. Ja, nee, der ist das. Nee, das ist, du meinst, ist Unicron. Genau. Zudem gab's erst viel, viel später. Nee, Overlord, der ist, ach, weißt du was, ich sprech den jetzt einfach. Overlord kann sich in alles verwandeln als Düsenjet, Raumfahrtbasis oder Roboter. Ist er der Super-Transformer? Overlord kann sich in alles verwandeln als Düsenjet, Raumfahrtbasis oder Roboter? Ist er der Super-Transformer? Transformers! They've got the power to surprise! Die Original-Hasbro-Transformers! Boah, nee, genial, das Ding ist riesig, das, das, der stellt Optimus Prime, den Powermaster, Optimus Prime, locker in den Schatten und das ist einfach riesig, der kann sich in eine Basis verwandeln, in einen Jet, in einen Panzer und alles, fast auch alles gleichzeitig machen. Geschirrspüler! Der hat, ja, so in etwa. Nee, aber der ist einfach ein Teil, das ist so ein richtiges, weil die Werbung lief halt sehr oft damals im deutschen Fernsehen und ich wollte unbedingt einen davon haben, aber sehr groß, sehr teuer, hat damals auch schon ein bisschen das Budget auch für letzte Geburtstag oder für Weihnachten so ein bisschen gesprengt, ähm, ja, aber ich hab da mal günstig ein paar Teile zusammengeschustert bekommen, noch ist er nicht vollständig, der Overlord, der hier steht, aber es fehlt nicht mehr viel. Was ich als Get-Order hatte, war Metroplex. Ja, einen Metroplex muss ich jetzt auch unbedingt noch haben, weil halt Trypticon Neuauflage halt, da muss, muss ein neuer Metroplex her. Ich hab absoluter Transformer-Noob, ähm, ich hatte ja auch noch ein paar Figürchen, ich hatte auch so diese, diese kleinen, was du vorhin sagtest, Stationen, die sich verwandelt haben mit so ganz kleinen Transformern dabei, so Mikro-Transformern, ich hatte aber auch, es gab ja so, ähm, hohle, Hüllen quasi, wo Transformer drin waren. Genau, die Pretenders, ja. Pretenders, genau, und davon hatten wir auch ein paar, die fand ich auch sehr interessant, obwohl die so gar nicht da reingepasst haben. Ja, du musstest sie halt so ein bisschen komisch halt zusammenfalten, damit die da reingehen, hauptsächlich musstest du halt die Arme halt auf den Rücken klappen, und dann konntest du die halt reinsetzen. Ja, aber ich fand ja diese Pretenders, diese Hüllen, die haben nicht so ins Konzept gepasst von Transformers, weil das so gar nichts damit zu tun hatte, die sahen zwar futuristisch aus, aber es waren halt nur zwei Hüllen, die du zusammengesteckt hast und fertig. Ja, das machte eigentlich erst damals mit den Comics Sinn, weil es dann halt Missionen gab, die die Autobots halt dann auch mal weg von der Erde geführt haben, dann haben die sich halt, äh, äh, dann auch halt, ähm, irgendwie halt so, die Autobots mussten sich also irgendwie als Menschen tan, ähm, äh, weil es halt nochmal auf Planeten dann ging, wo es hieß, ja, wir haben jetzt nicht so, wir sind jetzt nicht so gut auf Roboter zu sprechen, oder auf Planeten, wo es hieß, nee, wir lassen hier gar keine Roboter drauf, die werden erstmal, äh, umgelegt, wenn sie meinen, sie kommen ja auf unseren Planeten. Ja, und, ähm, also am, am empfehlenswertesten ist, wenn man sich halt für dieses Konzept von, ähm, Pretenders interessiert, denn das ist am empfehlenswertesten, sich die japanische Serie Master Force anzusehen, die gibt's mittlerweile auch mit, äh, mit einem relativ guten Synchro eigentlich, meine ich, äh, wisst du jetzt nicht, also wenn du diese malaysianische, englische Synchro meinst, nee, die ist grausam, mach das nicht, nee, guckt euch, guckt euch das, wenn auf Japanisch an, da sind gute japanische Sprecher verpflichtet worden, und, äh, die Untertitel sind auch gut, alle so gut lesbar, ja, außerdem sind die japanischen Intros alle voll geil, mhm, head on, also das Headmasters Intro war geil, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich find's, äh, mittlerweile ist, äh, Victory Intro noch viel geiler, Victory hab ich, glaub ich, nicht gesehen, aber selbst Headmasters ist bei mir bestimmt schon acht, neun Jahre her, aber Transformers ist es auch so ein, das wird nicht alt, also ich glaub, die Transformers werden in zehn Jahren noch relativ gut dabei sein, ja, definitiv, ähm, einfach aus, einfach, einfach allein aus dem Grund, dass Hasbros ja auch, in dem Sinne ja auch, äh, gut ans Laufen gebracht hat, wie, äh, wie, äh, Mattel mit den, äh, Classic, ähm, Motofiguren halt, die ganzen Charaktere von damals kommen halt alle jetzt wieder, aber mit modernem Toy Engineering, halt dieser Classics, äh, Generations-Bereich einfach, ich hab vorhin halt Powermaster Optimus Prime angesprochen, ähm, als Leader, der sieht halt wirklich aus wie damals das Spielzeug, macht zwar ein paar Abstriche, was die Gimmicks angeht, was ich ein bisschen schade finde, aber da reden wir mal drüber, wenn ich die Figur in den Händen halte, oder wenn Marco seine Review macht, dann sag ich vielleicht auch mal was dazu, aber das ist eigentlich echt schade, dass der nicht nach Deutschland kommt dann, weil damals ja viele auch den Powermaster Optimus Prime hatten, aber mal gucken, da, wenn wir den haben, dann, äh, oder wenn du den hast, ich denke mal, du machst ja wahrscheinlich dann eh zuerst die Review dazu, und, äh, ja, dann komm ich vielleicht mal vorbei, und dann machen wir vielleicht so eine Partner-Review, du machst den neuen, ich mach den alten, und dann mal gucken, das nehmen wir uns mal fest vor, und, äh, ja. Dann wechseln wir auch schon zu einem anderen Thema, nämlich Saber Rider. Saber Rider Saber Rider Saber Rider Saber Rider Genau, wo alles einen Peitschenschwung hatte, selbst wenn wir mit Kanonen geballert haben, gab's da einen Peitschenschwung. Die Überleitung von zwischen 10 und, äh, ja, verdammt, zwischen 2 und 10 kam auch immer die Überleitung dran. Ja, beste Anime-Serie ever, finde ich. Saber Rider fand ich halt schon geil, aber es war halt irgendwie nie so meine Lieblingsserie, also ich hab eine Ex-Freundin, die war ein riesiger Saber Rider-Fan. Deswegen auch Ex-Freundin. Hm? Ja. Nö, nö, deswegen nicht, es hat eine andere Übersprünge, aber ich fand Saber Rider cool, ich hab ja diese DVD-Box und, ähm, find halt auch das Titellied supergeil, ich freu mich auf das kommende, ähm, 3DS-Spiel und, ähm, auch die Hörspiele fand ich echt cool. Also, Saber Rider ist halt so, das verbindet Science-Fiction mit Western, also ähnlich schon wie halt eben, ähm, ähm, Brave Star, nur halt eben noch mit, ähm, mit Kampfrobotern, mit Mecha-Action, nämlich Ramrod, das war halt irgendwie auch so... Ja, so Brave Star meets Gundam. Ja, könnte man eigentlich so sagen. Ja, oder eigentlich, obwohl Power Rangers ja später kam, war ja eigentlich schon fast mehr in Richtung wie Power Rangers, also das Sentai dann halt. Dass dann halt zwei riesige Roboter dann nachher noch auch gegeneinander gekämpft haben. Interessant ist ja auch, dass Saber Rider in, äh, in Japan, oder in, ja doch, in Japan, äh, ursprünglich als Saiyoshi Bismarck ver, ähm, wertet wurde, ähm, aber für den Westen angepasst wurde. Also, da wurde das halt alles noch ein bisschen amerikanisiert, sag ich mal, und, ähm, Folgen anders zusammengeschnitten, ähm, Sachen entschärft, nämlich, äh, die Outrider, im Original werden die halt wirklich getötet und in der westlichen Version werden die dann halt eben zurück in ihre Dimension geschickt. Ja, das fand ich glaube, ehrlich. Das fand ich damals so, okay, hm, ja gut, dann, als ich das als Erwachsener noch mal gesehen habe, was? 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 Ja, never ending story. Wirklich grüßt das Bumultier, so eine Art System. Aber ich fand's trotzdem geil, ich hab, ähm, ich weiß genau, damals hab ich noch aus Lego, hab ich mir den, äh, Bronco Blaster, äh, nachgebaut und hab dann auch versucht, das Fahrzeug von Fireball nachzubauen, das hab ich aber leider nicht geschafft. An der Stelle, ähm, da hab ich auch einen Artikel zu geschrieben, ähm, ich weiß gar nicht, was das denn geworden ist, ähm, Dejin Kai, äh, ist sein Künstlername, der hatte, ähm, der wollte zu Saber Rider, da Lego-Sets bei, über Lego Ideas, oder wie es damals noch hieß, Kuzo, ähm, halt machen lassen. Allerdings, äh, hat er halt nicht die genügend Aufsch... äh, nicht die genügend, ähm, Zuschriften dafür bekommen, oder halt die Unterschriften, ihr wisst, was ich meine, und konnte das dadurch nicht verwirklichen, aber der hatte richtig coole Konzepte für halt eben die Fahrzeuge und für, äh, Ramrod. Und da find ich's halt echt schade, dass das nicht verwirklicht wurde. Boah, von Ramrod bräuchten wir mal unbedingt was, so im, im Transformers Masterpiece-Style. Ja. Unbedingt. Danke. Ich hab mir mal Bilder von dem Spielzeug mal angeguckt. Ja. Ja. Ja, die Spielzeuge zu Saber Rider waren halt echt schon, äh, naja. Ihr müsst die Zeit bedenken, weil die Dinger rausgekommen sind. Ja, natürlich, aber wenn man halt eben auch, äh, vergleicht, was halt Hasbro und Takara zu dem Zeitpunkt halt schon, ähm, mit Transformers oder halt mit, ähm, wie hieß die, ähm, Go-Bots? Ähm, gemacht haben, da ist halt schon potenziell vorhanden gewesen. Ja, klar, aber wahrscheinlich nicht, dass das, äh, nicht die finanzielle Mittel ist. Überleg mal, wie viele, wie viele Einheiten von Saber Rider Toys gemacht wurden, oder von Bismarck Toys, und wie viele Einheiten Transformer gemacht wurden. Da war der Markt ein bisschen größer. Das ist ja was Interessante, ähm, dass, äh, Saber Rider hierzulande einen riesengroßen Hype hatte, aber im Rest der Welt völlig untergegangen ist. Und hier gab's keine Toys. Lief das in, ich mein, in Frankreich lief das so, glaub ich, auch noch ganz gut, ne? Wen das interessiert, der kann auch nochmal in eine ältere Ausgabe, ähm, die verlinke ich dann auch gerne nochmal unten, äh, und im Artikel. Oder halt eben, äh, je nachdem, wo ihr es gerade diesen Podcast, äh, hört, seht, was auch immer, konsumiert. Ähm, den Link dazu, da hatten wir nämlich ein Gespräch mit, äh, Timo, den ich vorhin schon mal bei Voltron erwähnt habe, ähm, den hatten wir auch mal im Podcast sitzen, ähm, der hat dann halt auch ein bisschen über die Zusammenarbeit mit, äh, World Event Productions und halt eben auch, äh, diesen ganzen Hintergründen von Saber Rider und, ähm, eben auch die Vermarktung in Deutschland und sowas gesprochen. Das ist auch sehr aufschlussreich, sehr interessant. Hätte ich auf jeden Fall nie gedacht. Also als Kind nimmt man das ja auch gar nicht zusammen. Man sieht, oh, Saber Rider, oh, ist cool. Jeder kennt Saber Rider. Aber man realisiert gar nicht so sehr, dass, äh, dass es in anderen Ländern vielleicht gar nicht so der Fall war. Aber genauso wie in anderen Ländern wahrscheinlich, äh, dies und das halt irgendwie voll ertrennt war. Und hier in Deutschland war es ein feuchter Forz. Keine Ahnung. Also, oh, Saber Rider ist ein Evergreen. Also ich glaube, da werden in 10, 20 Jahren werden die Leute noch zurückblicken und sagen, boah, das war geil. Und ja, zu Saber Rider hatten auch, ähm, zusammen wie bei Transformers halt 77,4% aller, aller Teilnehmer der Umfrage haben halt eben auch Saber Rider gewählt. Und damit kommen wir auch schon zum dritten, äh, eigentlich zum zweiten Platz. Also schon als von Saber Rider teilen sich einer und der erste Platz ist auch geteilt. Da kommen wir nämlich zum nächsten Thema, nämlich He-Man, was wir ja eben auch schon mal angeschnitten haben. Yay! I am Adam, Prince of Eternia, und Defender of the Secrets of Castle Greyskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, By the power of Greyskull. I am Adam! Und da kann Chris jetzt hier seinen Nudgesen freien Lauf lassen. He-Man haben übrigens, ähm, 87% aller Teilnehmer bei der Umfrage gewählt. Das heißt also, fast neun von zehn Leuten haben He-Man konsumiert. Und einer von war Chris. Ja, ich war die letzten sechs quasi. Ja, was soll man das sagen? He-Man ist halt Kult. Das kennt jeder. Also gut, halt neun von zehn gesagt ist. Ich weiß nicht, wo man anfangen soll. Gib mir ein Stichwort! Zauberschwert. Zauberschwert. Oh, das war ja ein super Stichwort. Also wenn man jetzt die Serie, ähm, erstmal nur die Serie betrachtet, äh, abgelöst vom Spielzeug, ist natürlich wieder diese klassische Story von wegen gut gegen böse und der Held ist eigentlich so ein getarnter, klar kennt, der mit Hilfe eines Zauberschwertes sich dann in den Übermenschen verwandelt, der jeden aus der Scheiße holt. Oh, da spricht der als Deutscher hier vom Übermenschen, der blond ist. Wenn ich blond ist, ist das so. Mit der vollen Kursur. Heimers break you Skeletor. Genau. I'll get to the chopper, to the windrider. Aber es war halt auch so eine typische Serie, die auch wieder die Tugenden und Tipps und Tricks an die Kinder weitergegeben hat, wo auch wieder, wie bei She-Ra auch, an jedem Ende der Folge von Orko oder von den Hauptcharakteren den Kindern beigebracht wurde, das ist böse, mach das lieber so. Ja, diese Moralaposte. Genau, diese Moralpredigten. Was ich aber relativ gut finde, weil es mittlerweile sowas überhaupt nicht mehr gibt. Und damals haben die Kinder das wirklich ernst genommen. Und wir haben das sogar ernst genommen, was sie da gesagt haben. Wenn He-Man das sagt, muss das stimmen. Ja, genau, richtig. Das hat er ja gesagt im Fernsehen. Dann ist das so. Keine Schokolade von Leuten annehmen, die du nicht kennst. Richtig. Man kann das achtmal sagen. Das ist scheißegal. Wenn He-Man das sagt, stimmt das. Und die Geschichte war ja auch, da war ja alles mit drin. Science Fiction, Fantasy, sehr viel Mystisches auf jeden Fall war dabei durch das Zauberschwert und Castle Greyskull. Keiner wusste wirklich, wie dieser Geist von Castle Greyskull aussieht. Ich weiß noch ganz genau, wenn ich die Folgen angesehen hatte, ich wollte immer wissen, wie es innerhalb von Castle Greyskull aussieht. Sehr viele Bilder gab es da ja zu. Nur den Thronseil der Königin, beziehungsweise der Zauberin, wo dann immer dieser Spiegel stand. Was mich als Kind bei He-Man immer total abgefuckt hat. He-Man, oder Adam, hat ja eine Frisur, die sieht aus, als hätte der einen Topf auf den Kopf gesetzt bekommen. Einfach alles, was unten rausguckt, abgeschnibbelt. Prinz Eisenherz Frisur nennt man das auch. Ja. Aber neben Prinz Adam war der Einzige, da mit derselben scheiß Frise rumlief, He-Man. Ja, klar, kennt das Gleiche. Das Einzige Unterschied ist mit Brille. Ja. Und das war nicht immer so behämmert. Also diese fehlende Logik hat mich schon als Kind so dermaßen angepisst. Da gab es in der Spielzeug-Serie von He-Man ja die gleiche, die nächsten Logikfehler. Es gab ja eine Folge, da hat He-Man gegen seinen bösen Billing quasi gekämpft. Weil Skeletor, der Bösewicht, hat ja einen Faker, einen Roboter-Doppelgänger. Ja, der Faker, ey. Einen Doppelgänger gemacht von He-Man, der im Cartoon genauso aussah wie He-Man, nur dass er leuchtende Augen hatte. Damit der Zuschauer oder das Kind sehen konnte, aha, leuchtene Augen, böse. Alles klar, weiß Bescheid. So, was hat jetzt Mattel gemacht? Mattel hat den Faker blau gemacht, komplett. Und er hatte keine He-Man-Rüstung, er hatte doch die Skeletor-Rüstung. Genau, er hatte ja einen Sticker unter der Skeletor-Rüstung, der Sticker sollte Computerbauteile darstellen. Es sah so aus wie so ein Tonbandgerät aus den 60ern und hatte dann eine rosane, gar nicht wahr, orangene Skeletor-Rüstung. Lentenschutz und den Harnisch von Skeletor an. War aber komplett blau. Und diese Logik verstehe ich bis heute nicht, warum das so ein krasser Unterschied ist. Lass dir mich in diesem Robo-Chicken-Sketch von He-Man. Oh, I'm He-Man. What the hell is wrong with your beast, man? He's blue. I'm half dark. Everything is shade so great to me. Ja, genau. Der ist so geil, dieser Sketch. Allgemein, die von Robo-Chicken haben doch so viele Masters-Sketche auch gemacht. Die könnten eigentlich mal ein Masters-Special machen, oder? Die machen wir auch. Die haben, glaube ich, zwei Star-Wars-Specials haben die doch schon gemacht, ne? Und zwei DC-Specials mit den DC-Figuren, also... Das Schlimme ist, es gibt ja eine Figur, die aus... Oder ein Sketch, der wurde sogar als Figur umgesetzt von Robo-Chicken, beziehungsweise von Mattel. Aber er ist in der Neuauflage in 2000. Jetzt sag bitte Treynor. Nein. Der Zahnarzt des Bösen. Was, echt? Ja. Ja. Mola, ne, wie hieß der Mola, glaube ich, hieß der? Ja, ich glaube schon. Aus der Szene, wo Skeletor zum Zahnarzt geht und er eben dann den Zahn rausreißt und so weiter und so weiter. Und das gibt's als Doppelpack von Mattel. Das hat die Fans so angekotzt. Also, sie dachten erst, es wäre ein April-Scherz gewesen, das im Juli. Aber als sie das rausgebracht haben, haben wir echt alle gedacht, ach du Scheiße, das kann ja nicht wahr sein. Ja, wie Transformers-Fans, wir würden jetzt dann sagen, sieh, RUIN FOREVER! Aber der Nebeneffekt von der Serie, beziehungsweise, was heißt Nebeneffekt, die Serie basiert ja quasi auf der Toyland oder umgekehrt. Das ist ja, es hat sich ja damals sowieso nicht viel gegeben. Es war eine Riesenmasse an Toys, die damit ausgeballert wurden. Es gab Burgen, also es gab vier verschiedene Burgen. Dann gab's jede Menge verschiedene Vehikel. Fahrzeuge. Bitte? Fahrzeuge. Ja genau, Vehikelfahrzeuge. Und dann jede Figur hatte ein Action-Feature. Das war das Aushängeschild der Master of the Universe Serie, dass jede Figur etwas konnte. Mindestens ein Action-Feature. Ich bin auch der Meinung, dass... Burgen waren auch alle cool. Also ohne jetzt mit dem Spielzeug groß beschäftigt zu sagen, ich hab mich aber mal mit diesen Burgen auseinandergesetzt. Mal auf Google, paar Bilder angesehen, die Burgen, die fand ich alle cool. Da kannst du doch gerne auf meinen Kanal gucken. Ich hab eine Review zu der originalen Castle Greyskull gemacht. Ja, die hab ich auch gesehen. Ah! Die neue kommt natürlich auch noch irgendwann. Kriegst du die Burgen noch alle zusammen? Oder kriegst du die Burgen zusammen? Welches ist es da ab? Snake Mountain, Castle Greyskull, das ist bei mir auch schon auf. Und halt, ja, keine Burgen, aber halt eins der Playsets. Halt diese Fright Zone. Das ist ja eine Burg von Vordern und Eternia. Und diesen Brunnen, dieser komische Brunnen, was war das? Ich meine, es ist die Slime Pit, oder was? Ja, genau. Ja, nee, das ist halt rausgehalten. Aber Eternia gab's ja auch noch. Dieses blaue mit dem Monster, äh, mit dem Katzenkopf oder Löwenkopf am unteren Teil, der zwei Arme hatte. Mit dieser Schwebebahn dabei. Das wollte früher, äh, spät, doch früher wollte das keiner haben, dieses Set. War A, zu groß. B, kam's zu spät. Und C, war's zu teuer. Mittlerweile kostet das über 1.000 Euro, wenn du so ein Ding haben möchtest. Aber ich glaub, He-Man war so die erste richtige große Toyline, die so viele Playsets hatte. Oder allgemein eine der ersten, die so Playsets hatte. Glaub auch, ja. Kommt hin. Also, das fand ich halt schon immer geil bei, äh, bei Toylines halt, dass du dann so fette Playsets hast. Bei Turtles hat's ja dann hier, ähm, das, äh, Turtles, äh, äh, nicht Camp, ähm, hat hier diese Kanalisation. Ähm, dann, ähm, hier diese, diese, äh, dieser Thunderdome, nenne ich Thunderdome, wie hieß denn das? Technodrome. Technodrome, ne. Technodrome, ja. Technodrome war eine CD. Ich glaub, also, viele der Fahrzeuge, die damals rauskamen, waren auch mit Batterie betrieben. Und die funktionieren heute noch. Ja, da gab's ja diese komische, äh, irgendein Vieh, was halt irgendwie... Ne, ich krieg's nicht mehr zusammen. Was ist denn aus? Ne, ich weiß es nicht mehr, ich kann's nicht mehr beschreiben. Farbe? Bla. Obbla, ne, da gab's gar nichts. Ne, da muss ich irgendwie mal in einen Toykatalog reingucken und dann halt... Das war so rot, grün, gelb, blau-isch irgendwie. Also, Batterie betrieben gab's aber den Dragon, Dragonwalker, das war so ein Drachen... Drache, der läuft, ne? Ich glaub, den mein ich, ne, der... Ja, genau, der, 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 der ist... Vor und zurück, vor und zurück. Ja, genau, ne, der ist, der Kopf ist nach vorne gefahren, äh, gefahren, dann hat er durch den Schwung quasi, äh, ja, die Unterseite seines Fahrzeugs nach vorne geschwenkt. Dann ist der Kopf wieder weiter nach vorne gefahren und immer so weiter. Hm, hm. Frightcopter, Windrider, Battleram, ähm, Bershosaurus, Battlecat, Pantor, ja, da gab's so viele Viecher und das krasse ist, ich kenn alle Namen nur auswendig, das ist nicht so schlimm. Nerd. Aber damit bist du ja hier richtig. Ja, genau. Achso, was ich zu den Actionfechern gerade sagen wollte, also jede Figur hat ja mindestens zwei, also ein Actionfecher, vielleicht sogar zwei, weil standardmäßig hatte jede Standardfigur einmal diesen Hüftschwung. Hm. Das hat ja fast jede Figur, außer so spezielle wie, ähm, Extender oder, ja, Battlecat jetzt als Beispiel, oder die, deine, Stone, dann Rockhorn, hatten sowas ja auch nicht. Aber es war immer innovativ und einfallsreich und abgespaced, das fand ich immer sehr cool bei Masters, sowohl die Serie als auch die Spielzeugsachen. Wobei die Kosten für so eine Figur damals ja auch recht teuer waren, für Verhältnisse, also ich glaube, meine Figur waren damals 12 Mark 99, das war schon für eine Actionfigur relativ viel Geld. Im Vergleich, Star Wars Figuren haben damals 8 Mark bis 9 Mark gekostet. Genau, und Turtles waren irgendwie dazwischen, die kosteten 10, meine ich. Irgendwie sowas mit dem Dreh, meine ich. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema, es sei denn, einer von euch möchte noch zu He-Man sagen, weil ich, ach, weil He-Man auch irgendwie nur durch meinen Bruder mitbekommen, äh, hatte nie wirklich eigene Figuren, äh, bis halt jetzt auf die Classics Figuren, aber die zähl ich jetzt gerade mal nicht mit. Aber es gab halt schon irgendwie auch sehr viele skurrile, verschiedene Figuren, da gab es ja diesen durchsichtigen Roboter, der die Zahnräder im Inneren hatte, es gab, ähm, Figuren, die hatten, äh, eine Figur, die hatte so, so Saugnäpfe, es gab eine Figur, die stank dermaßen, äh, wo, wie? Stinkor. Stinkor, ja. Dann gab es diesen, äh, Mossman, der irgendwie völlig, äh, der sah so ein bisschen aus wie dieser Gorilla, äh, oder dieser King Kong in, ähm, in der Hollywood-Tour im Phantasial-Life, der roch so schön vermordert. Also, das muss man, äh, He-Man wirklich, ähm, zugutehalten, dass die Actionfiguren zur Serie wirklich dermaßen unterschiedliche Features boten, das fand ich schon super. Vom Chris, vom Chris möchte ich jetzt zum Abschluss noch eine Sache wissen. Nein, nein. Doch, ich möchte wissen, was hältst du vom Realfilm? Doch, das will ich jetzt einfach wissen, dass wir einfach mal über diesen Realfilm gesprochen haben. Ich kann jetzt kein Kotzgeräusch nachmachen, das kann ich gerade nicht imitieren. Ich war, ich war als Kind, ich wollte als Kind unbedingt in diesen Film rein, weil ich gesagt habe, oh, He-Man, geil, Dolph Lundgren, ah, super ins Film, ich war enttäuscht, ich war richtig enttäuscht. Und der Film hat mich sowas von, weiß ich nicht, super mega krass enttäuscht, weil nicht so war, wie es He-Man eigentlich sein sollte. Der einzige Charakter, den du erkannt hast, war Man at Arms, weil der von der Rüstung her ungefähr gleich war oder sehr ähnlich war. Gelder konnte man sich denken, weil halt das Skelettgesicht sah zwar anders aus, aber gut, He-Man fand ich schon als das erste Mal ins Bild trat enttäuschend, weil er ein ganz anderes Schwert in der Hand hatte. Also als Kind habe ich mir das Ding komplett anders vorgestellt. Ich bin von dem Film komplett enttäuscht gewesen, bin ich immer noch. Was hältst du denn von den Gerüchten, von den Ankündigungen bisher zum geplanten kommenden Film, dass unter anderem halt auch hier der Typ, der G.I. Joe 2 verbrochen hat, Regie führen soll? Wie stehst du dazu? Mir ist das relativ egal, weil geredet wird seit Jahren über He-Man und Masters Verfilmung. Es passiert aber nichts. Wenn was Konkretes kommen, wenn Trailer kommen, offizielle Trailer und sonst irgendwas, dann mache ich mir darüber Gedanken. Aber ich habe darüber aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen, wenn Sachen nur im Raum stehen und es passiert nichts. Gleich wie mit den ganzen Figuren-Releases in 2015 und 2016. Da sind auch einige Sachen angeteast worden, die nicht gekommen sind. Ja klar, da wird man dann vorsichtig. Ja, das hat man sich dann so angewöhnt. Was ich noch zu den Namen sagen wollte. Als Kind hat man ja nicht so wirklich die englische Sprache beherrscht. Man hat sie zwar versucht zu imitieren, aber man konnte es nicht wirklich sprechen. Nicht so wie heute die ganzen Kinder das machen. Das ist so wie wenn der Außenminister irgendwie mit seinem Amtskollegen Englisch redet. Ja, so ungefähr. Aber hätten wir damals Englisch gekonnt, wären die Namen der einzelnen He-Man-Charaktere auch viel sinnvoller für die Kinder gewesen. Weil man merkt, mittlerweile merkst du ja auch, wie blöd eigentlich die Namen der ganzen Figuren sind. Ich meine, der Haupttyp heißt Er-Man. Oder wie du so schön gesagt hast gerade, der Typ, der stinkt, heißt Stinkor. Ja, dann nimmst du aber von dem He-Man noch das Haar davon und heißt der halt Herr-Man. Ja, genau. Aber das zieht sich ja durch die ganze Zwei-Line ja durch. Aber so von wegen englische Sprache oder wenn der Mensch, der den Podcast hier aufnimmt, wie heikel sagt, ne? Ach, ein bisschen was zu lachen muss ich doch auch machen. Verstehe ich. Ja, auch unterhaltsam hier, ne? Ja, wir könnten gerne noch stundenlang über hier mal weiter diskutieren, aber ich denke mal, wir gehen mal weiter zum nächsten. Ja, das nächste Thema wäre dann nochmal Ghostbusters. Ghostbusters, diesmal dann die real Ghostbusters. I'm afraid of no ghost. Ghostbusters. 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 Ey, Patrick, du bist so ein Penner. Das könnt ihr jetzt natürlich gerade nicht lesen, aber Patrick hat mir gerade noch so schön geschickt. Beheikel, das lasse ich mir auf ein T-Shirt drucken. Und das mache ich zu meiner Signatur, zu meinem Avatar, zu meinem Passwort, zu was weiß ich nicht noch. Die Welt muss das erfahren. Dein Moment wird auch noch kommen, da bin ich mir ganz dolle sicher. Ja, aber zurück zum nächsten Thema, nämlich den Ghostbusters. Und da gab es auch so herrlich bescheuerte Figuren zu. Die waren alle geil. Alle. Die waren die witzig. Ausnahmslos. Was ich schade fand bei den Figuren, also wenn wir jetzt mal direkt bei den Figuren anfangen, ist, bei den Geisterjägern, da hast du ja immer diesen Handaufsatz gehabt, den du über die Hand gestreifen musstest. Und dann hinten immer hin und her drehen musstest, damit du diesen Plasmastrahl imitieren wolltest. Photonenstrahl, bitte. Kein Plasma. Hört dazu. Basiert da drauf. Ein Plasma-basierender Photonenstrahl. Von mir ist es auch so. Kümmern wir uns drauf ein. Okay. Der ist immer sehr schnell abgebrochen. Oder der ist sehr schnell abgebrochen. Ja, das fand ich irgendwie voll blöd. Da hätten die sich irgendwie was anderes ausdenken müssen. Das fand ich vielleicht sehr schade. Entweder so welche, die du einfach anstecken kannst, auch aus transparentem Plastik, dass man die so aus, ja vielleicht, ja auch so ein bisschen dehnen könntest oder so, dass du die so ein bisschen, ja, verformen kannst. Oder so, das wäre jetzt im Nachhinein, denke ich mal, eine bessere Lösung gewesen. Sehnbar, verformbares und durchsichtiges Plastik. Das musst du mir mal zeigen. Ja, gibt's bestimmt. Aber nicht zu dem Jahr, aber nicht als die Figuren rausgekommen sind. Ja, nicht, aber da hättest du aber wenigstens was, wie gesagt, so zum Anstecken halt. Boah, ist auch Stura-Stahl oder so. Das ist Krupp-Stahl. Ja, Krupp-Stahl, Neongelb angemalt. Diese ganzen völlig bescheuerten Geisterfiguren, also das fand ich schon ziemlich cool. Der Müllmann, den man die Mülltonne über den Kopf ziehen konnte und sich dann diesen Geist verwandelt hat. Oder die alte Oma. Ja, genau. Das Klo, was sich dann in den Geist verwandelt hat. Was ich so gar nicht verstanden habe, war dieser Käfer mit der Heuschrecke. Ich sage, wo ist das denn ein Geist, bitte? Erklärt mir das. Das ist kein Geist. Doch, der Heuschrecke, der Käfer ist von einem Geist besessen und dadurch verwandelt sich der Käfer in eine Heuschrecke. Die Heuschrecke ist der Geist. Aber trotzdem, das sah überhaupt noch nicht aus wie ein Geist für mich. Von Geist habe ich mich immer richtig spooky, abstrakt und so. Ja, aber nicht sowas. Das war... Deine Heuschrecke als Auto finde ich auch abstrakt. Da war es quasi ein Transformer. Ja, aber das ist... Das ist... Ja, das war von... Ja, ein Transformer, so Ghostbusters. Aber steht drauf. Das fand ich war bescheuert. Mask. Well, that escalated quickly. Wobei ich den sogar hatte, diesen bescheuerten Käfer. Und diesen Hubschrauber. Ecto 2. Die Fahrzeuge da, die fand ich irgendwie alle cool. Sei es jetzt Ecto 1 oder ich hatte irgendwie noch so ein Buggy und dann war dann... Ach ja, genau. ...kontest du diese zwei Auspuffrohre zusammen drücken und dann hattest du wie so ein Klatsch- oder Fang-Gimmick halt. Ja, genau. Den hatten wir auch. Oder ich hatte den... Das fand ich immer cool. Ich hatte so ein... So ein weißes Fahrzeug. Da waren vorne so... So wie... Ja, ich würde jetzt nicht sagen wie zu schaufeln. Aber... Dann hast du das Ding so ein bisschen runtergedrückt. Dann war unten dann noch so ein... So zwei Kontakträder. Und dann haben sich die Dinger gedreht. Und dann, wenn du so eine Figur davor gesetzt hast, dann hat das Ding so die Figur eingefangen. Und ich fand, dass dieses Fahrzeug, das sah immer so ein bisschen aus wie der Verbannungscontainer. Deswegen habe ich das immer so gemacht. Ich habe mir dann, weil ich keine eigene Einsatzzentrale von den Ghostbusters hatte, habe ich mir das dann so aus Duplo so nachgebaut. Und dann dieses Fahrzeug dann so integriert. Und dann, oh mein Gott, jetzt kommt der Marshmallow-Guys. Wir müssen den... Mit den normalen Fallen können wir den nicht fangen. Wir brauchen jetzt, äh, ja, hier halt, äh, den mobilen Verbannungsdingen. Ich habe es gerade gesagt, aber jetzt fällt es mir das Wort nicht mehr ein, weil der Satz schon so lange ist. Apropos Marshmallow, Mann. Ja, auf jeden Fall hat das Ding... Auf jeden Fall habe ich das Ding dann so da immer rausfahren lassen. Also aus der Basis kannst du... Habe ich das Fahrzeug halt in meine eigene Basis integriert. Patrick ist wie heikel. Der Nächste auf meiner Liste. Nee, was mich an der... Nee. Aber das sieht echt cool aus. Ähm, nee, was mich an der Toyland total angepisst hat, beziehungsweise genau am Marshmallow-Mann, der war zu klein. Ja, der Marsch da war gar nicht gepasst. Ja, definitiv. Das war, weiß ich nicht. Da habe ich auch gedacht, so, what? Der ist ja nicht viel größer als, äh, als ein Großpasta. Das war wie der kleinwüchsige Zwillingsbruder vom Marshmallow-Mann. Ich weiß nur eins, irgendwo hatte ich den mal, äh, bei jemandem gesehen, als es auf dem Kindergeburtstag war. Ja, der hatte einen großen Marshmallow-Mann aus Plüsch. Was ich mir... Jo, so einen muss ich haben. Weil der Marshmallow ist ja auch so weich und so zum Drücken und so, ne. Selbst wenn das jetzt keine Actionfigur ist, von der Größe hätte der gepasst. Aber den habe ich hier nie gesehen. Ich weiß auch nicht, ob der... Weißt du, der, äh... Selbstgenäht. Ja, vielleicht, ne, ja, kann, kann ja sein. Ähm, aber der sah für das ja aber sehr zu professionell aus. Ich meine, vielleicht war das auch irgendwo, äh, aus dem Ausland oder so. Das kann, kann ja sein, weiß ich ja nicht. Ich meine, alles habe ich da jetzt auch nicht verfolgt. Aber, da habe ich mal so die Augen aufgehalten, aber das habe ich dann nie gefunden. Ja, da gibt es ja jetzt, durch, von Metall gab es ja auch diese Neuauflage, auch wie bei den Mars of the Universe, ähm, die Ghostbuster-Classics-Version. Und da gibt es auch einen, ähm, exklusiven Marschallemann, der richtiges Maßstab hat. Also, der viel größer ist als die Figuren selber. Das sah schon gut aus. Chris, Chris, der Link unten... Ja, das ist eins von den Fahrzeugen, die ich hatte. Das ist der zweite Link wahrscheinlich. Das war das auch, was ich hatte. Ah, ja, doch. Jetzt habe ich ein sehr erkennlichen Ohr wieder. Aber ich muss gestehen, ich hatte gar nicht so viel von Ghostbusters. Ich hatte einen guten Freund, der hatte halt echt viel. Ich fand Ghostbusters halt ganz cool, aber... Ja, Cyril, Ghostbusters, SOS, Fantômes, Dämon des Routes. Und es gab auch noch dann später, es kamen ja die normalen Ghostbusters raus und später kamen dann die, ähm, Frightened Ghostbusters. Das waren dann auch Figuren, wo du auf den Knopf drücken konntest, wo dann die Augen rausgedrückt kamen, die Ohren rausgeflogen sind und der Kopf sich einmal um die eigene Achse gedreht hat. Die fand ich dann... Nein, die fand ich toll. Ich fand auch richtig toll, dass die andere Uniformen hatten. Aber? Aber was? Ich fand das toll, dass die nicht alle so gleich aussahen als Actionfiguren. Ich fand auch die Roleplay-Items ganz cool. Es gab halt auch eben dieses... Die Falle, die gab's. Da war dann halt so... Per Luftdruck war das geschaut. Wenn du draufgetreten bist, dann hat sich die Falle geöffnet. Dann konntest du halt irgendwie... Ich hab da immer hier vom Monster in mein Pocket die Viecher reingeworfen. Oder, ähm, dann, ähm, auch hier so ein, ähm, hier so ein Protonenpack mit so Schaumstoff, äh, riesen Schaumstoff-Ding, was halt hier diesen Protonenstrahl halt irgendwie... Ah ja, genau, da hat's Chris verlegt. Was diesen Protonenstrahl halt irgendwie darstellt. Aber ist dir mal aufgefallen, wenn du das Protonenpack mal anguckst, guck mal oben rechts am Protonenpack. Jetzt im ersten oder im zweiten Bild? Im zweiten Bild. Das ist Triforce. Die Schweine! Genau. Wenn Nintendo da nichts gesagt hat. Ja, vielleicht haben die da damals einfach so nicht so, nicht so da drauf. Wobei, ist das geil, ist dieses... Hat Nintendo sich das so als so gesichert? Nee, glaub ich nicht, weil ich war, als ich in Japan war, ist dieses Zeichen auch, ähm, bei einer Kaufhauskette in Japan, die Kimonos verkauft. Die haben das, das als Logo. Ja, weil jetzt möchte ich mir, möchte ich gerne sehen, dass, äh, Nintendo irgendwie so hingeht. Ja, nee, so drei Dreiecke, so angeordnet, äh, ist, äh, unser Eigentum, unser, unser, es gehört uns. Und das darf auch niemand anders machen. Dann guckt der Typ die an und sagt so, Alter, ihr wollt ein Trademark auf Dreiecke, habt ihr sie noch alle? Entschuldigung, es gibt eine Firma, die hat ein Trademark auf Apfel. Ich wollt's grad sagen. Da war in Bonn ein Restaurant. Ja, genau, ja, genau. Und die Alte wurde verklagt von Apple, weil die einen Apfel als Logo für ihren, für ihr Kaffee hatte. Und der Apfel sah nicht aus wie das Apple-Symbol. Und die musste das dann ändern, meine ich. Die hat verloren, meine ich. Ja, da gab's irgendwas mit, äh, bei ProSivo, ich hab das mal gesehen, glaub ich. Aber ob sich das geändert hat oder nicht, das weiß ich nicht mehr. Ja, aber das ist der Unterschied. Nintendo ist ein cooler Konzern und Äpfel ist ein scheiß Konzern. Kann man mal so stehen lassen, ja. Äpfel waren aber nicht deren Lieblingsspeise, sondern Pizza. Boah. Ja, vielleicht haben die aber auch mal Pizza mit Äpfeln drauf gegessen, hä? Das ist ja eine tolle Überleitung. Ich muss gestehen, das klingt gar nicht mehr so übel. Das klingt total. Es gibt eine Äpfelpizza, Äpfelpizza, Äpfelpizza. Wir haben beim... Eine Äpfelpizza. Ja, nee, es gibt eine richtige Äpfelpizza. Das Ding heißt süße Pizza und da sind, ist halt Apfel mit irgendwelchen Kram halt drauf. Ja, hab ich bei Lidl, glaub ich, auch schon mal gesehen. Ja, genau. Nee, Netto war das, glaub ich, bei uns. Aber... Er könnte auch sein. Ja. Ja, jetzt kommen wir wahrscheinlich zu den Turtles, glaub ich. Turtles? Wie kommst du nach? Weiß nicht, wegen Äpfeln. Ich dachte, wir sprechen jetzt über Battletoads. Ja. Robert. Kung-Fu-Frocks. Willem. Turtles! Nein, es geht jetzt natürlich um die Teenage Mut Ninja Turtles. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Superstreike Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles. Immer auf der Lauer. Sie sind echt ein ultra-heißes Team. Na, Logo. Wenn sie gegen Angst und Schrecken zieht. Oder Hero Turtles? Mutant Hero Turtles oder Ninja Turtles? Ja, es ist ein Streit. Früher, also als Kind, haben wir immer Hero Turtles gesagt. Ja, klar, weil sie in Deutschland auch nicht auch nur als Hero Turtles kannten. Aber immerhin, wie auch bei Real Ghostbusters, 93% der Teilnehmer haben die Turtles gesehen. Und, das ist auch ganz interessant, mit 75% haben auch die Turtles halt im Bereich der Actionfiguren wirklich den zweiten Platz an Reichweite geholt. Also wirklich 75% aller Teilnehmer der Umfrage haben Turtlesfiguren besessen. Das ist schon sagenhaft. Also die Turtles haben wirklich einen Eindruck hinterlassen in Deutschland. Ja, wo auch nicht. Ja. Ja, in Lampukistan oder so vielleicht nicht. Nein, aber da wir ja in Deutschland sind und wir ein deutschsprachiger Podcast sind, ist es natürlich legitim, dass ich mich jetzt halt auf Deutschland beziehe. Ich sag mal so, ich hatte keine Turtlesfiguren zum Spielen. Also als die rauskamen, habe ich keine gekauft und auch keine bekommen. Oh, ich hatte schon einiges. Also ich hatte auf jeden Fall die vier Hauptcharaktere. Ich hatte dann aus der Mutations-Reihe hatte ich ein paar. Oh, die waren so toll, ey. Ja, die waren cool. Ich hatte Mutating Donatello, glaube ich. Also Donatello ist eben mein Lieblingsturtle, dieser verkappte Nerd. Welchen hattest du denn da? Den Mutating, der sich in Schildkröte verwandelt? Nee, eine Schildkröte. Von denen hatte ich nur den Leonardo. Und die hatte Raza aus dem Film. Da habe ich Toka. Weißt du noch? Da waren wir auf der RebelCon und da habe ich auf einmal den Toka gesehen und den wollte ich damals auch unbedingt haben, aber gab, habe ich nicht gekriegt und dann habe ich den da ohne Teile, ohne Accessoires, aber das war mir eh egal, für drei Euro habe ich gesagt, jo, das ist klar, musst du mitnehmen und den habe ich immer noch irgendwo. Der kuschelt dich in den Schlaf. Nee, der ist... Scheiß, wo ist der? Der habe ich bestimmt in die... Ja, nee, den habe ich... Ach, nee, jetzt weiß ich, wo der ist. Ich habe dir doch auch diese zur neuen Turtles-Serie diese Lunchbox ja gekauft. Hast du die eigentlich noch? Ja. Cool. Nein, schreib dich. Da habe ich so ein paar Goodies halt reingepackt, dieses Top-Trump-Turtles zur neuen Serie, also Kleinigkeiten, die ich von Turtles habe, die habe ich alle reingepackt und ich glaube, da habe ich den mit eingepackt und dann habe ich den mit meinen Classics und Neckar-Turtles zuerst mal im Moment in die Kiste verbannt, bis hier das Nerd-Zimmer fertig ist. Ja, Turtles war schon cool. Die hatten ja auch die hatten ja auch da wieder sehr coole Playsets halt auch, wie ich eben schon gesagt habe, hier die Kanalisation und den Terror... Das Technodrome. Das Technodrome. Ich kippe es irgendwann noch hin. Irgendwann rallie ich es noch. Ich habe Hoffnung. Hofft ihr mit mir, bitte. Ne, das war schon ziemlich cool. Und halt eben auch der Party-Van und das Zeppelin. Ich fand diesen... Das Zeppelin fand ich so geil als Kind. Ich hatte es leider nie, aber ich fand es geil. Ja, ich weiß, ich habe den damals... In irgendeinem Podcast habe ich den schon mal gebracht, den Spruch, aber den muss ich jetzt einfach wiederholen. Und Donatello sagt, ja, willkommen am Dirtboard des Turtle-Zeppelins. Und Raphael sagt, ja, müssen wir dich jetzt mit Graf anreden? Aha. Das waren aber auch so Dinger, die konnten die nur in der deutschen Synchro bringen. Deutsche Synchro sowieso. Genial. Ja. Der hat auch Spaß gemacht. Turtles ist so eine Serie, die alte Serie, die gucke ich nicht auf Englisch. Die gucke ich definitiv auf Deutsch, weil mir deutscher Synchro aufgewachsen. Ist auch wie bei den Simpsons. Ich gucke keine Simpsons auf Englisch. Weil auf Englisch sind das für mich Zeichentrick-Charaktere. Auf Deutsch sind das für mich richtige, fast schon für mich real existierende Personen. Das ist einfach viel menschlicher, kommen die rüber. Ich bin ja echt gespannt, um da jetzt nochmal einen kurzen Ausflug zu den Simpsons zu machen, wie es halt jetzt ohne Sprecher von Homer auf Deutsch weitergeht. Norbert Castell, rest in peace. Also das war wirklich der ultimative Homer. Ich sage selten, dass die deutsche Synchro besser ist, aber Norbert Castell als Homer wirklich allein schon dieser für mich geniale Schachzug aus diesem ein Nein zu machen, fand ich schon wirklich super. Also es gab für halt dieses Do halt keine adäquate Übersetzung und Nein passt halt einfach in nahezu jeder Situation von Homer in Diakon, wo er Do verwendet. Von daher fand ich das schon wirklich super passend. Ne, aber auch wo er gab bei Deutscher Synchro sind auch das deutsche Intro zu Hero Turtles. Schick dir bloß das Blech weg! Frank Zander perfekt. Jetzt kommen die Hero Turtles Frank Zander mit seiner rauchigen Stimme. Dieser völlig abgefuckten Stimme. Er hat auch lange dran gesoffen an der Stimme. Und wir wissen alle, sieht's für dich mal finster aus? Die tolle Jungs holen dich da raus. Herrlich. Ja, ist schon krank, das Teil. Das ist was geil, das ist was sowieso die, ähm, all der ikonischsten Intros überhaupt in der Zeit. Ja. Und Tatsache, dass wir es immer noch mitsingen können, du hast ein Stehgreif, sagt ja schon einiges aus. Ja, eben. Von den, äh, Intros her auf jeden Fall und von den Intros, die auch dann verdeutscht wurden, auf jeden Fall das Markanteste. Ja, stimmt wohl. Ja, doch, durchaus. Ähm, aber ich finde auch den Werdegang der Turtles super interessant. Ähm, das ist halt wirklich als ziemlich darken, gritty Comic-Serie von, ähm, von Peter Lard und, ähm, Kevin Eastman die an Eastman angefangen hat. Äh, der ein, ich glaube, Lard hat, glaube ich, die Rechte dann, seinen, seinen Anteil der Rechte dann an Eastman verkauft, oder umgekehrt. Ja, auf jeden Fall einer. Ich glaube an Eastman, weil der ja auch, äh, hauptsächlich ja noch mit den, äh, Filmen halt dann auch, äh, immer als Supervisor dabei war. Ja, und, ähm, dann die etwas lockere Cartoon-Serie, wo die dann auch ihre unterschiedlich farbenen Bandanas bekommen haben. Und dann der erste Realfilm. Ey, ich fand den geil damals, als Kind bin ich da voll abgedruckt. Definitiv, absolut. Der zweite war noch mal irgendwie, noch einen Ticken geiler irgendwie, fand ich. Also ich fand den zweiten geiler, allein schon wegen Token Ruther, ähm, weil die da halt einfach mal fand ich damals auch, weil der auch bunter, irgendwie mehr, der Hauptaugenmerk war halt auch mehr auf, mehr auf lustig halt, ne? Ja. Ähm, aber jetzt so im Nachhinein, äh, mit dem Erwachsenen werden, wo ich sage, ja, ich möchte meine Cartoons ein bisschen dunkler haben und so, mir gefällt der erste mittlerweile dann doch etwas besser, aber der zweite hat definitiv seine Momente. Und dann der dritte Teil, den man am besten schnell wieder vergisst. Den hab ich nie gesehen, das war dieser Ninja-Zeitreise-Dings, oder? Ja, nee, da hab ich raus. Wobei ich muss ja sagen, äh, wenn du danach gehst, der hat sich ja dann, sagen wir mal, ja auch schon so ein bisschen mehr an, äh, mehr an der Zeichentrickserie auch hier orientiert. Von wegen so, ja, die Turtles müssen jetzt innerhalb eines ganzen Filmes, wie damals innerhalb einer Episode halt, sich mit einer völlig neuen Situation zurechtfinden. Die sind irgendwo anders, mit anderen Charakteren, gegen andere Gegner, nicht immer nur Shredder, Krang und so weiter. Ähm, aber da hätte man definitiv, äh, eine andere Richtung einschlagen müssen. Ein bisschen mehr Down-to-Earth, neuer Gegner, irgendwie sowas. Aber gerade Turtles, Turtles ist ja auch so ein Franchise, das kriegst du ja nicht tot. Nee. Es ist ja schon wieder, erst mit der Nickelodeon, ja genau, Nickelodeon-Serie, dann die Realverfilmung, Teil 1, jetzt kommt Teil 2. Der 2007er, äh, CGI-Film. Ja, der war gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ja, der ist storymäßig auch so ein bisschen so, hä, what the fuck, in what für eine Richtung wollt ihr damit eigentlich gehen? Aber allein Look, Charaktere, äh, Fights, Animation, allein deswegen, äh, ist es, als Turtles-Fan braucht man den ganz einfach irgendwie in der Sammlung. Wobei ich jetzt was... Ja. Für mich persönlich brauchbarer ist jetzt der letzte Realfilm. Also hier der 2015er war das? Ja, kann... Nee, ich glaube... Er war unterhaltsam. Er hatte, er hatte ein paar gute Szenen. Also ein paar... Ich fand den strumsdumm. Der hat mich auch nur unterhalten können. Und die einzige gute Szene war, wie sie so den Schneeabhang runterrasen. Nee, das fand ich gerade latabend. Nee, ich fand das gut, wo sie ja gezeigt haben, wie die Turtles da quasi mutiert sind. Die kleinen, dieser kleine Storyfetzen, das fand ich interessant zu sehen. Ja, das war interessant, aber... Ja, das fand ich gut. Der Rest ist schon so nicht scheiße. Vor allem Megan Fox... Der hat aber, der hat aber viele geile Momente. Ich sag alleine schon nur diese Szene, wo die den Turm hochfahren und dann in dem, äh, in dem Aufzug sind. Ja, jemal ich keep. Leute, das, das sind für mich... Einer fängt an und die anderen steigen ein. Jo, Leute, das sind vier Brüder und die haben auch mal Bock zusammen, äh, selbst in einem todernsten Moment, so, keine Ahnung, die wissen ja eigentlich alles gleich. Wir kämpfen gleich gegen Shredder. Wir könnten auch gleich alle draufgehen und dann, nee, wir machen jetzt hier mal eben noch ein bisschen Mucke. Wir müssen uns ein bisschen abreagieren. Für mich kam dieses Zusammengehörigkeits- und Brüder-Gefühl über... Im Vergleich zur Nick-Serie nicht drüber, gar nicht. Schlimmste Szene, schlimmste Szene im Film war halt die Abschlussszene, wo Megan Fox dann irgendwie gefühlte fünf Stunden in die Kamera lächelt mit ihren Silikon- aufgepushten Lippen. Das ist überhaupt nicht viel Lächeln, wo man sie richtig sieht. Sie kann nicht lächeln. Es geht nicht. Es zerrt das Gesicht. Also, die Szene hätten sie echt rauslassen können. Nee, was ich so richtig strunzdumm fand, war, wie sie da an diesem Werbebanner hängen und runterfallen und, oh, gleich ist alles vorbei. Ich hab euch ja so lieb. Und dann auf einmal, hey, Jungs, wir sind ja schon gelandet. Und du denkst dann so, äh, was? So strunzdumm. Also, ich fand den Film null unterhaltsam. Der hat mir echt keinen Spaß gemacht. Es ist, ich komm mir auf den Film echt nicht klar. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hab den nur einmal gesehen. Im Kino damals und dann noch nicht. Ich hab ihn auch nur einmal gesehen, das hat mir gereicht. Ich hab nur auf Blu-ray auf 3D geguckt. Das fand er aber schuld. Bist du schuld? 10 Euro hab ich sogar wahrscheinlich weniger bezahlt als ihr im Kino. Nein, also... Versteht's nicht, ich war unter der Woche im Urlaub im Kino. Aber es ist, es ist, es ist uns einig, es ist nicht einer der, es ist nicht der beste Film, den es gibt. Nee, auf lange nicht. Also, ich muss auch sagen, alle haben gesagt, Michael Bay jetzt ruiniert ja schon das nächste Franchise. Ich hätte mir ausdrücklich gewünscht, dass mehr Michael Bay in dem Film steckt. Weil Jonathan Liebesmann hat kein Gespür für Action, kein Gespür für coole Szenen. Das war irgendwie ein volliger Schuss in den Ofen für mich. Dann würde ich doch dem zweiten erst recht mehr Chancen geben. Weil wenn du sagst, du willst mehr Michael Bay da drin und du hast seit letztem noch zu mir gesagt, boah, dann kommt da dieses Portal und das sieht aus wie ein Transformers 3. Jetzt kriegst du doch das, was du willst. Ja, ich, nein, die Sache ist, ich will keine Kopie von vorherigen Transformers teilen, sondern ich möchte, ähm, cinematografisch ist Michael Bay top. Der weiß, wie er Szenen inszenieren kann, der weiß, wie er Action inszenieren kann, finde ich, aber, ähm, der hat da natürlich kein Gespür für Drama oder Charakterisierung oder sonst was. Aber es sieht halt wenigstens noch gut aus. Er weiß halt wenigstens durch die Actions unterhalten. Das kann Liebesmann nicht. Ähm, jetzt sagst du, du willst ja keine Kopie haben, aber wie viele Folgen bei den Turtles und bei anderen Charakter, äh, 80er Jahre Serien waren denn auch alle gleich vom Plot? Hä? Ja, jetzt müssen wir uns mal schrumpfen und dann müssen wir in unseren Feind eindringen oder der Gute und der Böse sind, haben die Körper getauscht und sowas. Ja, aber deswegen muss man es doch noch lange nicht weiter so machen. Ich meine, die Typen bekommen Millionen Gehälter dafür, dass sie ein Drehbuch schreiben. Ja, aber die kriegen auch Millionen Gehälter, dass sie das innerhalb von drei Wochen machen und der Film so schnell mit rauskommt, damit sie wieder 15 Milliarden reinfahren. Ja, aber auch keine alle Plots, ich will jetzt nicht so weit sagen, es gibt keine neuen Plots mehr, aber, ja, was willst du noch groß anders schreiben? Aber es gibt ja auch gute Comic-Storylines, ne, nehmen wir mal zum Beispiel die Marvel-Filme, jetzt haben sie Civil War verfilmt, was halt schon ein hochgelobter Comic war, ich fand ihn jetzt nicht so gut. Ja, aber mal abwarten, wie der Film ist. Ja, aber, ja, wobei, ich denke schon, dass der Film, was taugen wird, weil ich, für mich war Winter Soldier definitiv die völlige Überraschung von Phase 2. Ja, die könnten jetzt auch, die könnten wahrscheinlich schon, wenn danach geht es, das ist für mich nicht First Avengers Civil War, das ist für mich Cap gegen Iron Man. So, und wenn, und wenn der Falsche gewinnt am Ende, ne, dann, äh, heulen die Fanbase sowieso rum. Nur, die hätten halt natürlich nicht sagen können, wir nennen den Film jetzt Iron Man vs. Captain America, wenn vorher schon die Sieger sagt, hey, wenn du in so einem Film Batman wirst, Superman, oder Batman wie Superman. Ja, die nennen ihn lieber First Avenger. Ja, First Avenger, das nennen sie ja schon seit dem ersten Teil. Der hieß Captain America und dann war The First Avenger der Untertitel. Ja, weil er der erste Avenger überhaupt war. Ja, und Titel, äh, äh, der Film 2 hieß ja dann schon Return of the First Avenger oder sowas. Ja. Und jetzt First Avenger Civil War. Das soll eigentlich The First Avenger's tracks back heißen. Das war alles. Ja. Und dann heißt es der nächste Attack of the First Avenger. The First Avenger Menace. Ja, das ist schon ein bisschen bescheuert, aber naja, gut. The First Avenger Awakens. Das ist hier die Filmbenennungskultur in Deutschland ist stellenweise schon sehr, ähm, bescheuert. Taken mit, ähm, mit, ähm, hier, äh, Liam Neeson. Originaltitel Taken, wie nennen sie ihn in Deutschland? 96 Hours. Erklär mir die Logik dahinter. Der Typ hatte, hatte, äh, ein paar Tage Zeit, genau die Zeit an, an zwei Stunden, bis er seine Tochter wiederfinden musste. Nein, das ist genau, aber warum? Vielleicht hatten die Angst, dass sie sich mit Tekken verhauen oder so. Oh, natürlich. Entführt, kann sie auch nicht nehmen, weil es wahrscheinlich schon ein Film gibt, der so heißt. Genau. Man könnte argumentieren, da könnte man meinen, bei 96 Hours denkt jemand an Filme oder Uhren. Was? Nein, also, das ist halt, warum macht man aus einem, aus einem englischen Titel einen anderen englischen Titel? Ja. Wobei, da finde ich ja eine Sache noch viel lustiger, und zwar sind das dann, wenn du einen englischen Filmtitel hast und dann noch der deutsche Untertitel dann dazu. Mein Liebling, Final Call, wenn er auflegt, muss sie sterben. Das klingt wie aus einem schlechten TV-Film. Ja, dieser, dieser zwei, ja, oder hier, Sub-Zero, wenn die Erde gefriert, Magma, die Welt brennt. Oder Quake, die Welt bricht auf. Ja, aber nochmal, um zurück zu Teenage Mutant Ninja Turtles zu kommen. Also, die Toyline, das war wirklich schon genial. Es gab so viele verschiedene, skurrile Charaktere. Ich mochte halt immer diese Mutanten ganz gerne. Es gab ja wirklich so verschiedene, ähm, Mutantencharaktere, die es halt jetzt auch eben wieder in der, äh, Toyline-Zonic-Serie gibt, welche übrigens absolut großartig ist. Also, die Serie kann ich wirklich jedem, der ansatzweise aus dem Titel anfangen kann, empfehlen. Die Serie ist lustig, die Serie hat, ähm, hat echt gutes Drama, ähm, führt neue Sachen ein, ist aber auch sehr nah an, äh, Storys aus den, aus den Comics, und aber, äh, benutzt auch viele Elevente und spielt damit aus den alten Serien. Ja. Aber die hat für mich ein wirklich gutes Mischung, eine wirklich gute Mischung, um halt eben, ähm, Fans von damals zu begeistern, als auch neue Fans. Vor allem, ey, Leute, es will auch schon was aussagen, ey. Michael Bell, der den Raphael in der alten Serie gesprochen hat, spricht jetzt Donatello. Also, der ist auch so dabei, der hat da auch wieder so ein bisschen Retro-Feeling. Finde ich zumindest. Auch wenn er jetzt einen anderen Turtle spricht, aber trotzdem, das Feeling ist doch irgendwie da. Also, ich muss sagen, ich hänge leider noch total hinterher, aber ich finde die Serie großartig, was ich hier bewirkt habe. Du hast auch nur bis Staffel 2 gesehen, ne? Ähm, ich hab die erste Folge von Staffel 3 gesehen, das ist ja schon das, wo sie dann halt in diesem Farmhaus sind, meine ich, ne? Ja, so weit bin ich nicht. Also, ich hab letzte Folge halt gesehen, ja, hier, äh, Crank und, äh, Schredders Fraktion übernehmen halt, äh, New York. Und, ja, weiter weiß ich jetzt noch nicht, weil, äh, wir sind jetzt vierte oder schon fünfte Staffel? Äh, vierte glaube ich noch, jetzt mit dieser Dimension X. Da hab ich jetzt auch die, äh, Actionfiguren zu, ähm, vor ein paar Tagen in Müller entdeckt. Ja, ja, Toy Sars hat die übrigens auch schon. Ihr kauft die nicht wirklich, oder? Ne. Nein. Nein, nein, nein. Ich hab ja eine Zeit lang wirklich viel von den neuen Turtles gekauft. Ich hab jetzt halt hier die, ähm, Battleshell Turtles, weil die halt optisch näher am Serien-Ebenbild sind, die hab ich mir geholt. Und sonst kaufe ich auch sporadisch halt, wenn ich jetzt mal irgendwie einen coolen Charakter sehe, kaufe ich mir halt mal einen, wenn er halt auch gerade günstig ist. Aber die Qualität ist auch nicht zu vergleichen mit denen aussehen, von damals. Die sind so schlecht, so richtig schlecht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat, ähm, hat Playmates Toys extremst nachgelassen. Also wenn ich die Bemalung sehe, also das war ja schon, als die ersten Film-Turtles rauskamen, war die Bemalung ja schon schrecklich. Aber dann jetzt die, die Materialien, der Kunststoff, oder wie dünn das mittlerweile ist, dass nur noch Rotokars Figuren teilweise benutzt werden, wie bei diesen Fröschen da. Weiß nicht, wie die ganzen Viecher da heißen. Das ist ja nur noch, nur noch peinlich. Also wer sich sowas auch noch kauft, da tut man sich ja keinem Gefallen mit. Nee. Alleine schon hat die Line für mich mich überhaupt nicht angesprochen, weil, äh, dann hast du da so Charaktere wie Fishface oder Dogpound aus den ersten Staffeln, ähm, die über die Turtles teilweise richtig hinausragen und die sind genauso groß wie die Turtles, wenn nicht sogar teilweise kleiner, auf die Art und Weise, wie die Beine ange, äh, angewinkelt sind oder mit dem Rest des Körpers proportioniert sind. da hätten die irgendwie definitiv irgendwie ein, ein anderes Format dafür, äh, finden müssen, dass die, äh, äh, bösen Mutanten halt ein bisschen größer werden. Ähm, ich kann halt jetzt beispielsweise nur auf Pacific Rim verweisen, das war ja damals auch so, dass alle Figuren in einer Klasse waren und dann haben die Leute sich halt auch aufgeregt, boah, Leute, der Nighfett, der ist im Film so viel größer wie der Gypsy Danger und, äh, Necker hat da ja zumindest auf die Leute gesagt, gut, dann machen wir jetzt zwei Klassen. Die eine Klasse ist die Jäger, die sind alle gleich groß, weil die sind auch alle im Film so relativ gleich groß, äh, und, äh, die neue Kaiju-Klasse und die sind definitiv alle größer wie die Jäger, so wie es auch im Film, äh, sein sollte. So was hätte man da vielleicht machen können oder das vielleicht, äh, mit, mit Playsets verbinden oder so und ein paar Charaktere, sag ich mal, hättest du ja, äh, in so einer Welle ja, äh, normal bringen können. Äh, Baxter Stockman zum Beispiel, der ist jetzt nicht größer wie ein Turtle, der ist ungefähr genauso gleich groß. Hätte man da, die hätte man ja in diesem Basic-Format ja, äh, weiter, äh, rausbringen können. Aber irgendwie sollte man vielleicht ein bisschen mehr wieder auf die, äh, alte Serie zu sprechen kommen, oder? Ähm, ja, aber was ich halt dazu, äh, passenderweise noch sagen möchte, ist halt, dass ich erstmal niesen muss, glaube ich. Nee, doch nicht. Ähm, ähm, dass ich, äh, faszinierend finde, dass Playmates-Toys viele Figuren-Konzepte von damals nochmal, ähm, neu auflegt. Ja, das ist, äh, definitiv richtig, ja. Nee, aber Turtles war schon cool, also definitiv. Und, ähm, nicht umsonst, äh, zusammen mit, äh, He-Man, äh, und Ghostbusters, die drittmeist genannten Serien. Also, wirklich schon. Ich glaube auch, das hat etwas damit zu tun, du konntest auch viel mit den Turtles machen. Ich vergleiche ich erstmal, jetzt die Turtles-Figur mit so einer Batman-Action-Figur, was konnte die? Den Kopf drehen, die Arme an den Schultern, mhm, ja, und die Füße gerade nach vorne, ja. Toll. Ja, für den Zubehör. Ja, ja, guter Zubehör, ja, aber trotzdem, dann hast du dann trotzdem dein statisches Ding, damit du eigentlich so nicht wirklich viel machen kannst. Ähm, die Figur ist gut wie das Zubehör und das Zeug, was du zukaufen kannst, für die Fahrzeuge, wenn die nicht zusammenpassen, dann bringt's nix. Und da war Batman ja relativ weit, groß, auflächig. Ja, mag sein, aber wenn ich ein Gimmick halt, wenn ich ein Gimmick halt blöde fand und so, hab ich mir den Batman auch nicht geholt. Und bei den Turtles fand ich halt cool, du konntest halt die an den Armen bewegen, du konntest dann mit den, ich nehm jetzt mal als Beispiel mal Leonardo, du konntest den in eine Pose bringen, wo der seine Schwerter auch gekreuzt hat, oder du konntest den einfach, weil der noch einen zusätzlichen Cut in den Armen halt hatte, wo er den halt, die Unterarme halt noch drehen konnte, konntest du den in viel mehr Posen bringen. Damit hatte ich persönlich, äh, hatte ich persönlich viel mehr Spaß dran. Ja, also es war schon ziemlich abgefahrenes Zeug dabei. Ja, damit würde ich fast sagen, schließen wir dann auch die Ninja Turtles und, ähm, den Hauptteil mit Serien ab und haben eigentlich jetzt noch, ja, ich zeige mal kurz durch, vier Toylines, äh, zu denen es jetzt keine passenden Serien gibt. Ähm, dazu kommen wir aber nach einer ganz kurzen Pause und sind dann gleich wieder für euch da. Mask. Die Neuen sind da. Das Abenteuer beginnt. Auf der heißen Jagd verwandelst du deinen Käfer in Motorrad und Luftkissenboot. Plötzlich der Angriff. Schnell! Hilfe von der Basis! Sportwagen, klar! Machen für Hubschrauber und Shuttle einsam! Wie wird es ausgehen? Mask. Deine Fantasie ist ihre Stärke. Back von The Pod im Ruhrpott im Starcast. Genau. Mit uns drei Vollchaoten. Hallo? Ja, wir sind chaotisch. Nein, ich bin, äh, normal. Du bist normal chaotisch. Okay, gut. Ähm, nein, also wir haben ja jetzt über Serien gesprochen und halt eben auch in Kombination dessen halt auch eben über Actionfiguren zu den Serien. Ähm, jetzt haben wir halt noch ein paar reine, oder fast reine Toy-Reihen, äh, Actionfiguren rein, ähm, über die wir noch sprechen wollten. Ähm, die eine oder andere Serie wird halt auch eben eine Cartoon-Serie gehabt haben, aber die wurde halt eben auch noch nicht von euch in die Top 20 gewählt sozusagen, daher gehen wir da halt jetzt auch ja nur mal kurz drauf ein. Und, ähm, den Anfang machen die Go-Bots, welche ja eigentlich so den Ruf weg haben als, äh, billiges Transformers-Imitat. Go-Bots! You can pretend the evil Cy-Kill has sent two new Renegade-Go-Bots to trap the Guardians. Go-Bots sold separately. Und ironischerweise lief die Go-Bots-Zeichentrickserie so gut ein halbes, wenn nicht sogar ein ganzes Jahr vor den Transformers damals im US-Fernsehen. Ich muss sagen, ähm, ich kann mich nur an den, äh, Film erinnern, Challenge of the Go-Bots. Yeah, Rise of the Rock Lords oder so ähnlich, ne? Ne, das war glaube ich was anderes wieder, oder? Hm, wüsste ich jetzt nicht. Also, so viel habe ich nicht. Ich habe Go-Bots hier geguckt, die liefen dann jetzt auch auf Tele 5. Den Scheiß kenne ich sogar. Entschuldigung. Ja, siehst du? Ich habe gerade das Cover mal aufgerufen. Bescheuerte Grinsen von den Leuten, also von diesen Go-Bots, das kenne ich ja doch. Das liegt echt auf Tele 5. Die waren schon teilweise grenzdebil. Ja, das war, und vor allem, was ich bei denen richtig blöd fand, ist, die hatten irgendwie auch keine Waffen, ne? Die kamen immer nur Energiestrahlen, so aus den Fäusten rausgeschossen. Richtig so, weiß ich nicht. Ja, so voll unkreativ fand ich das. Bei den Transformers, da haben sich dann die Unterarme wenigstens noch verwandelt, da kam dann noch ein Blaster raus oder so. Oder die Hand war generell schon ein Blaster, wie Shockwave, weil er sich sagt, ich brauche nur eine Hand, mit der anderen blase ich dich weg. Chris ist gerade im Flashback. Ja, das ist das Ziel des Podcasts. Er hat ein Déjà-vu. Jetzt sehe ich gerade die ganzen Charaktere, dieser gibt halt die Bösen und die Guten logischerweise und bei den Bösen gab es nicht. Die Guardians und die Renegades. Der schwarze Rennfahrer, Tussi. Das war ein Crasher. Und ein Blauer, das war glaube ich ein Jet? Nee, ein Helikopter, das war Cop Tour. Der war, der sieht auch schon so bescheuert aus. Der Chef war der Rennwagen, ne? Nee, der war ein Motorrad, das war Cy-Kill. Ja, und bei den Guardians war es der Jet. Genau, Leader One, dann das rote Sportauto war der Turbo und dieser ja, Mini-Scooter hieß halt Scooter. Originell, ne? Ja, genau. Aber ich muss sagen, die Serie war irgendwie nicht so schlecht, aber die hat für mich auch irgendwie keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich sage natürlich, wer zwar in Transformers war. Nee, das definitiv nicht. Das war halt auch so ja, jetzt mehr so nicht Monster of the Week oder so, aber die Renegades wollten halt immer auf der Erde irgendwas stehlen, so wie eine gewisse andere Gruppe von bösen Robotern und die Guardians, die wollten das dann halt immer auch verhindern, wie so eine andere gewisse Gruppe von Robotern von einer anderen Serie. und was dann immer neu dabei war, du hattest immer dieses klassische Line-Up, die drei Guten und die drei Bösen mit auf der Heldenseite natürlich noch die menschlichen Kumpane, sage ich jetzt mal. Und in jeder Folge war das dann so, dass entweder auf der Seite der Guten oder der Bösen ein neuer Charakter dann dabei war, der dann auch genau für diese Mission dann auch irgendwie ausgerüstet war. Zum Beispiel war dann so ein Bereich, da brauchst du unbedingt ein Wasserflugzeug und dann hatten die Bösen auch einen dann dabei, der sie unterstützt hat, aber auch ein Wasserflugzeug oder ein U-Boot oder wie auch immer. Also das hat dann irgendwie, was heißt Sinn gemacht, aber die haben dann wenigstens die Charaktere auch so eingeführt, dass dann auch die Alternativ-Modi dann auch irgendwie auch einen praktischen Nutzen hatten. Die Rechte hat sich ja dann auch irgendwann an GoBots Hasbro gesichert. Genau, also sowohl der Name GoBots als auch die Charaktere, Namen und so weiter, Profile, die liegen alle bei Hasbro, aber die GoBots waren ja auch nur importierte Roboter-Designs von einem anderen Hersteller und diese Rechte liegen aber in Japan. Ich weiß jetzt aber nicht, wer die jetzt aktuell hat. Takara nicht, weil sonst hätten wir da schon, glaube ich, längst irgendwas von gesehen. Ich glaube, dass Bandai Japan die hat, da bin ich mir aber nicht sicher. Seit zwei Jahren oder so wird auf den japanischen Hobby-Messen immer wieder auch so Prototypen gezeigt von neuen, ich sage jetzt einfach mal GoBots einfach, mit verbesserte Artikulation, verbessertes Design, die Alternativ-Modi eher auf realistisch getrimmt, zumindest wo es realistisch halt geht. Koptor und Cycle beispielsweise, die waren halt auch als Fahrzeug-Modi halt sehr futuristisch. Ja, immer wieder so mit geplant, mit Ja, kommt jetzt vielleicht demnächst, vielleicht auch nicht, müssen wir noch ein bisschen verhandeln. Ja, dann hörst du auf einmal immer wieder irgendwie nichts davon. Die sehen aber echt cool aus, da hätte ich gerne so ein paar von. Ja, ich hatte halt die damaligen Original-Gobots, sage ich jetzt mal, die fand ich halt irgendwie, hm, ich fand die nie so gut, die waren, die Roboter-Modi sahen nicht gut aus, das ist stellenweise ja auch, ich kann mich an ein Fahrzeug erinnern, das war hier so ein Oldtimer-Auto, das, die Füße waren halt wirklich die Front des Fahrzeugs und der Kopf bestand aus dem, Ja, das war auch ein VW-Beatle, also VW-Käfer damals, ne? Nee, das war irgendwie so ein lenkendes Chef-Rollet, keine Ahnung, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, kriege ich nicht mehr drauf, aber das war halt irgendwie, das sah echt mies aus. Die waren auf jeden Fall, das wird sehr merkwürdig. Den Vorteil, den die Go-Bots aber irgendwo hatten, fand ich, ich meine, mich erinnern zu können, die liefen häufiger im Fernsehen als Transformers, meine ich, mich erinnern zu können. Transformers lief auf KRTL, Generation 2 oder G1, glaube ich auch, aber dann immer nur am Wochenende, Samstags oder Sonntags, ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Ich meine, die Go-Bots liefen an mehreren Tagen in der Woche, deswegen wundert mich das ein wenig, dass die, sagen wir mal, relativ schlechte, oder schlechte abgeschnitten haben, oder, ich glaube, die haben irgendwie gar nichts gerockt oder so, ne? Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, es kommen immer mal wieder jetzt in aktuellen, äh, Transformers-Medien immer mal wieder so ein paar Referenzen auf die Go-Bots zu, zum Beispiel, äh, immer wenn Megatrons Origin-Story, äh, erklärt wird, ist ein Bestandteil dieser Vorgeschichte halt, äh, dass Megatron auch ein guter Kämpfer und Gladiator ist und in so Untergrundwettkämpfen mitgewirkt hat und der bringt immer irgendwie Cycle um und das finde ich einfach immer so richtig super, wie der dem, wie der Decepticon-Chef dem Renegade-Chef so richtig ein, äh, auf die Mütze gibt und den legt. Oder auch, äh, viele Third-Party-Hersteller, die haben dann so ein paar Figuren dann, ähm, auch als, äh, Go-Bots rausgebracht. Irgendein Third-Party-Hersteller hatte mal einen neuen Wrecker gemacht, also Wrecker, äh, auch als Motorrad, ein Junkion und dann haben sie den, äh, sehr realistisch gehalten auch, ähm, verwandelt sich irgendwie so ein, an eine Harley-Davidson angehauchtes, äh, Motorrad und, äh, dann haben sie den einfach in den Farben von Cycle auch rausgebracht. Oder eine, eine Version von Mirage in den Farben von Crasher, äh, und die sehen echt toll aus. Die habe ich mir jetzt halt nicht als, würde ich mir nicht als Transformers holen, aber als Go-Bots, äh, finde ich, die sind die, äh, an für sich ganz interessant. Ich warte eigentlich nur noch darauf, dass irgendeiner, der, äh, der einen Hubschrauber gemacht hat, oder noch einen Hubschrauber machen wird vielleicht, da einen Coptur macht, weil dann hätte ich da so die drei Bösen zusammen und die würde ich mir dann, glaube ich, auch einfach mal zu meinen Decepticons stellen. So, aber ich hätte kein Interesse daran, mir die Guten zu holen. Den Scooter, den fand ich scheiße, der war langweilig. Der Turbo, ja, ein Auto, äh, die Leader One könnte, die könnten mal so einen Jet machen, so einen Seeker in Grau mit gelben Augen oder mit einem neuen Kopf von mir aus auch. Das wäre lustig. Das wäre echt lustig. Ja, lustig fand ich persönlich auch die Zoyts. Das kann man sich vorstellen, wer es nicht mehr kennt, das waren so kleine Bausätze, mit denen man techno-organische Tiere bauen konnte. Also so ein bisschen wie, wie Transmetals, Beast Wars, aber halt eben, äh, ja, schon so als kleine Bastelkits. Die hatten auch so Aufziehmotoren, da waren so kleine Figürchen, die du ins Cockpit setzen konntest und dann hast du halt echt so, so völlig coole Designs, wie jetzt Löwen und ich kann mich an einen riesen Gorilla und an einen Mammut erinnern. Die fand ich super cool. Ähm, gibt es auch heute stellenweise noch äh, vor ein paar Jahren, oh, was ist der paar Jahre, das ist auch schon acht Jahre oder so, ja bestimmt, gab es noch so als Genesis, ähm, war eine ziemlich interessante Serie und, ähm, bei Solz fand ich persönlich halt einfach so diese Mischung aus, ähm, aus, äh, ja, Actionfigur und halt eben Bausatz irgendwie ganz cool. Vor allem, weil du da ja bestimmt auch ein paar Teile so rumtauschen kannst, ja bestimmt halt, rein theoretisch, ne, wenn du mehrere Bausätze hast, weil die dann auch eigentlich so, dass du die dann immer so zusammenlassen musstest, wenn du sie einmal zusammen hattest, oder konntest du da die Teile so modularmäßig rumtauschen, wie du wolltest? Boah, das weiß ich nicht mehr, also das war jetzt nicht hier wie so Kinex oder wie jetzt, äh, Lego oder sowas, ähm, müsste ich mich nochmal schlau machen, also ich hab schon seit Ewigkeiten keinen Solz-Teil mehr gesehen. Ich hab die ehrlich gesagt auch erst, äh, später kennengelernt, als ich, so, Übergang, äh, damals zu Amara-Zeiten, als ich die ersten US-Shops so mal durchgeforstet bin, dann hab ich so Solz gesehen, oh, was ist das denn? Und dann, äh, ich kannte das so bis davor überhaupt nicht, ich wusste auch gar nicht, dass es das in Deutschland gab, ähm, ein bisschen aufmerksam bin ich da auch geworden, da gab's in einer Reihe so einen, äh, weißen T-Rex, der sieht doch echt mega badass aus, und, äh, den haben sich viele, äh, Transformers-Fans damals importiert und den einfach lila angemalt. Weil wir brauchen Classic-Stypticon, man, ja, sieht auch echt cool aus. Äh, Chris hat hier jetzt grad, ähm, ein Video verlinkt von Solz, wo man sich so einen Bausatz mal ansehen kann. Aber das ist, glaub ich, kein Ausdruck. Also wenn man, wenn man, wenn man Gundam, Gundam-Figuren kennt, dann weiß man ungefähr, wie diese Teile funktionieren. Ah, okay. Wobei, dann würde ich mir, glaub ich, lieber ein Gundam holen. Aber das ist jetzt, glaub ich, das ist ein, äh, Gunpla. Ähm, das ist ein bisschen anders als die Original-Solz aus den 80ern. Ich hatte irgendwo noch, den muss ich mal auch raussuchen, den Link. Wenn ich den nochmal finde, dann poste ich den auf jeden Fall halt auch unter, ähm, unter dem Podcast. Ähm, das war eine Also ich hab jetzt hier nochmal den... Ach, warte mal, ich hab doch ein Forum. Na, komm mal her. Haha, Stop-Motion-mäßig. Das Bild, ja, das ist, glaub ich, das sind auch Model-Kits, also die echten, die waren halt auch schon so ein bisschen Model-Kit, aber die sahen noch ein bisschen grober aus, das sieht schon wieder sehr fein und definiert aus. Ich guck mal grad im Forum, ich mein, da hab ich damals den Link zu dieser deutschen Seite gepostet. In der Zeit kommen wir ja schon mal auf die Battle-Beasts zu sprechen kommen. Battle-Beasts War Fire Fire Burn War Battle-Beasts Fire Water Water Put Out Fire Battle-Beasts Water White Wood Beats Water Battle-Beasts Battle for the Battle-Beasts Just activate their Battle-Vetches I got fire I got water Water beats Fire Battle-Beasts Blood Fire Fire Beats Wood Battle-Beasts That was nämlich auch eine Serie, die ich ziemlich cool fand. Es gab ja auch eine Crossover-Folge mit Transformers und Also zu Battle-Beasts kann ich meine fünf Cent direkt vorweghauen. Ich hab davon zwei Figuren zu Hause rumfliegen, also hier irgendwo und ja, das war es schon. Damit du sagen kannst, ich hab Battle-Beasts. Genau, ich hab Battle-Beasts. Was ich halt sehr cool finde, ist dieses Hologramm, was du dann, wo man immer schön mit dem Finger draufhalten musste und das sichtbar zu machen. Die Rob-Signs, ja. Genau, das war früher sehr modern, dass man dann solche Sachen aufkleber gemacht hat, wo man mit Wärme arbeitet oder mit Körperkontakt, wo man dann Finger drauf hält oder halt drüber ruppelt, damit man sieht, was für ein Item hat denn mein Battle-Beasts jetzt auf der Brust oder auf dem Kopf? Ja, es gab drei Symbole, Feuer, Wasser, Holz. Damit konnte man halt so eine Art Schere, Stein, Papier spielen. Aber ich fand das Design halt irgendwie ganz cool, halt diese Viecher, Tiere halt mit Rüstung und Waffen und gab ja zig, drölf Millionen, tausend von. Wobei, irgendwie fand ich das komisch, der Wasser, Feuer, macht für mich ja noch Sinn und dann Holz. Ja gut, Wasser löscht Feuer, Feuer vernichtet Holz und Holz schwimmt auf Wasser. Yay. Ja, war halt sehr, sehr einfach gestrickt. Aber, kann man das jetzt nicht ein bisschen erweitern heutzutage, so wie, äh, Papiersteinschere, Ex, Spock und dann haben wir noch uns zwei Symbole dazu. Marco. Ja. Mach doch mal. Ja, weißt du was, das mach ich auch und dann prob ich, wenn wir mal nach Dreieich wieder fahren, Marco, dann hier, Hasbro, sieh zu, mach und gib mir gefälligst Schotter dafür. Mach ich nicht umsonst. Dann darfst du auch nicht sagen, mach, dann haben die dir die geklaut. Also ich hab jetzt hier ein paar alte Sols gefunden, die sind natürlich, äh, vom Design her noch völlig hardcore, also, die kannst du heute keinem Kind mehr andrehen, glaub ich. Den T-Rex-Stuff zum Beispiel, oder? Äh, nicht, aber jetzt hier Bigasaur, ähm, äh, so ein Diplodocus, äh, der Kopf ist halt hier das Cockpit, also sie sind halt schon mehr, ähm, mehr nach Fahrzeug sehen die aus, als wirklich nach... Also mehr, also mehr Fahrzeug im, äh, animalistischen Saurier-Stil halt gehalten, statt als wirklich jetzt so ein Tier, das, wo du eine Figur reinsetzen kannst. Und die neueren Sols sind halt wirklich, äh, was die Ästhetik angeht, schon sehr, ähm, glatt gebügelt, behaupte ich mal. Also die neueren Sols gefallen mir nicht mehr so sehr, muss ich sagen. So ist mal gerade ein relativ... Oh, weil die... Ich bin gerade ein von 2005, der sieht schon wieder sehr... Ich weiß schon, ob ich die damals geskippt habe. Ich fand die damals cool, aber die sind halt sehr schnell kaputt gegangen, ne, halt eben auch durch die, äh, Bauweise. Und ich denke mal, die neueren Dinger sind halt ein bisschen robuster auch. Aber schön halt mal wieder so eine Kindersinnung vor Augen zu haben. Äh, was dieser Podcast hoffentlich auch bei euch Zuhörern da draußen, ähm, verursacht. Ihr hattet gerade den T-Rex angesprochen. Ich glaub, das ist doch der, den du meins kriegst, ne? Ja, genau. Jetzt unten nochmal reingehauen. Es kann auch sein, es sieht halt ein bisschen aus wie so ein Tyrannosaurus, kann man aber auch als, ähm, Mechagodzilla verwenden. Genau, Mechagodzilla. Und ich glaub, das ist auch der, also eine Neuauflage davon, den ich meinte, den sich die Amis bestellt haben, weil der auch auf dem Rücken halt so zwei, äh, Raketen hat, wo sie sagen, ja, das ist Trypticon, den kann man ummalen, dann ist das jetzt Trypticon für Transformers-Fans. Ja, um nochmal auf Battlebeast zurückzukommen, ähm, Battlebeast hat ja auch Neuauflagen erfahren. Ähm, nämlich einmal in Form von Battlebeast, äh, als Comic-Reihe. Ähm, ich glaub, die war auch von IDW, meine ich, oder? Weißt du was grad, Patrick? Wüsste ich jetzt ehrlich nicht. Ich glaub, die hatten mal, äh, so eine kurzlebige Reihe. Ein oder ein, maximal drei Hefte irgendwie, so von wegen, ja, so könnte man das machen, so kann man sich das vorstellen, so im limitierten Run. Gab ja dann auch neue Figuren dazu, diesmal aber halt von, ähm, von Diamond Toys, die haben da nämlich Minimates draus gemacht. Ich muss aber sagen, äh, das hat mich auch total, äh, enttäuscht, also, ja, die Comics waren von IDW. Ähm, da gab's halt hier so'n, so'n Ziegenpeter, der sah noch ganz nett aus, aber dann halt auch hier so'ne Art, ähm, weiß nicht, äh, Fliegenkäfer-ähnliches, äh, Vieh, das war halt total blockig und diesen typischen Minimates, äh, aufgemalten, also, diesen Minimates-Kopf so typisch bemalt aussah, aber völlig billig. Und da war für mich der Hype dann auch zu Ende, bevor er wieder angefangen hat. Und die hatten halt auch nicht diese Symbole auf der Brust, was halt für mich irgendwie halt eben so, äh, Battlebeasts dazugehört. Und damit war der Hype für mich dann auch schon wieder beendet. Wäre dann nicht, äh, ähm, Beast-Saga, die japanische Variante, oder die japanische Art der Fortsetzung von Battlebeasts, ähm, wo Takara dann auch neue Figuren rausgebracht hat, die halt auch irgendwie so'ne Art Play-Feature halt in der Brust hatten und halt eben auch, äh, Neuauflagen von alten Charakteren geboten haben. Habe ich auch leider nie irgendwie eine von in der Hand gehabt, aber die sahen halt wenigstens noch nach Battlebeasts aus im Gegensatz zu dem, was, äh, LDW und Minimates da rausgemacht haben. Auch an sich fand ich Battlebeasts ziemlich cool. Ich kann mich nur erinnern, äh, unser Baumarkt um die Ecke hatte damals, äh, eine Spielwarenabteilung, die war ein Regal, äh, größtenteils wirklich so, äh, Japanchen Knockoffs und Billigkram, aber dazu hingen auch Battlebeasts. Wenn ich mir jetzt so das Bild hier angucke, ne, also ich hab mal so eine Übersicht geschickt, das ist das Letzte, was ich jetzt geschickt habe, ähm, wenn ich mir das Bild mal so angucke, die erinnern mich so ein bisschen, also diese Tintenfisch oder dieser Adler mit dem bionischen Auge, wenn ich mir so angucke, die Charaktere, muss ich sofort an Megaman denken. Ja, irgendwie schon. Ja, an die Robotmasters. An das Videospiel. Ja, mal gucken. Definitiv. Irgendwann, wenn ich mal ein gut erhaltenes Lot finde, wo dann halt auch die Waffen und, äh, dabei sind diese Rub-Symbols, diese Thermo-Symbol, das, äh, haben die übrigens auch wie bei Transformers, die alten Transformers-Figuren und stellenweise auch ein paar aus den Neuauflagen, hatten ja diese, äh, diese, ähm, Rub-Signs, also sprich, diese, ähm, thermoaktiven Symbole, äh, wo du dann halt, wenn du den Daumen drauf gehalten hast oder halt eben ein bisschen Wärme in Form von Reibung und den Daumen erzeugt hast, ähm, dann hat sich ja dieses Bild dann gezeigt und dann konntest du sehen, oh, das ist ein Decepticon oder das ist ein Autobot, wenn du das eh nicht durch die Serie wusstest. Ähnlich war es auch bei den Battlebeasts, da hat das Ganze ähnlich funktioniert, nur dass du dann halt gesehen hast, was da halt für ein Symbol drunter war, ob das halt jetzt Feuer, äh, Holz oder Wasser war. Fand ich ganz cool halt. Wusstest du, dass es zu diesen Battlebeasts auch Fahrzeuge gab? Glaube ich. What? Ja, wenn ihr, ich hab euch ja einen Link geschickt mit einer Webseite und da sind, gibt's, ähm, so Stand-Action oder Stations. Eine ist wie so ein Fisch, das andere sieht aus wie ein Adler, das andere ist wie so ein Rambock. Ja, doch. Ach so, da unten, ja. Ach so, okay, ja. War mir jetzt so gar nicht bekannt. Ja, da gibt's ja richtig viel von dem Zeug. War noch, wie gesagt, echt cool. Also ich mochte die. Und, ähm, ja, dann, wenn noch jemand was zu Battlebeasts sagen will, dann... Ähm, ja, ich hätte noch mal eine Frage. Marco, weißt du noch, es wurde doch mal vorgestellt, so dieses eine Krokodil in goldener Rüstung. Mhm. Wer hatte die denn noch mal machen wollen? Das war Diamond. Aber die basierten dann halt auch schon auf den Minimates, was ich dann halt nicht mehr so gut fand. Die sahen aber gar nicht aus wie Minimates. Also dieses Krokodil, was man da vorgestellt hat. Im Prinzip dieser Grundkörper der Minimates, äh, halt dieser Grundkörper der Minimates, wo dann halt irgendwie so eine, so eine Rüstung drüber gelegt war. Ja, Minimates, das sind diese Blockfiguren, ne? Ja, so ich so Lego-Verarsche. Ja, ne? Also die konntest du halt auseinandernehmen und dann hast du halt dann eine reguläre Minimates-Figur drunter gehabt. Ja, Figuren, die sich bekämpfen, das gibt's ja auch bei der WWF. Und, also damals World Wrestling Federation. Äh, wie heißen die eigentlich heute? Die mussten sich... WWE. Ja, ne, WWE war ja... Ah, ne, WWE war die Konkurrenz. Genau. World Wrestling Entertainment heißen die, ne? Ja, genau, das sind die Minimates. In den 80er Jahren ja auch so diese ganzen berühmten, ähm, Wrestler wie Hulk Hogan, Undertaker, ähm... Ex-Door, Jim Duggan, Heartbreak Kid. Legion of Doom. One, two, three, Kid, the Bushwreckers, genau. Ja, also damals fand ich Wrestling noch irgendwie ansatzweise interessant. Also mittlerweile hat sich das völlig verflüfft. Wobei ich ja sagen muss, ich hab am Wochenende beim Kumpel, hab ich mir Wrestlemania, ich glaub, 32 angeguckt. Und da kam dann auch, ähm, nicht Bret Hart, sondern Shawn Michaels wieder in den Ringen. Boah, wie alt ist denn der mittlerweile 60? Der ist, der ist über 50, aber der hat, der sieht noch genauso aus wie damals. Ein bisschen, die Haare sind halt ein bisschen, äh, melierter geworden, aber vom Bau, Körperbau her und von den Proportionen, leckt mich am Arsch, du. Der hat da noch ordentlich was ausgeteilt am Ring. Hätte ich nicht gedacht. Da kam sogar so ein bisschen, so ein bisschen Feeling wieder, aber die anderen Charaktere, die neuerdings da so rumwödeln, oah. Ist da nicht auch The Rock jetzt nochmal einen kurzen Gastauftritt oder so? Der hatte bestimmt auch einen, aber so lange hab ich nicht geguckt. Irgendwann bin ich auch eingepennt. Er hat so mit der Phase aufgehört, wo dann, äh, Razor Ramon, äh, gegen, damals hieß der 1-2-3-Kid noch. Ja, genau. Äh, das war ja dieser legendäre Kampf, äh, und das war so das Letzte, wo ich mich wirklich groß dran erinnern kann. Ich weiß auch, Yokozuna war noch dabei, diese fette Japaner da. Ja. Jack the Snake, äh, ne, wie hieß der? Jack Snake Roberts? Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, Macho Man Randy Savage, diese, Unreal the Giant und so weiter. Ultimate Warrior. Ja. War ja schon ziemlich cool. Also die Figuren waren irgendwie lustig. Mein Bruder hatte halt auch ein paar davon. Ich hatte irgendwie, ich glaube ich hatte Hulk Hogan. Die hatten ja alle so ein, es gab ja so drei oder vier Actionfeatures, die halt sich durch die komplette Figurenlinie gezogen haben. Der eine, den konntest du halt irgendwie so ein bisschen den Körper zusammendrücken, da war eine Feder drin, der ist dann gesprungen. Der andere hatte halt irgendwie so Schlag-Action, da konntest du einen Arm nach hinten ziehen. Sowas halt, äh, so. Komische Sachen halt. Aber einer hatte durch den Arm, den du drehen konntest, so eine Feder aufzuzogen. War eine interessante Zeit, aber mittlerweile hat es sich bei mir total verflüchtigt. Ich kann mich nur erinnern, eine Bekannte von mir hatte halt auch diesen Ring. Ja, die hatten wir auch. Also im Prinzip waren die Actionfeatures bei den Figuren nicht so toll. Die hatten im Prinzip das gleiche Actionfeature. Allerdings, die Arme waren halt anders positioniert. Der eine hat einen angewinkelten Arm, der andere hat einen Arm nach oben gehabt und sowas alles. Und die Figuren sahen auch gar nicht mal so gut aus. Stimmt, und dafür war es auch relativ teuer. Ja, dann kommen wir auch schon fast zum Abschluss. Und, äh, der findet statt in einer weit, weit entfernten Galaxie. Nämlich Star Wars. Yay! Star Wars hat ja auch so seine gute Zeit halt auch mit in den 80ern natürlich gehabt. Äh, das ganze Merchandise hat ja auch dazu geführt, dass, ähm, George Lucas sich da wirklich, äh, ein gutes Leben mitmachen konnte. Und, ähm, ich muss persönlich aber auch sagen, dass ich, äh, von Star Wars in den 80ern eigentlich nur wirklich rein die Filme miterlebt habe. Ich hab da keine, ähm, Figuren gehabt. Ich hab durch Zufall mal im Keller einen, äh, Jedi-Glue von, ne, und Star Wars, äh, 80er Jahre war natürlich die Top-Zeit. War eine schöne Zeit, denke ich. Also, wenn man sich so die Figuren ansieht, äh, da sieht man schon, dass da viel Liebe halt auch von den Fans und Star-Wars-Liebhabern, äh, dran steckt. Und, ähm, auch so diese, dieses Prinzip von diesen 80er-Jahre, äh, Action-Figuren mit nur fünf Bewegungspunkten, das hat ja auch so einen schönen Retro-Faktor, was sich ja auch Funko zu nutzen macht mit diesen Reaction-Figuren. Die ja halt auch wirklich so aussehen, als kämen sie gerade frisch aus den 80ern. Ja, genau. Ja, definitiv. Da hab ich die, äh, beiden Snake Plissken-Figuren für, vom, äh, Flucht aus L.A. oder, ne, Quatsch, Escape from New York war's, ja, war der erste Teil. Also, ich kann sagen, ich hab Star-Wars-Figuren in den 80ern sogar aktiv gekauft und hatte sie dann auch, weil er hat auch damit gespielt. Also, ganz genau, wo ich dann in die Läden gekommen bin und dann so ein riesengroßer Aufsteller mit Star-Wars drauf war und wo dann alle Figuren dranhängen für 8,50 Mark. Und wenn ich jetzt daran denke, ich hätte ich mal alle Figuren noch behalten, auf Karte behalten, oah, ich hätte jetzt so viel Kohle in der Hand. Ja, damit könntest du dir jetzt schön die, äh, Black Series finanzieren. Ne, das würde ich bestimmt nicht machen. Ich würde keine Vintage-Figuren für den Scheiß, in Anführungsstrichen, dann eintauschen. Da würde ich die Vintage-Figuren, äh, Quatsch, da würde ich die Vintage-Figuren behalten. Oh, ist ja auch heftig, für wie viel Geld die, ähm, Vintage-Figuren weggehen, also. Ja, es gibt ja also zu... Auf der RebelCon habe ich einen, ähm, gegradeten AFA, äh, R2-D2 gesehen, für ein paar Tausender, also. Ja, Entschuldigung, aber das ist der größte Schwachste, finde ich, in meinen Augen ist der größte Quatsch, den es gibt, dieses Grading. Das ist so ein Schwach... Du kannst dein Grade kaufen. Also, da sagst du den Leuten, hier, ich gebe dir 50 Euro mehr, dafür gradest du meine Figur ein bisschen höher. Und das finde ich halt echt scheiße. Wenn, dann geht's nur darum, dass Figuren gut aussehen und wirklich, ähm, wertvolle, wie zum Beispiel seltene Figuren. Wie zum Beispiel Java im, ähm, Vinyl-Cape auf Karte, der mittlerweile bei 5000 Euro liegt. Oder der Holy Grail aller Sammler ist ja der Anakin Skywalker auf Karte mit dem Coin, der auch schon für seine 8000 weggeht. Das ist nämlich eine Folge von... Moment, will mich Anakin Skywalker, aus welchem, welche Version da? Wie viel Anakin Skywalker, ich kenne mich mit Star Wars Toys nicht aus. Es gibt nur, es gibt nur, es gibt nur eine Version Anakin Skywalker aus den alten, aus den 80ern. Warte, ich mach dir, ich schick dir mal ein Glück. Den, äh, den Geist. Den, am Ende von, Teil, von, von Exalt. Ja, es gibt ja nur einen Anakin Skywalker in dem alten Film. Exakt. Ja, naja, ging mir nur, ihr sagt, ihr Vintage und Classics sind halt, als ob ich das alles verfolge, wie hier, wie du was heißt. Ja, gut, stimmt. Aber grundlegendes Thema dieser Sendung ist ja 80er Jahre. Ja, gut, das kannst du jetzt aber nicht vorwerfen. So gemischt, wie wir geredet haben. Ja, das stimmt schon. Aber da sieht man mal, die 80er Jahre, halt auch eben die Neuzeit, das ist alles eng miteinander verbunden. Also wir haben mittlerweile so viele 80er Jahre Serien, die halt immer noch weiterleben in neuer Form. Das finde ich sehr schön. Wobei ich ja jetzt sehr große Kritik an Hasbro üben muss, weil die 90er Jahre waren ja normal, waren ja auch die Figuren, die dann meinetwegen fünf Artikulationspunkte hatten. Dann wurde es immer besser, es wurden immer mehr Artikulationspunkte, die Hände konnte man drehen, die Ellbogen konnte man drehen und was ich alles. Und jetzt, seit Disney eingestiegen ist, gibt es von The Force Awakens nur noch Figuren mit fünf Artikulationspunkten, was ich richtig scheiße finde. Oder welche im Stile der Vintage Collection Black Series, dafür aber auch doppelt so teuer. Ja, aber als drei Dreiviertelgröße gibt es halt nur noch diese fünf Artikulationspunkte und das finde ich sehr schlecht, also richtig schlecht. Das hat für mich eigentlich keinen Sinn mehr, auch nicht, warum macht man das? Man, dass die Kinder heutzutage zu dumm sind, mit sowas zu spielen? Ja, das kennen wir ja im Transformers-Bereich genauso. 2009 damals, oh, mein Kind kann das nicht verwandeln. Na gut, dann gibt es jetzt halt vollautomatische Ones und Three-Step-Changer. Fand ich auch lächerlich, wo du draufdrückst, zack, fertig. Es gibt gute Figuren, die da, Marco, du kennst die noch, zu Animated-Zeiten, die Activators. Ja, ich hab nie erinnern, was ich erinnahm. Ja, ist ja egal, aber du weißt ja, was das für welche sind. Die musstest du in so eine gewisse Position wieder zurückbringen, dann hast du die zusammengeklappt. Du hattest aber trotzdem noch eine gute, bewegliche Action-Figur. Du hast keinen Klotz. Du hattest da, du konntest, Arme hatten immer noch Ball-Joints. Ich kann da immer nur auf den Activator Starscream verweisen. Dafür, dass es eigentlich so eine simple Figur ist, trotzdem immer noch eine gute Action-Figur. Und die heutigen Figuren, die sind alle für den Arsch. Or the Popo. Richtig. Mit diesen philosophischen Worten führe ich diesen Podcast jetzt auch zum Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden, dass ihr mit mir gemeinsam diesen Ausflug in unsere Kindheit gewagt habt. Bitte, bitte, macht Spaß. Was heißt denn hier Ausflug? Das lebe ich tagtäglich. Ja, ich sage ja gemeinsamen Ausflug. Die Details sind das, Patrick, die Details. Wie heikel. Und deine Mutter sind wie heikel. Ich will auch so ein T-Shirt. Alles klar, mache ich fertig. Auf der nächsten Con, wie heikel, Club 2016. Ja. Jeder, der mir mit einem wie heikel-Shirt entgegenkommt, der kriegt ein Trittinienus oder sowas. Nein, der kriegt dann irgendwie einen kleinen Goodie oder sowas. Mal gucken. Mir stehen ja noch ein paar Conventions an dieses Jahr. Mal gucken, ist hier nur mehr noch frei, werheikel.de? Sind sie alle gespannt, die jetzt auf die Antwort warten? Glaubst du, ich gucke das doch jetzt nicht nach. Och, Menno. Oh, ne. Ich beantrage den Starcast und zumindest in Radio, werheikel. Radio, werheikel. Also, werheikel.de, diese Seite wird zur Zeit erstellt, steht drauf. Was jetzt echt? Ja. Boah. Das muss ich jetzt verfolgen in ein paar Jahren, was ist daraus geworden? Das ist ja kein Livecast, sonst hätte ich fast schon vermutet, die Adresse hat sich schnell jemand gesichert. Deswegen machen wir keine Livecasts, weil wir Angst haben, dass wir uns die ganzen guten Ideen klaut. Du machst, das Einzige, was du live machst, ist, sich mit Fendi besaufen und dann spielt ihr Minecraft. Gut, damit beenden wir dann auch, wie gesagt, den Ausflug in unsere Kindheit. Ich bedanke mich bei euch, den Gästen, bedanke mich natürlich auch bei euch, den Zuhörern. Wir bedanken uns bei all den Firmen, die uns all diese schönen Toys und Cartoons gebracht haben. Natürlich, an unsere Mütter und Väter, die uns dieses Spielzeug auch gekauft haben. Und ich appelliere an alle Toys, Hersteller und Firmen, die in Zukunft noch Toys bringen wollen, lasst die Qualitätsstandard oben. Schraubt das nicht zurück. Bitte. Dieser Bitte schließe ich mir natürlich an. Ich hoffe, ihr auch. Und sonst, ja, war es das dann für heute. Ich hoffe, ihr hört dann auch beim nächsten Mal wieder zu. Und sonst schaut natürlich auch mal auf unsere Internetseite starblight.de. Schaut auch mal in den YouTube-Kanal von Chris, Chris-Tainment. Verlinke ich auch unter dem Podcast. Ja. Und sonst vielleicht sieht man sich auf einer Convention. Als nächstes steht zum Beispiel die Roleplay-Convention an. Da werden wir garantiert auch irgendwie in irgendeiner Form rumhüpfen. Gamescom mal gucken. Und sonst, äh, was ist das nächste, was anstellt? Ich glaube, Berlin... Chat-Con, Comic-Con Hannover, Comic-Con Berlin, Comic-Con... Gibt ja doch mittlerweile einen ganzen Haufen an Cons. Ja, also... Comic-Con... Fuse-Muckel... Nee, ist noch nicht. Die kommt erst nächstes Jahr. Aber was ist denn mit der Comic-Con in Ficken? Kommt die denn? War doch schon. Gut, alles klar. An dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Abend. Tschüssi, Kowski! Wiederschauen, reingehauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017